Ich hab hier einen Beitrag von STRG-F, die machen ja sehr gute Dokumentationen, und zwar Querdenker, wie radikal machen YouTube, Telegram und Co., die haben wir noch nicht gesehen. Ich hatte sie irgendwann mal offen, wir haben sie uns aber noch nicht angeschaut, und das greift ja auch in die Thematik ein, die wir heute bis jetzt hatten. Da ist der Grevy nämlich auch gut aufgerufen. Ich baller die mal rein, und dann schick ich dir gleich den Link, mein Guder. Nämlich, das ist ja eine Thematik, die wir jetzt gerade seit anderthalb Jahren ja verstärkt haben. Ich mach's mir mal leichter, ich meld mich bei dir im Chat. Wer ist da jetzt gerade reingekommen? Kann ich gerade noch nicht sehen. Hi, na? Hi. Eins Odin, grüß dich. Eins Odin. Ich wollte mich nur mal ein wenig audiotechnisch ein wenig dazugesehnen. Möchtest du mitgucken, mein Bester? Egalen Menschen, natürlich, ich möchte immer mitgucken. Alles klar. Ich muss ja, Odin aber gerade einen kleinen Tick leiser machen, der brummt heute ganz schön. Ja, Odin hat, bei dem ist jeden Tag der Mikrosound ein anderer. Der ist so eine kleine Überraschungstüte, der Typ. Das ist absolut richtig. Deswegen hab ich mir auch ein neues bestellt. Ah. Was hast du geholt? Kapitalister. Ich bin irgend so ein Ding im Angebot von 120 auf 70 runtergesetzt oder so. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Also natürlich, Carlo, ich bin, wie gesagt, ich freu mich über jede Spende. Mein Wert, den, also einmal den Content gibt's und von mir gibt's noch ein Dankeschön und oben drauf pro 5 Euro ist es eine Kniebeuge mit 100 Kilo. Und wir machen nachher eh nur Sport. So. Ihr habt bei dir den Link bekommen. Habe ich euch gewispert auf Twitch? Oder bin ich blöd? Hä? Schau mir jetzt euch das gar nicht an. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Oh. Genau, mein Thema. Ja, ja. Doch, ich hab euch das geschickt, aber Twitch aktualisiert gerade nicht, weil ihr müsstet von den Nachrichten ganz oben stehen. Hä? Danke, TTV. Nee, nee, Steve, ich hab kein Headset. Ich hab ein richtiges Standmikrofon mit Mikrofonarm, weil Headset sind für Geringverdiener. Vor allem beim Odin ist es halt wirklich so, dass er ab und zu hat er richtig, richtig geilen Sound. Also den Link hast du bekommen, Grubi. Ja, auf jeden Fall. Nee, Discord oder was? Nee, immer Twitch. Nee, ist nix. In den Direktnachrichten nicht? Ich schick dir nochmal. Was hat man Gräbern gekriegt? Nicht mir. Nee, nee, ist an dich, ist sogar zum zweiten Mal der gleiche Link. Du musst, glaube ich, aktiv nach meinem Ding suchen, weil ihr, ähm, ich hab den Odin zweimal oben, obwohl ich ihm nur einmal eine Nachricht geschickt habe. Das spinnt ein bisschen. Ah, ich hab keine Benachrichtigung gekriegt von Twitch. Alles klar. Eben, wie gesagt, also bei mir war's gerade so, ihr hättet normalerweise, weil ich euch mit euch beiden gerade als letztes geschrieben hab, hättet ihr oben sein müssen. Wart ihr aber nicht. Also, irgendwas spielt da. Ja, irgendwas stimmt, okay. Egal, passiert. So, äh, jetzt muss ich mal gucken, dass ich das hier richtig rausmache und den Link nicht teile. Zusammen sitzen, essen am Feuer. Einer spielt, äh, Gitarre, der andere, äh, an einen Skat. Andere kann singen und einen schönen Abend verbringen. Ähm, das, das wäre ganz angenehm, ist aber für meinen, äh, für, 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 für die Position, die ich bekleide, ist das nicht umsetzbar. Wie gesagt, damit ich das hier machen kann, ist das ganz nett, wenn wir abends zusammen am Lagerfeuer sitzen, aber davon kann ich meine Miete nicht zahlen. You know what I mean? Das ist, das ist schön, das ist sozial, ja. Wird aber eh nicht passieren, weil ich Misanthrop bin und, äh, ich setz mich wirklich nur mit Leuten hin, die mir wirklich sehr, sehr nahe sind. Und, äh, das, äh, ne, es, ich lebe ein Leben, für das ich Geld brauche. Definitiv. Wenn wir jetzt letztens, äh, aber zusammen wandern waren, dass ich auch nicht, was ich jetzt hier anzählen gekommen bin. Unsere Reise zum Brokeback Mountain war eine ganz andere Thema-Nummer hier, ne? I got the Brawler! Äh, Leute, Nemesis, vielen, vielen Dank für deinen Follow. Also, äh, Ja, okay, okay, jetzt sind zwei da. Ich, ich bin, äh, da. Ah, der, 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 der Odin, der Odin riecht ganz streng. So, muss ich mal schnell schauen. Ähm, natürlich auch an den, an den Grevy, wenn er streamt, dass du eventuell die Links irgendwie verdeckst, ne? Nicht, dass irgendwer reinkommt. Ist schon, also ich hab Vollbild, hier ist nichts mehr zu sehen. Perfekt, sehr geil. Muss man ja leider auch dran denken. Ich mein, Twitch ist voller, voller Idioten, die einem das Leben zu hören machen wollen. Ich war ja live mit dabei, als das Video vom, 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 äh... Vom Grevy gezeigt wurde. Nein, das war nicht der Grevy, aber nah dran. War, war aber ne, ne, ne blöde Geschichte. Hat, hat keine Konsequenzen gehabt, weil ich schnell reagiert hab, aber dennoch war's, äh, war's gut. Ich glaub, das war hier vom, vom, von der, dessen Name auf deinem Kanal nicht genannt werden darf, von OnlyFans, der Content, oder? Auf jeden Fall. So, meine Süßen, wir haben den Beitrag, STRG-F, Querdenker, wie radikal machen YouTube, Telegram und Co. Ist wichtig, die Thematik, spätestens seit anderthalb Jahren, Wix, Corona, ist das in, äh, unserer aller Gesichter gedrückt worden, mit Gewalt. Das gab es vorher schon. Und ich sag euch ganz ehrlich, und vor, also im Voraus, Telegram und Co. hab ich absolut kein Problem damit. Das ist genau wie die Anonymität im Internet. Bin ich ein totaler Fan von. Aber es kommt drauf an, wie man damit umgeht. Telegram, ne tolle Plattform, die nicht groß reguliert wird. Allerdings, kann, heißt das auch, dass da jeder seine Scheiße posten kann. Und wenn die Leute nicht damit richtig umgehen, sondern diese Scheiße einfach glauben, dann wird's gefährlich. So, die Caro haben wir schon vergrault. Die hat keinen Bock auf Querdenker, die geht jetzt lieber auf den Markt. Demonstrieren und Schreien, Maskenpflicht ist nur für Tiere. Ihr tötet unsere Kinder. Hör zu! So schaffen wir das nicht! Wir müssen eine Linie weg! Sie sind Menschen aus der Mitte. Doch im letzten Jahr haben sie sich radikalisiert. Die schlagen richtig rein in die Menschen. Sie selbst würden sagen, sie sind zu aktives Menschen. Das schmerzt die das gar nicht. Ohne Maske und wir müssen hier mit Maske hübschen. Halb zugeschlagen ist eine vergebene Chance. Das war mal so der Abend, wo ich tatsächlich dann schon so meine drei, dreieinhalb Stunden abends noch vor den Videos saß. Was hat sie an diesen Punkt gebracht? Viele sind sogenannte Querdenker geworden und wir haben uns gefragt, warum ist das so? Und es gibt eine Erklärung, die in der Welt ist und die ist einfach nur verlockend, schön und einfach. Ah, bitte ist muted. Vielleicht kennen manche von euch den Film Social Dilemma. Der lief auf Netflix. Die These des Films, es sei ganz simpel. Social Media könnte uns manipulieren. Wenn Sie die Bevölkerung in Ihrem Land kontrollieren wollen, dann hat es nie so effektiv wie Facebook. Es gibt auch einen sehr eindrucksvollen Podcast von der New York Times. Und da geht es darum, wie das Internet uns verändert, dadurch, dass es uns einsaugt. Dieser Podcast heißt Rabbit Hole, weil das funktioniert so ein bisschen wie bei Alice im Wunderland. Kennt ihr Alice im Wunderland? Nö. Was ist das? Er ist so eine Art Super-Meme geworden. Da kommt das weiße Kaninchen mit der Uhr. Alice folgt ihm und stürzt in eine wundersame Welt. Alice und das Kaninchen. Ja, hab ich auch immer im Kopf hier. Dem weißen Hasen folge ich auch immer mit meiner Nase auf den Tisch. Dem weißen Hasen folge ich auch immer mit meinem Leopard A2. Du kannst dich eingraben, aber nicht verstecken. Bumm. 120 Millimeter. Komm mit der oben den Händen raus, weil es dann das Rohr auf diesen kleinen Bau gerichtet. Bin das Rohr schon in den Bau so reingetont, so ein Stück. Nur noch anderthalb Meter reingeschoben ins Erdreich und dann siehst du bloß die Erde spritzen. So bekämpft die Bundeswehr die Kaninchenplage in Australien. Das Meme von diesem weißen Hasen, das sehen wir dann auch bei Matrix. Der Film aus den 90ern, wo wieder der weiße Hase auftaucht. Das Ganze ist mystisch, geheimnisvoll. Und am Ende muss Neo sich entscheiden. Blaue Pille, alles bleibt so wie es ist. Oder die rote Pille. Rein in die Kaninchenhöhle. Querdenker würden wahrscheinlich sagen, wir sind im Rabbit Hole gelandet und nicht sie. Aber die Frage bleibt trotzdem. Können uns YouTube und Co. in ein Rabbit Hole ziehen? Uns radikalisieren? Ja, klar. Das ist aber bei jedem Thema. Einseitige Information. Ja, eben. Also, richtig. Das ist bei jedem Thema so. Es besteht bei jeder Sache die Gefahr, dass man dazu neigt, das Ganze einseitig zu betrachten und sich dann in eine gewisse Richtung ziehen zu lassen. Also, logisch. Also, jeder, der zwei Gehirnzellen hat und reflektiert denken kann, der bestätigt das. Ja, natürlich. So, jetzt können wir bei STRG F anrufen. Wir haben Ihren Beitrag in 30 Sekunden gelöst. Ey, eure Doku habe ich innerhalb von zweieinhalb Minuten verstanden. Kriege ich jetzt ein Eis? Mehr so. Ruft uns mal für die nächste Doku an. Genau. Ich meine, ich würde gerne bei so einem Format mitmachen. Aber da muss man mal schauen, ob man da irgendwie mal vielleicht auch ein bisschen Platz findet. Nee, da wäre ich nicht in der Lage, seriös zu bleiben. Das geht nicht. Ich wäre so mit der Memo nebenbei. Ich glaube, wir machen das aber trotzdem ganz gut, dass wir mit einem mit einem gewissen Humor und das teilweise auch ins Lächerliche ziehen, dass man das Ganze auch leichter verständlich macht und nicht nur komplett trocken und unverständlich für die Leute, weil... Ja, da bist du irgendwann bei den Space Frogs und das ist auch nicht so... Ja gut, also auf das Niveau der Space Frogs so weit runter gehen wir nun auch nicht oder hier so ein LeFloid, sondern dass man schon ein kleines bisschen seriöser dabei bleibt. Aber ab und zu so ein Pimmelwitz muss schon sein. Trocken ist doch gut, da kann man Anlauf nehmen. Eben. Nein, Schalander, das ist Steuerung F-Mausi. Steht ganz oben hier im Eck, guck mal. Wir sind auf dem Weg zu Selina. Das ist schon gut, die machen eigentlich ganz gute Reportagen oder Dokus. und heute will ich wissen, ich will mit ihr zurückschauen und verstehen, was das eigentlich im März 2020 passiert. Wie wurde aus der Selina Stay at Home Selina Corona Demo erste Reihe? Ich bin echt gespannt. Selina, das ist die Chefin von Querdenken Hamburg und sie hat mich nach Hause eingeladen. Hi, hier ist Vea vom NDR. Zu ihrer Familie. Eigentlich traf sie mir nicht. Das ist die. Systempresse, so werden wir von den Querdenkern oft genannt. Hallo. Hallo, na ihr? Aber sie will, dass wir sie verstehen. Ja. Sie will. Warte, ich muss die Seife noch holen. Alle Kartoffeln einmal ein bisschen mit Seife abspülen. Könnt ihr das sehen? Kartoffeln mit Seife abspülen? Sie versteht euch nicht. Uff, ich bin jetzt schon getriggert. Jetzt ist meine Frage, spült sie die bereits geschälten Kartoffeln mit Seife? Ja. Was? Seltsam. Ich will nicht mehr. Nein, lass, lass, Grävern. Sie könnte die, sie könnte die auch noch in Desinfektionsmittel einlegen, die Tüften. Aber jetzt jede einzelne Kartoffel, die, die schon geschält wurde, jetzt so abzuwaschen, ne? Jetzt ich als, als, als Mensch, der für, für Ökologie und Nachhaltigkeit, ne, krieg sofort Kretze. Jetzt werden hier 30, 40 Liter verballert, damit die einmal Tüften mit Quark essen können, oder was? Hä, hä, hä? Hä? Was? Ja, moin. Ich fress die Dinger teilweise mit Schale, Junge, da klebt noch, da klebt noch Erde vom Bauern Wilfried dran, weißt du, und die wäscht jetzt jede einzelne Kartoffel auch noch mit Seife. Da sind ja auch die meisten Vitamine drin, in der Schale. Genau. Ich weiß auch jeder. Und im Dreck. Ja, deswegen esse ich die Banane auch immer ganz. Das machen die Appen auch so. Warum nicht von der Natur lernen? Einfach die Banane mit Schale reinkloppen. Der Witz ist, sie schält sie ja trotzdem. Eben, sie schält und dann wäscht sie die nochmal. Hä? Ich bin, ich bin. Lass mal die Frau bitte weiterarbeiten. Ich wollte gerade sagen, bevor wir jetzt hetzen, bevor wir jetzt hetzen, lass mal gucken, was sie macht. Wie mein Ausbilder sagen würde, geben wir mehr Chancen auf noch mehr Fehler. Nicht, dass wir nur eine wissenschaftliche Debatte führen. Es geht darum, wie Selina und viele andere mit ihr sich verändert haben und wie diese Veränderung begann. Ich weiß auch nicht, Kiki. Wir hatten die bachnische Angst davor, dass hier wirklich eine schwere Krankheit auf uns zurollt und ich dachte, wie kann ich die Kinder schützen? Am Anfang war Selina... Carlo, da braucht man gar nicht mal mit wirklich Älteren sprechen, da reicht schon mein Alter zum Beispiel. Dass ich jetzt mehr arbeite als jemals zuvor, aber dafür versuche, was Werthaltiges zu erschaffen, geht halt damit einher. ... über Trainingsmethoden zu Hause und im privaten Umfeld. Der hieß Coach Ceci. Und der hatte dann irgendwann angefangen, tatsächlich mal zu hinterfragen, was steckt eigentlich hinter diesem Coronavirus, wie gefährlich ist der und wie können wir unser Immunsystem stärken. Und dann fing er aber auch an, immer mehr Aufklärungsvideos zu machen. Ja, ihr könnt mir zehn Corona-Chinesen. Corona hat Angst vor mir. ... dahin geblieben. Es war immer so der Abend, wo ich tatsächlich dann schon so meine drei, dreieinhalb Stunden abends noch vor den Videos saß. Und wie bist du von einem Video aufs andere gekommen? Bist du diesem... Ganz gerne pausieren. Ja, wollte ich ja. Leertaste. Am besten nicht klicken, Leertaste. Okay, aber jetzt mal im Ernst. Ja? Das ist diese typische Scheiße. Oh, Virologen, Immunologen, Ärzte, studierte Menschen, die haben ja gar keine Ahnung, aber der Fitness-Life-Coach, der weiß hundertprozentig Bescheid darüber. The Real Dead Gamer, vielen, vielen Dank für deine zehn Euro. Der Kapitalismus muss leben. Der Kapitalismus muss leben. Vielen, vielen Dank. Ausrufezeichen, liebe mein Messer. Vielen Dank für deine Donne. Nee, ich verstehe es einfach. Ich komme da wirklich nicht drauf klar, dass jedes Mal, wenn sowas angesagt wird, ja, aber die und die und die, der hat ja das und das gesagt. Vielen, vielen, vielen Dank, mein Güter. Dass du einfach sagst, äh, ja, so ein Fitness-Life-Coach-Typ, der hat Aufklärungsarbeit geleistet. Pass auf, das Ding ist, das Ding ist, ähm, wir befinden uns ja hier gerade auch in so einer Position, ne, darf man jetzt nicht vergessen. Der Fitness-Life-Coach und, äh, und ich zum Beispiel, oder auch der Grevi oder du jetzt, da du im Discord mitsitzt, wir sind auf einer Ebene. Einmal, wir sind sehr dicht an den Leuten dran. Oder wir vermitteln zumindest den Eindruck. Also, einer mit 200.000 Followern, der spricht wahrscheinlich nicht mehr so viel mit irgendwem individuell. Aber wir sitzen jetzt hier mit den Leuten und wir, wir gehen ja zum Beispiel auf die Nachrichten ein. Das heißt, wir sind viel dichter an dem Bürger dran, der vielleicht in so einem Sinne von, äh, von der Regierung sich alleingelassen fühlt. Was ja, es stimmt ja, ne? Diese Corona-Regeln, da wurde so viel Blödsinn gemacht und jeder macht sein eigenes Ding. Und dann kommt so ein Bürologe und der wird immer wieder durchs Fernsehen gezogen und der ist aber ja nicht bei dir sozusagen der, sondern der läuft durch die Glotze. Der Typ ist surreal. Die Leute nehmen das so nicht wahr. Die Leute können wunderbar mit einem Sporttrikot vor der Glotze sitzen und, äh, und einen Formel-1-Wagen anjubeln und sich einbilden, sie hätten dieses Rennen gewonnen. Aber die Leute können nicht den Rückschluss ziehen, dass dort ein Wissenschaftler steht, der sich teilweise auch etwas hakelig ausdrückt, dass der vielleicht Recht haben könnte. Sondern dann kommt dieser Fitness-Influencer, der sagt, ja, guckt mal Leute, ich mach das alles selber, guckt euch meine Arme an, ja? Ich lebe autark, ich bin mein eigener Mensch und so weiter, ne? Dass die das eher sehen. Und da sehe ich eben die Gefahr bei solchen wie dem Wendler. Die, die Plattform, dass es die gibt, ist total geil. Nur, dass die Leute, die das konsumieren, die sind das größere Problem als der Wendler. Oder wenn auch das Volk nicht so empfindlich gewesen wäre für das, was der Hitler gesagt hätte, wäre wahrscheinlich gar nicht so viel passiert. Aber wenn Leute Angst haben und Angst macht irrational, dann kannst du teilweise mit dem größten Bullshit bei den Leuten landen. Wie gesagt, der Grevy hat es ja rausgefunden letztens, der hat es ja repostet. Der Wendler repostet irgendwas von einem Dr. Cromwell, der sagt, bis September sind alle Geimpften tot. Die Leute haben Angst, weil diese, ne, weil diese Impfung, Impfgeschichte, die wurden innerhalb von einem halben Jahr, wurden die durchgeprügelt. Die Leute sehen nicht, dass die Entwicklung von Impfstoffen und auch die Forschung am Coronavirus, dass es seit 40, 50, 60, 70 Jahren gibt, dass es das schon irgendwo gab, ja? Sondern die sagen, oh, das ging ja von 0 auf 100. Nein, das ist nicht richtig. Die Leute verstehen das aber nicht, die verstehen die Zusammenhänge nicht. Das heißt ja, Cov-19, ne, und nicht Cov-1. Eben. Das Coronavirus gab es schon. Das SARS-Virus ist eine, ist eine Abwandlung der Form. Die Vogelgrippe, teilweise, ich weiß gar nicht, wie es sich mit der Schweinegrippe verhält, aber das ist jetzt nicht so, ich vergleiche das mit der Autobahn. Die Forschung war mit 130 auf der mittleren Spur auf der Autobahn unterwegs und das Corona, Covid-19, das kam von der Abbiegerspur mit auf die Autobahn gefahren. Das heißt, das war kein Start, wie auf den Startschuss und dann laufen erst alle los, sondern die Prozesse liefen schon lange. Und dann vergessen die Leute, dass Milliarden und Abermilliarden von allen zusammengepackt wurden und dass, ähm, dass Labore und so weiter mal zusammengearbeitet und nicht mehr nur für sich gearbeitet haben. Und dann kommt es eben zu so schnellen Ergebnissen, die sich, die manche nicht verstehen wollen oder verstehen können, weil sie vielleicht durch diese, durch diesen, durch diesen Eingriff vom Staat Angst haben, dass sie ihren Job verloren, oder teilweise haben die Leute ihren Job verloren oder manche können ihre, ihre sterbende Oma nicht besuchen im Krankenhaus und Angst macht irrational. Und dann kommt so einer und sagt, das ist alles gar nicht so, das gibt's alles nicht so und, äh, weißt du, dann verstehe ich, dass die dafür sehr empfindlich sind und dass sie dann stundenlang vor diesen Videos sitzen, weil der Mensch ist greifbar, während ein, ein Virologe, das ist einer von den Studierten, das ist doch eh einer von den Eliten, der wird auch noch vom Staat gefördert, was der sagt, wird bestimmt auch irgendwo unter Einfluss stehen, was ja auch teilweise stimmt, weil wir gesehen haben, dass gerne auch Einfluss auf die Wissenschaft genommen wird. Wir wissen alle, dass vor 30, 40 Jahren, wenn's um Zucker ging, keine Ahnung, bis vor 15 Jahren wurde uns Zucker noch als gesund verkauft. Erinnert mich euch mal ein bisschen an die Werbung, kann man auch heute noch nachschauen, wie, keine Ahnung, Nutella und so weiter oder Coca-Cola. Die versuchen ja heute noch, die Werbung gesund aussehen zu lassen. Was machen denn McDonalds und Burger King? Da kommt dieses, ne, dieses angefeuchtete Salatblatt, das so langsam auf das Fleisch niederrieselt. Das Essen sieht gesund aus. Der Salat, der auf den Burger kommt, der hat seit drei Wochen kein Wasser gesehen. Eben. Da ist nix mit. Das Zeug hat teilweise ja nicht mal richtig Licht gesehen, sondern es ist unter Kunstlichtbedingungen oder sonst wie. Ja, oder das Fleisch ist kein Fleisch, sondern da wird die Kuh praktisch so, wie sie ist, jetzt übertrieben gesagt. Da werden die Hufe abgemacht und dann wird das Ding da reingeschmissen. Und dann wird das alles schön verquirlt, einmal durchgehackt, ein paar Tropfen Chemie rein, damit das wieder als Fleisch zusammenhaftet und dann kommt das auf den Burger. Ich habe sogar die Theorie, dass tatsächlich, es gibt ja Leute, die beschweren sich darüber, dass sie Knorpel und sowas in der Burger-Burlette bei McDonalds finden. Ich habe die Theorie, dass das wie bei den Bio-Eiern, es sitzt da einer in der Fabrik und in jede zehnte Bulette schmuggelt da ein so Knorpelstück, damit die Leute das Gefühl kriegen, dass das echtes Fleisch ist. Ja, Separatorenfleisch, wo ich dann teilweise ja den Gedanken wieder im Kopf habe, Separatorenfleisch an sich ist ja gar nichts verkehrtes, weil das ist ja irgendwo nachhaltig, wenn ich alles von dem Tier verwerte. Nur dann, dann muss es so deklariert werden, dass ich das nicht als vollwertiges Fleisch kaufe, sondern als Separatorenfleisch. Achtung, hier ist Knorpel drin und kein Fleisch. So. Aber was sagen sie in der Werbung? Jetzt der neue Double Cheese McTriple Ham mit echtem Angus Beef. Und es wird alleine durch das Bild, das dort gemacht wird, wird uns vermittelt, das ist gesunde, nahrhafte Nahrung. McDonalds ist keine Nahrung. Das ist Scheiße in Form von leckerem Zeug gepresst mit Aromastoffen und das, so wie ihr es reinfüllt, kommt es unten wieder raus. Bis auf der Dreck, der da drin ist, wie Fett, Zucker und so weiter, das letzten Endes einen Impact auf eure Gesundheit hat und dann auch auf die Psyche. Ungesundes Essen. Was? Das ist wie Frohlich. Frohlich schmeckt. Was? Aber es ist wirklich so Frohlich, wird ja immer so beworben, so von wegen, dass das gesündeste für Hunde, bla bla bla, das ist ganz tolles Essen, ist aber wirklich, also Frohlich besteht zu 98% aus Getreide und Farbstoffen. So, das, wenn du beobachtest, dass Hunde Scheiße fressen, kann das, liegt das meistens daran, dass die Besitzer deren Hunden Frohlich geben. Weil das riecht für die, ja pass auf, das liegt, äh, also, wenn mein Hund Kacke frisst, dann liegt das daran, dass der Hund, der da hingekackt hat, mit Frohlich gefüttert wurde. Weil das Zeug genauso riecht, wie es reingekommen ist. Also wenn es raus, genau, weil das, exakt dasselbe ist, weil der Hund das gar nicht verarbeiten kann. Und ich dachte, das mit der Hundekacke ist bei mir nur ein Fetisch, jetzt weiß ich, dass ich heimlich auf Frohlich stelle. Richtig, richtig. Ich mach nebenbei meine Kniebeugen. Two dogs, one cup Frohlich. Aber es ist wirklich so. Ich hab mal testweise, hab ich meiner Kleinen auch mal ein bisschen Frohlich gegeben. Und du hast direkt gesehen, das, das wurde einfach orange. Die Kacke wurde orange. So. Und andere Hunde haben da viel härter, also viel mehr dran, äh, gerochen und viel mehr darauf reagiert. Wenn ich dann mit mehreren Hunden, wenn wir dann da aufgelaufen sind. Richtig, genau. Weil für Hunde riecht das ja nicht nach Scheiße, so wie für uns. Naja, das ist ja was ganz anderes. Für die riecht das dann einfach wieder nach Futter. Und Frohlich ist der größte Rotz, den du deinem Hund geben kannst. Da kannst du dein Kind mit Viscas und Felix auch so. Da wird teilweise so viel Zucker beigemengt und die Katzen sind letzten Endes zuckerabhängig, aber ein richtiges Futter ist das nicht. Und du kaufst es halt teuer. Aber ich glaube, wir sind jetzt auf dem Konsens, warum die Leute gerade solchen Menschen Gehör spenden. Weil die sind real. Weißt du, so ein Fitness-Influencer, der den ganzen Tag seine komischen Videos da macht, ist doch realer als ein Mensch, der vor irgendwelchen NTV-Kameras steht und sozusagen ganz weit oben überhaupt nicht greifbar ist. Und dem glaube ich auch weniger. Teilweise als eben, vor allem weil wir Deutschen ja auch durch unsere Geschichte, die da ganz oben, die neigen ja dazu, uns Blödsinn zu erzählen, weil deswegen sind wir schon in den Krieg geraten oder zu DDR-Zeiten. Also Ostbürger haben da ja auch ein großes Problem mit, weil die von oben haben immer gesagt, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Bei uns in der DDR ist es einfach Raumteiler und wenn eine Tür drin ist, dann ist auch nichts ganz zu. Eben. Ihr könnt ja immer noch, ihr seid immer noch frei, mal rüber zu gehen. Dass ihr vielleicht dabei erschossen werdet, ist egal. Die deutsche demokratische Republik ist die Beste der Welt, aber vom Prinzip her ist es keine Mauer. Genau. Ich finde das jetzt nicht schön, dass so geringere Menschen wie Ossis jetzt hier mit reinzieht. Die können da nichts für. How to trigger half of the Republic. Das Schöne ist, ich bin ja noch vor dem Mauerfall geboren im Osten. Verdammt. Ich auch im Westen. Aber dass gerade heute Menschen auch teilweise ein sehr großes Problem mit der Obrigkeit haben, was ja auch berechtigt ist, ja. Aber bei den meisten schwenkt diese Skepsis in absoluten Hass und Abneigung um, sobald eben sowas wie diese Corona-Regeln, weil sie eben auch nicht einheitlich und sinnvoll und vernünftig beschlossen wurden, sondern erst wurde gesagt, das haben doch sowieso bloß die blöden Chinesen, passiert uns nicht. 14 Tage später, scheiße, mach alles dicht, wir haben ja aber sofort Tabula Rase, alles zu. Aber die Fußballstadien dürfen offen bleiben. Wir haben ja auch Chinesen hier, verdammt. Und dann wurden Ausnahmen gemacht. Wo kommt die das Chinesen her? Genau. Die ganzen China-Männer, was? Und dann... Wir sind von China und Einfuhren abhängig. Das kommt mit den Waren, das haben wir so nicht bestellt. Und dann werden hier Ausnahmen gemacht und da und der eine darf und der andere darf nicht und dann fragt er, wieso darf der, wieso darf ich nicht? Das erzeugt so viel Unmut, weil es halt keine Konzepte sind, weil sich auch keine Gedanken gemacht werden. Und deswegen glaube ich, dass solche Influencer halt viel dichter an den Menschen dran sind. Deswegen macht man ja auch mit Influencern Werbung, weil der Kunde sieht, oh, der kriegt die um die Klamotte, der macht das und das. Mäuse, Tastaturen, der spielt damit, das muss gut sein. Wenn der damit spielt, ne, dann kaufe ich das eher. Du darfst aber auch nicht vergessen, dass vielen, gerade in diesem ganzen Querdenkern und so und die sich dann darüber Gedanken machen, vielen fehlt der Intellekt dafür, das Wissen mit Wissen umzugehen. Und die können es nicht, die können es nicht verstehen, warum? Das ist doch die Regierung, die muss das doch hinkriegen und Wissenschaftler, die haben doch studiert den Scheiß, warum gibt es jetzt hier so hin und her? Ja, vielen fehlt die Bildung, die Intelligenz, aber selbst bei sehr intelligenten Menschen, Angst macht irrational. Guck mal, bei den meisten, ich sag immer so, die Vollidioten, was willst du mit denen machen? Die leben einfach zu gerne. Du könntest, du könntest, du könntest jetzt sagen, okay, wir knüppeln alle Vollidioten tot wie kleine Babyrobben. Ist aber ethisch, moralisch nicht machbar. Also was bleibt dir letztens Endes als demokratischer Mensch übrig? Ich kann sie entweder an die Hand nehmen, dass sie für andere keine Gefahr mehr sind oder kann versuchen, sie, sag mal, in die richtige Richtung mitzunehmen oder ich kann sie umarmen, ja, so wie eine Art Zwangsjacke, damit die wirklich keine Gefahr mehr für niemanden sind und nehme die einfach mit. Aber du kannst nicht, du kannst sie nicht komplett zwingen, weil du erreichst nur das Gegenteil. Und ja, du hast recht, natürlich, manchen fehlt dir die Intelligenz oder die Reflexion oder das Wissen, die Hintergründe, wieder dann auch der Dunning-Kruger-Effekt, den wir mit dem Grevy letztens besprochen haben, dass manchmal die Vollidioten der Meinung sind, sie sind die Intelligenten, aber sie sind es eigentlich nicht, schreiben sich selber mal mehr Kompetenz zu. Ich hab so oft Berührung mittlerweile mit diesem Effekt, das ist der Wahnsinn. Wenn man sobald man weiß, es fängt beim Duddeln an, sobald man weiß, wie das heißt und was das eigentlich bedeutet, sieht man das überall. Das ist echt verrückt. Das fängt beim Zocken an. Die Typen, die keine Ahnung vom Spiel haben, nicht wissen, dass es sowas wie Map-Awareness gibt. Darüber arbeite ich zum Beispiel ganz viel. Und dann über Sound, dass es sowas in anderen Spielen gibt. Ich sag bloß das eine Video, wo ich in Bronze-Lobby unterwegs bin, mein Mate mit nicht mal 200 Damage mich flamed und dumm labert und ich am Ende mit 15, keine Ahnung, 15, 16 Kills, 3000 Damage, hab den durchgeschleppt und der hat mich geflamed. Keep dying, fucking Noob. Ja, wer hat wen da durchgezogen? Ja, wir gucken weiter. Aber ich glaub, ihr versteht alle, worauf ich hinaus möchte mit diesen Influencern. Warum gerade so einem wie dem Wendler? Ich sag's nochmal, der Wendler wirkt vertrauenserweckend. Der ist sauber, ja? Der sieht sauber aus, der ist gepflegt, der macht Musik, also der steht ja auch im Volk, ja? Der ist einfach da. Egal. Und wenn du den so reden hörst, wir haben uns mal eine Doku über den angeguckt, so ein Interview. Der wirkt sehr sympathisch, der wirkt bodenständig. Ich mein, so bodenständig, wie man sein kann, wenn man irgendwann mal zehn Zuchthengste besessen hat. Und wenn der halt sowas postet, dann geht man davon aus, der meint's ja nur gut mit mir. Während der Lauterbach, sind wir doch mal ehrlich, das ist ein alter Mann, der sieht jetzt nicht besonders sympathisch aus, er sieht sehr hager aus und mit seiner Brille da. Der sieht aus wie so ein Streber, wie so ein Besserwisser-Streber-Arschloch. Die mochte keiner in der Schule. Wahrscheinlich war er sogar eins. Und vor allem, wenn er sich hinstellt und sagt, naja, Leute, ihr müsst euch impfen lassen, sonst seid ihr alle kecks. So, und dann, versteht ihr, da zeichnet sich ein einfaches, sehr eindeutiges Bild. Und je einfacher und eindeutiger so ein Bild ist, desto eher neigt man dazu, da auch mitzulaufen. Weil komplizierte Sachverhalte, die machen dir Kopfschmerzen, lassen dich nachts nicht schlafen. Aber wenn du sagst, Welt ist gut, Welt ist schlecht, ist das sehr viel einfacher. Yes, yes. Dammt. Dem Empfehlungsalgorithmus gefolgt. Also schon auch so, tatsächlich so die Verlinkung der Videos und dann auch wieder deren Verlinkungen. Also, ne, es ist eine Verlinkung zur nächsten quasi. Ja, Carlo, natürlich ist du drin. Ja. Superspannend. Bist du auf so eine richtige Recherche? Ja, natürlich. Also ich hab das nicht blind geglaubt, was da auf YouTube gezeigt wird. Oder schon geguckt, auch dieser Coach, wo hat er in welchen Bereichen schon gearbeitet. Hast du dich richtig so reingegraben? Ja, immer tiefer rein. Hat der Algorithmus Selina also ins Rabbit Hole gelockt? Wie unabhängig hat sie entschieden, was sie guckt? Sie ist auch neugierig und gibt uns einen besonderen Schatz. Ihre komplette YouTube-Watch-History. Wir kombinieren die mit ihren Insta-Postings. Ich gucke Lego, ganz viel Lego. Damit er konstruieren wir zuerst ihr früher... Klembau-Steine. ...als wir alle im ersten Lockdown saßen. Da war Selina noch zu Hause bleiben. Sie guckt in der Zeit das, was viele geguckt haben. Lustige Sportvideos. Ja, gut. Aber sie guckt auch den Muskeltyp, Coach Cecil. Und der sät Schritt für Schritt erste Zweifel. Also halten wir fest, Muskeln radikalisieren. YouTube-Sport radikalisiert. Alle YouTube-Videos löschen, die mit Sport zu tun haben. Alle Sportler löschen. Was? Also du wolltest heute auch Sport-Stream machen? Schäme dich. Da werde ich mir auch Mühe geben zu radikalisieren. Ich möchte euch ja alle zum Dschihad bewegen. So. Allah! Wir trainieren unser Körper für den Kampf. Bin ich sofort dabei. Yes! Gerade in so einer Zeit wäre das Dümmste, was ich machen würde, mit einem schlechten Vitamin-D-Spiegel rumzulaufen. Es wird wirklich dramatisch. Also es geht um die ganzen Verstrickungen, Verbindungen von Bill Gates und den ganzen Organisationen. Jeder, der was anderes sagt, kommt entweder in die Psychiatrie, ins Gefängnis, die Videos werden gesperrt. Das stimmt so nicht ganz. Es gibt Leute, die im Knast landen. Muss man aber in Relation sehen. Wenn ein, äh, ein, ein Mensch Straftaten begeht und auf, keine Ahnung, TikTok oder sonst wo Scheiße erzählt und dann eingeknastet wird, dann wird er nicht eingeknastet, weil er auf TikTok Scheiße erzählt hat, sondern weil er Scheiße gebaut hat im echten Leben. Steuerhinterziehung oder sonst was. Übrigens, das ist ja beim Wendler gerade der Fall. Da geht es um Finanzen, Steuerhinterziehung und so weiter. Deswegen hat er ja den Haftbefehl. Es wird aber so hingestellt, teilweise, dass er diesen Haftbefehl hätte, weil er auf Telegram und Co. unterwegs wäre. Das stimmt so nicht. Den Haftbefehl hat er, weil er einen Gerichtstermin hatte, wo er persönlich vorstellig werden wollte. Seinen Anwalt hat er hingeschickt und das reichte dem Gericht nicht. So, seitdem gibt es den Haftbefehl. Und das hat nichts mit seinen Aktivitäten auf Telegram zu tun. Das wird aber jetzt so hingestellt. Der Wendler wird nicht vom System verfolgt, weil er unangenehme Sachen auf Social Media postet. Die hängen sich alle sehr schnell ans Kreuz. Das ist halt, das ist halt auch Propaganda, so wie sie zu Nazi-Zeiten gemacht wurde. Natürlich. Sender Gleiwitz. Ein paar Nazis in eine Polenuniform gesteckt, rein, loschig, loschig, da, da, da war ein paar Leute erschossen und dann, das waren die Polen. Ne. Das ist so eine Falls-Flag-Geschichte. Der Staat will mich in den Knast bringen, das machen die doch nur, weil ich auf Telegram meinen Mund aufmache. Nein, du bist wegen Betrügereien am Schlawittchen, wollen die dich kriegen. Komisch, dass der Betrüger auch dann wieder lügt, ne? Verstehe ich, Wahnsinn. Das ist halt, da ist halt wieder so tief reingezoomt, ja? Man sieht nur ein Ding, ah, der wird jetzt festgenommen, weil, nein. Das hat andere Gründe. Äh, bitte, was das für ein Verlauf ist da? Äh. Also, die wollen Xavier Naidu, dann kommt Khatar Godroh. Ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade sagen, warum, warum ist Khatar nicht ganz oben, Bruder? Ist so. Diese beiden sind am Anfang ihre Begleiter, Coach Cecil und der verschwörungsideologische Xavier Naidu. Was ist mit Nena? Bringt uns verdammt doch mal Beweise, dass dieses Ding echt ist. Wir wollen... Und gerade so ein Xavier Naidu, ich meine, dieser Weg wird kein leichter sein, Fußballhymne und so weiter, ja? Der ist, der ist im, jeder kannte den. Jeder hat die Musik von dem mal gehört, viele mochten ihn. Der ist sympathisch. Ich sage die Musik immer noch ganz gut. Er hat auch coole Musik gemacht, aber dass das dann halt so ein Verschwörungstheoretiker wie auch immer ist, ja? Das sehen die meisten Leute dann gar nicht, weil der Xavier ist doch ein... Ich meine, der macht doch Musik für Rettet die Menschen und alle sollten sich gegenseitig lieben. Das sind doch Werte, die... Der macht doch Kuschelmusik. Eben, der macht schöne Musik und die klingt gut und, ne? Ja. So, und wenn der sich dann... So, und wenn der sich jetzt dann hinsetzt, ey, in New York und am Central Park, es gibt die Hohlerde, da haben die ganze Kinderfarmen, wo die die Kinder für das Nor-Ephedrin oder so abmelken, die foltern die, damit die Reichen sich zerspritzen können, dann sagen sich manche Leute, ja, man, wenn Xavier das sagt, dann ist das so. Ja, verrate jetzt nicht so viel, hör mal. Ich weiß nicht, meine Haupteinnahmequelle gerade preisgegeben, ups. in Ruhe über das Frühjahr 2020, als alles losging, reden. Sie sei damals in der Ausbildung und sehr allein gewesen. Da war einfach dieses Gedanken-Pingpong. Also, ich bin ja alleinerziehend gewesen bis zu dem Zeitpunkt. Ich hatte abends keinen Partner oder Mann, mit dem ich mich austauschen konnte über das, was da draußen passiert. Die ganze Zeit dieses... Wir hören es. Sie war alleine mit ihren Depressionen zum Beispiel oder mit ihrer Angst. Man kann Frauen nicht alleine lassen. Ich hatte keinen Partner abends, der mir mal diese dummen Gedanken aus dem Kopf geprügelt gefügelt hat. Oh Mann. Aber Auden hätte jetzt eigentlich sagen müssen, ja, das ist wie bei meinem Hund, wenn ich da nicht Kontrolle drüber habe, dann macht mein Hund auch. Also deswegen, Frauen sind wie Hunde. Und das meine ich nicht. Und das meine ich abwertend. Nicht abwertend. Irgendwas machen die Araber schon richtig, ne? Ach Gott. Ja, anscheinend ja schon. Warum Araber kein Schach spielen? Na? Weil die Dame nur einmal schlagen kannst. Uff. War natürlich ein Spaß. Das ist natürlich alles ironisch gemeint, Leute. Also das muss man auch nochmal ganz klar sagen. Weißt du, warum sie wirklich kein Schach spielen? Weil die Dame sich frei bewegen kann. Naja, weil Achtbrett kein Schachbrett hat. Ach komm. Wie gehe ich jetzt damit um, dass ich zwei verschiedene Warum steht ihr nicht mit Kopftuch am Herd? Was ist hier los? Anstrengepunkte quasi analysiert oder für mich gefestigt habe. Wie gehe ich damit um? Wie kanalisiere ich das? Und habe dann halt auch das Schreiben angefangen, um einfach auch meine Emotionen dazu irgendwie ein bisschen zu 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 setteln und damit umgehen zu können. Es beginnt sich zu drehen. Frauen richtige Gefühlswesen sind und die Männer dann eher die Rationalität. Ich bin Selina und einige kennen mein Profil und meine Texte vielleicht auch schon. Wenn sie denn so reif geworden sind. Ihre Postings auf Instagram verändern sich. Ab Mitte April postet sie Freigeist Gedankenwelt. Dann Stay awake Bleib wach Ein Hashtag der Querdenker Und am 22. April sitzt sie in der Hamburger Innenstadt und demonstriert zum Erd Das mit dem awake sein, diese Woke Culture in der wir auch heutzutage leben dass man Probleme mitbekommt die teilweise gar keine sind ist halt ziemliche Rumeierei Hallo Melanconian Wunderschön Erstmal in ihrem Leben Eigentlich ist ihr das Ganze ein bisschen unheimlich Kurz vorher hört sie auf YouTube Dendemann Insel meiner Angst Ein Blick in ihr Bücherregal Adam Smith George Orwells 1984 Die Bücher kenne ich stehen sich ja bei vielen von uns Aber dann auch die Zeitschrift Kompakt Ein rechtspopulistisches Blatt das der Verfassungsschutz als Verdachtsfall führt Habe ich ja gerade den völkischen Beobachter gesehen Hoffentlich Da war auch Dings hier Wie heißt das hier Der dritte Weg stand da auch irgendwas mit Das ist ein Buch So Ich hab das mal gehabt dass ich von Camp Act Das ist so eine Art Spendenorganisation zur Rettung von Lachsen hatte ich mal einen Link geteilt auf Facebook Und da hat mich jemand in irgendeinem Chat Da ging es um irgendwas Wir haben diskutiert Und dann fing der auf einmal an mich da übelst runter zu machen Dass ich Kompakt und so weiter Und ich konnte das überhaupt nicht nachvollziehen Ich so Ich bin dort nachgegangen Ich so In meiner ganzen Timeline konnte ich nichts finden von Kompakt Suchte der mir das raus Postete das als Screenshot drunter Und ich so Du kannst ja nicht mal richtig lesen Und willst mit mir streiten Da steht Camp Act nicht Kompakt Das sind zwei verschiedene Sachen Hättest du mal auf den Link Klick dir das angeschaut Hättest du gemerkt Da geht es um Um den Schutz von Lachsen Irgendwo in Alaska Decker Und nicht dass Irgendein Rechtsnational orientiertes Blättchen da irgendwas gepostet hätte Idiot Aber bin gespannt Was die uns jetzt noch erzählen Proteste Sie fühlt sich so langsam Auf der anderen Seite Der Gesellschaft Fühlt ihr euch auch so ein bisschen Irgendwie im Widerstand so Äh ja Ja Und ist das was Was so seit März In dir immer weiter geht Dieses Fragen, Fragen Definitiv weiter fragen Weiter recherchieren Weiter gucken Was da draußen passiert Was recherchierst du denn Da sehe ich schon ein Da sehe ich ein ganz großes Problem Wo ich schon wieder Richtig Hass kriegen würde Auf das Mäuse Sie recherchiert nicht Sie hat ein Sie hat Magazine abonniert Wofür sie recherchiert wurde So findet Journalismus statt Da macht sich jemand die Mühe Und schreibt da was zusammen Aber eins darf man nicht vergessen Je nachdem Welcher Quelle man sich bedient Ist diese Quelle Subjektiv beeinflusst Wenn ich einen Artikel Über die Über das Tempolimit schreibe Dann wird sicherlich auch Meine eigene Meinung Damit reinfließen Dass ein Tempolimit sinnvoll wäre So wie ein anderer Der das absolut scheiße findet Auch zu der Konklusion kommen wird Dass es vielleicht nicht so geil ist Gerade wenn es um Politik geht Die Frau liest Hälfte Die gerade auch aus einer ganz bestimmten Politischen Strömung kommen Was ihr gutes Recht ist Aber sie nimmt diese Als garantiert Einzige Quelle Und lässt auch nur die Als Quelle zu Sie selber recherchiert Gar nicht Sie liest das Was andere Recherchiert haben In Anführungszeichen Da habe ich ein großes Problem Recherchieren heißt nicht Ich lese einfach das Was jemand anders mal Irgendwie so In einem Magazin Zusammengefasst hat Das ist meistens sehr rudimentär Runtergebrochen Was da beschrieben wird Also da ist Für mich ein Problem Das ist ein Kernproblem Weil sie Sie nennt es Recherchieren Letzten Endes Kriegt sie das Vorgekaut Und akzeptiert das Für sich als Meinung Das sehe ich als Problem Recherchieren wäre Sie würde sich Alle Quellen angucken Und würde sich sozusagen Einen Mittelschnitt Rausrechnen Und würde auch Im Fokus der Zeit Betrachten Welche Äußerungen Von wem getätigt Wie viel Wahrheitsgehalt Beinhalten Bis heute konnte mir Noch keiner Das würde aber Ja Das würde aber mit beinhalten Dass man dann auch Sich hinstellt Und generell davon ausgeht Dass jeder sich jederzeit Irren kann Und allein das sehe ich nicht Eben Das wird ja Das wird ja komplett rausgenommen Sie hat ihre Wir nennen es heute Filterblase Die akzeptiert sie Das ist ja soweit auch in Ordnung Nur sie darf dann nicht sagen Dass das allgemeingültige Realität und Richtigkeit ist Das ist falsch Das ist falsch Und das sage ich Obwohl ich eigentlich Auf der Gegenseite zu ihr bin Also Oder besser gesagt Ich stehe fast in der Mitte Zwischen diesen Parteien Weil Sehr wohl haben einige Querdenker Mit Ansätzen recht Aber so wie Carlo Jetzt gerade auch schrieb So Xavier Nadu Singt mit Herz Jeder versteht seine Texte anders Kommt dran In welcher Matrix man lebt Höppe da auf Das mit der Matrix Xavier Nadu Hat schöne Texte Und wenn er singt Dieser Weg wird kein leichter sein Und so weiter Das ist schön Aber wenn dieser Wenn dieser Xavier Nadu Sich hinsetzt Und sagt Es gibt eine Hohlerde Und da werden irgendwelche Kinder Gefoltert für Noradrenalin Oder so eine Scheiße Das ist Das kann der doch nicht mal beweisen Mann Das ist Blödsinn Das ist Vergleich das bitte mal Mit einem Adolf Hitler Der Adolf Hitler hat gesagt Ich schaffe mehr Arbeitsplätze Hat er das geschafft? Wahrscheinlich ja Das hat funktioniert Aber das im Umkehrschluss Weil wir den an die Macht gelassen haben Sechs Millionen Juden vergast wurden Und auch ganz andere Bevölkerungsgruppen Verstehst du Man muss das auch in Relationen sehen Xavier Nadu hat schöne Musik gemacht Aber der sollte Wenn es um politische Sachen geht Vielleicht besser seinen Mund halten Weil er sehr viel Scheiße erzählt hat Das ist wie mit einem Wendler Wenn der Wende eine politische Meinung hat Ist in Ordnung Die darf auch gerne äußern Aber ich darf doch keinen Quatsch Und keine Lügen erzählen Und wenn die Leute sagen Macht eure Augen und eure Herzen auf Ja Aber seltsamerweise sind die Leute Die sich in extreme Lager stellen Und jetzt auf der Straße stehen Und alle Corona-Maßnahmen verteufeln Und die Masken sind Bullshit Die Leute die das machen Die haben ja meistens nicht mal Beweise dafür Sondern die verschließen ihre Augen und Herzen Vielleicht vor der Realität Und vor ihrem Gegenüber Wenn ich mich für Akzeptanz einsetze Dann muss ich auch bereit sein Meinen Gegenspieler zu akzeptieren Zu Wort kommen zu lassen Mit dem zu diskutieren Und wenn der vielleicht Recht hat Dass ich ihm das Recht auch geben kann Dass ich sagen kann Jo, du hast Recht in diesem Punkt Da kann ich auf dich zugehen Aber das würde bedeuten Dass man von seiner eigenen Position Auch mal abrücken muss Das ist schwer und kostet Kraft Machen wir hier auf Twitch jeden Tag Ist auch teilweise unangenehm Man muss sich Fehler eingestehen können Das ist aber auch der Punkt Woran ich dann Erwachsene festmache Ein Erwachsener ist selbstsicher genug Andere Meinungen zu akzeptieren Andere Meinungen zu reflektieren Und, also was heißt akzeptieren Akzeptieren nicht in dem Sinne von wegen Ja, du hast eine andere Meinung Deswegen stimmt das Nee, sondern Sondern, sondern Sich selbst Selbstständig hinterfragen Und nicht daran zerbrechen Das ist Erwachsensein Richtig Das sehe ich bei den ganzen Bei drei Vierteln der Qualitätsbedenkerbewegung nicht Die stellen sich hin Für mich ist das Realität Und wenn du mir das jetzt absprichst Bist du ein Arschloch Eben Natürlich Eismann Geht für beide Seiten Geht für beide Seiten Guck mal Ich komme ja von der Gegenseite Von dieser Dame zumindest Oder ich bin zum Beispiel Ich bin pro Impfen Auch ich habe meine Bedenken Aber ich sage Historisch betrachtet Impfen rettet Milliarden von Menschenleben Jeder, der was anderes behauptet Okay Mumps, Masern, Röteln Wundstarkrampf Bitte Kinderleben Zeig mir mal Wie das wäre ohne Fahr mal in Länder Wo das vielleicht nicht so Gang und gäbe ist Und schau dir mal da Die Mortalität Auch gerade bei Säuglingen an So ein tolles System Ja Dass mit diesen jetzigen Impfungen Dass es da Häuperig war Und dass manche Leute eben nicht Sich erklären können Warum das so schnell ging Und so weiter Da bin ich voll bei euch Gerade weil wir auch Bei bestimmten Sachen Wie der Langhaltigkeit Oder Langschäden Die da auftreten könnten Oder was auch immer Ist richtig Das ist ein Experiment Das man jetzt gemacht hat Oder das war jetzt ein Das hat es so noch nie gegeben In der Menschheitsgeschichte Das heißt Es gibt auch Reibung Es gibt Diskussionspotenzial Natürlich Aber trotzdem Impfen rettet Leben Und dennoch Spreche ich niemandem ab Seine Skepsis zu haben Oder zu sagen Na ich tue mich sehr schwer damit Mich vielleicht impfen lassen zu wollen Das Recht hat jeder Aber wenn man so mega extrem Sich da versteift Und ihr tötet mit euren Impfungen Tötet ihr Menschen Und jemand postet Bis September sind alle Geimpften tot Das stimmt nicht Hört auf Und ganz ehrlich Wenn jetzt mein Gerechtigkeitsempfinden wäre Dieser Doktor Den es glaube ich auch so gar nicht gibt Und auch den Michael Wendler Wenn die sowas posten Solche Lügen In ihrem Namen Und es bestätigt sich nicht Und es sind nicht im September Tod Dann gehören diese Leute Eigentlich Geteert und gefedert Von der gesamten Gesellschaft Die gehören gecancelt Und die gehören vors Gericht gestellt Und die gehören weggeknastet Weil das Recht hat In meinen Augen Niemand Einfach Lügen zu erzählen Und die Leute zu verarschen Weil wenn sie denn Wirklich so wie sie sagen Dass sie mit offenen Augen Und offenem Herzen Für die Für die Menschheit Und für die Gesellschaft da sind Warum kommen dann zum Beispiel Die Spenden von diesem Michael Ballweg Dem Organisator von Von Querdenken Kommen diese Spenden nicht da an Wofür er sie Deklariert Ha? Moment, Moment Da muss man jetzt mal unterscheiden Es sind ja keine Spenden Es sind Schenkungen Und mit Schenkungen Kannst du machen was du willst Ja, aber Er ruft ja zum Spenden auf Und sagt hier Das ist dann für die Und die Flutöpfer Das ist richtig Ich kenne kleine Twitch-Streamer Die nicht viel Geld verdienen Und die Spenden sammeln Und das Ganze einzahlen An zum Beispiel hier Diese ganzen Spendenorganisationen Da kommt das Geld an Ja Also wenn Jemand sowas behauptet Dann muss er auch Für diese Äußerung gerade stehen Das heißt auch Michael Wendler Der sowas postet auf Telegram Muss dann dafür Auch haftbar gemacht werden Wenn er so eine Scheiße erzählt Genauso wie irgendwelche Schwurbler Die den Leuten sagen Du musst bloß sauberes Wasser trinken Dann wird das mit deinem Krebs schon Wenn dann der andere Am Krebs verstirbt Dann ist dieserjenige Der eben den Quatsch erzählt hat Auch haftbar zu machen dafür Konto ist eingefroren? Ach ja genau Sie haben es jetzt Bei dem Ballweg Haben sie jetzt das Konto eingefroren Zum Glück Da hat PayPal jetzt reagiert Wenn das Geld wenigstens da ankäme Wo es hin soll Wäre das total schön Tut es ja aber nicht Der hat sich Der ist Millionär geworden Durch Corona Durch sein Durch Querdenken und so weiter Hat er Hat er sich Der Kritik diesbezüglich Schon mal gestellt? Er ist ja sonst immer so Vokal und öffentlich Gerade mit Megafon Vor der Schnauze Aber wenn man ihm immer Die Fragen stellt Wo geht denn das ganze Geld hin? Na wenn er denn so sozial ist Dann sollte er diese Quellen In die er das ganze reinfüttert Sollte er mal offenlegen oder nicht? Wenn er so sozial ist Hey Dann kann er es doch zeigen oder nicht? Und wenn er ein bisschen Ganz kleinen Teil davon abzweigt Dass er seine Aktivitäten Ich meine das ist normal Jedes wirtschaftliche Unternehmen Läuft so Klar Aber eben nicht Aber allein Allein der Punkt Wo ich quasi jeden Querdenker für lächerlich Erklären würde Ist der Umstand Dass dieser Jetzt habe ich seinen Namen Schon wieder vergessen Der Typ der da Querdenken veranstaltet Ballweg Das ist der Ballweg Das ist ein Busunternehmer Der sich in der Krise gedacht hat Scheiße was mache ich jetzt Ich darf meine Busse Nicht mehr fahren lassen Oh Ich organisiere Demos Und hey Ich stelle den Leuten Busse zur Verfügung Um von den Städten Dahin zu reisen Ja Aus einem anderen Grund Wurden die meisten Demos Gar nicht abgehalten Aus einem sehr wirtschaftlichen Grund Ja Also könnte man zumindest vorwerfen Das könnte man zumindest vorwerfen In den Raum stellen Die Frage Warum ist denn das eigentlich so Was heißt vorwerfen Das ist die Entstehungsgeschichte Der meisten Querdenker Demos Richtig Ja Aber Weißt du man Aus vielerzählen Interesse So und die lassen sich da hinkarren Wie dämliche Stimmvieh Und als Als Pappkameraden Da vorne quasi Hinstellen Und dann stehen da 75 Leute gegen 3000 Gegensemonstranten Wir sind das Volk Und ihr untertragt uns Ja Und das alles nur Weil ein Typ Kohle machen wollte Weil ein Typ Versucht hat Während der Pandemie Noch zu überleben Und er hat euch alle verarscht So Da finde ich Da finde ich es eher schlimm Wenn man diesen Diesen Bodo Schiffmann Der sagt Masken töten Menschen Das Ganze aber nicht beweisen kann Sondern wenn Dann ist es Ein junges Mädchen Kippt mit Maske auf dem Gesicht um Und es wird gesagt Die ist deswegen gestorben Dass sie eventuell Vom LKW überfahren wurde Während sie die Maske auf hat Ist erstmal scheißegal Ich glaube man muss Viel mehr miteinander diskutieren Jetzt auch gerade Wenn es um diese Doch man muss viel diskutieren Weil wenn man nicht Miteinander diskutiert Sondern einfach sagt Das ist so und fertig Dann ist man nicht besser Als die Gegenseite Kannst aber mit solchen Menschen Nicht diskutieren Mit vielen kann man nicht diskutieren Aber mit einigen Kannst du trotzdem noch was erreichen Ich habe es neulich wieder In der Kneipe gehabt Da saß einer Volltrunken Und will mir erzählen Dass ich demnächst Als wenn die nächste Grippewelle kommt Dass ich der Erste bin Der Tod umfällt Wegen meiner Corona-Schutzimpfung jetzt Und solche Leute Muss man dann Er ist der Erwachte Er hat die alleinige Wahrheit Und ich habe versucht Mit ihm zu reden Du kommst da nicht Ja gut Ist aber auch besoffen Die sind Ist egal Auch wenn er nüchtern gewesen wäre Die sind in der Position Ich habe es oft genug versucht Die sind in der Position Ich habe auf magische Weise Ich habe die richtigen Kanäle angezapft Da ist die Wahrheit Und alles was du erzählst Ist dämliche Scheiße Die du von den Mainstream-Medien abgekriegt hast Weil du nicht die richtigen Quellen hast Und ich habe sowieso Doktoranden Und hasse nicht gesehen In meinem Freundeskreis Die alle sagen Dass das genau so ist Wie ich das jetzt hier behaupte Wo wir wieder bei der Wo wir wieder bei der Einseitigkeit sind Man muss Also beide Seiten müssen Bereit sein Mit der Gegenseite zu diskutieren Und sich den Argumenten Der Gegenseite auch mal zu öffnen Und dann kann man nämlich Das Wichtigste ist ja dann die Wissenschaft Dann muss man eben hingehen Und vergleichen Und dann kann man Wenn jetzt in 5, 6 Jahren Können wir glaube ich Ein ganz gutes Resümee Aus unserem Verhalten Mit Corona ziehen Spätestens dann würde ich Solche Leute zur Rechenschaft ziehen Alle die jetzt sagen Dass im September Die ganzen Geimpften sterben werden Die würde ich vor Gericht stellen Wenn im September Nicht alle sterben Aber spätestens da hast du auch wieder So Totschlagargumente Wie ja nee Mit Wissenschaft kannst du mir ja gar nicht kommen Weil die ganze Forschung Die war ja schon abgeschlossen Bevor Corona überhaupt raus ist Das ist ja alles bewiesen Corona Man hat erst den Impfstoff entwickelt Dann hat man Corona ausbrechen lassen Und dann so ein bisschen gewartet Die Menschen sterben lassen Panik ausbreiten lassen Und dann hat man gesagt Oh guck mal hier Wir haben ja schon 450.000 Impfdosen fertig Hallo Dann müssen die Leute Das auch wirklich mit Nachhaltigen beweisen Und das füttern Nein das kannst du ja nicht Das ist ja alles unterdrückt Die ganze Wahrheit wird ja unterdrückt Du hast da nichts Das ist alles von Mund zu Mund Das kriegst du halt dadurch in Kräfte Dass du sagst Woher weißt du denn das Wenn das so unterdrückt ist Weil wenn der Staat so super stark ist Und das so unterdrückt ist Ja weil er kennt da Leute Du als einzelnes kleines Schlusslicht Als kleiner Fliegenschiss Hast das mitbekommen Irgendwer muss es ja wissen Also können diese Leute das auch teilen Ja nee nee Der kennt Zahnärzte Die Leute wurden schon teilweise weggesperrt Wegen der Wahrheit Da kannst du nicht einfach mal so jemanden ranholen Der das bestätigen kann Das ist nicht möglich Nein aber Es ist die Wahrheit So wie Ufos Die man auf den Bildern nie erkennen kann Bei Ufos ist die Handyquali immer wie 1970 Nee aber ab dem Punkt kannst du mit den Leuten nicht mehr reden Und deswegen sag ich Man muss nicht ewig diskutieren Das bringt nichts Ähm Iceman Das ist Da gibt's ein schönes Beispiel Das ist wie mit einer Taube Schach spielen Du kannst dich So gut es geht auf die Partie vorbereiten Du kannst so clever spielen wie du willst Die Taube wird übers Brett laufen Draufscheißen und die ganzen Figuren umschubsen Ja Ähm Iceman Du hast natürlich recht Ähm Ähm Dass das Problem ist Dass gerade solche Leute wie Wie der Wendler Wie Attila Hildmann Und auch wie Xavier Naidoo Diesen Begriff Querdenker für sich jetzt gebrandet haben Eigentlich ist Querdenken eine absolut tolle Sache Ja Also auch mal außerhalb der Norm und der Regel denken Ist sehr wichtig Das ist Muss auch in einer Demokratie Muss es das geben Aber diese Leute verkaufen Ihr Geschwurde Und ihre Geschwurbele Ihre Lügen In der Regel ist in der Regel so Das stimmt Das sind 2% seiner Aussage Die anderen 98% sind scheiße Und deswegen wird auch das Wort Querdenker So negativ behaftet Ein Querdenker an sich ist erstmal nichts Negatives Aber die Leute die sich auf die Straße stellen Und nur schreien Und äh Auf alles scheißen Polizisten angreifen Da ist eben Da gibt's ein Problem Weißt du Ja Damit wird dieser Begriff leider gebrandet Das Wort an sich Kann nichts dafür Aber es sind Leute Wie diese Die jetzt schon mehrfach genannt wurden Die mit ihrer Scheiße Die sie verzapfen Das Wort in den Dreck ziehen Aber ich möchte mal trotzdem weiter gucken Äh Und äh Carlo Das geht gegen die Terms of Service Kein Aufruf zur Gewalt Gegen andere oder gegen sich selber Können wir nicht machen Danke Charlie Vor allem Wie willst du dich selber vergasen Wenn du kein Auto hast Ausgedrückt Die Lehrer und seine Partnerin Geben uns sogar Monate Interviews Man würde sie wohl Alternativ nennen Richtig Frau Sensen Genau das Im Film stehen sie schon immer skeptisch gegenüber Obse alle Ego Meine Kollegin Caroline Hat live und Jana besucht Und ist mit ihnen auch In den März 2020 zurückgesprungen Merkel hat eine Rede gehalten Am 18. März Und hat dann Diesen Lockdown verkündet Mann Es gibt eine Warnung Wenn jetzt einer nochmal so eine Scheiße Reinschreibt in den Chat Dann kriegt ihr einen Bann Leute Wenn ihr meinen Content mögt Dann hört auf so eine Scheiße in den Chat zu schreiben Ich werde dafür haftbar gemacht von Twitch Mann Ich werde dafür gebannt Okay Reicht langsam Mensch wie blöd kann man sein Jetzt mal ehrlich Revan hat gefragt Bastel Denk mal drüber nach bitte Wie haben sie damals diese Zeit empfunden Also wirklich so ganz am Anfang Das war eine rhetorische Frage Alles gut Carlo Alles gut Dann kam die Polizei Die Polizei Die Polizei mit einem einfachen Steifenwagen Und wir dachten Die wollen jetzt da den Parkplatz irgendwie regeln Weil der Parkplatz war total voll Aber die fingen tatsächlich an Die Windsurfer anzusprechen Die an Land kamen Und die mussten aufhören Die haben sozusagen die Windsurfer Vom Wasser geholt Aber man kann es einfach nicht glauben Was man da gerade sieht Also in dem Moment Und das verarbeiten Aus welcher Gefahr So jetzt Aus der Ach ja Fassungslos kann man nur sagen Ja ist vielleicht eine blödsinnige Aktion Aber ich habe jetzt in dem Video Habe ich jetzt erstmal gar nichts Schlimmes gesehen Ich habe einen Polizisten gesehen Das sah eher aus Als wenn sogar zwei Polizisten miteinander reden Aber wenn die da jetzt langlaufen Und sagen Ey Leute Wäre ganz cool wenn ihr damit aufhört Es geht ja eher um das davor oder danach Weil die Windsurfer Die sind dann irgendwann fertig Und dann setzen die sich auf ein Bierchen Zusammen ans Lagerfeuer oder sowas Wahrscheinlich Ja Also dann macht man hinterher ein bisschen Party Oder sowas Und das wollten sie vielleicht verhindern Oder man sagt Ey ist eine Sturmwarnung draußen Eigentlich soll niemand rausgehen Ja Der rote Ball ist draußen Oder die rote Fahne Wir müssen regeln Ich habe jetzt aber allgemein Nichts Schlimmes gesehen Dass die Polizisten rumlaufen Und da jemand ansprechen Ist halt unangenehm Kommt noch Kommt noch Da müsste ich jetzt mehr sehen TOS Terms of Service Geschäftsbedingungen Aus heutiger Sicht Vielleicht tatsächlich überzogen Aber damals wusste man ja kaum was Über das Virus Doch Leif und Jana waren skeptisch Das sei nicht durch Social Media Oder YouTube gekommen Sagen sie Sie seien schon immer Kritische Geister gewesen Doch ging es los Mit einem Video Ausgestreit beim ZDF Ein Film in der frühen Corona Phase In dem die Maßnahmen kritisch beleuchtet wurden Mich ärgert Mich ärgert Dass jetzt so viele Menschen Darunter leiden müssen Unter dieser Panik Die gemacht wird Ja Dass unnötig Menschen In Quarantäne gebracht werden Dass wichtige Veranstaltungen Abgesagt werden Dass Menschen Wirtschaftlichen und persönlichen Schaden nehmen Ohne dass das medizinisch Irgendwie Die wirklich begründbar wäre Und haltbar wäre Muss man aber im Kontext sehen Die Aussage Weil von den Medien Wurde es so gestellt Als wenn diese Krankheit Wie Ebola wäre Mit einer Mortalität Von über 70% Das heißt über 70% Der Leute die es kriegen Sterben daran Corona war aber Eine neue Sache Und Corona ist Zahlenmäßig gesehen Ungefähr doppelt so kritisch Anscheinend Wie die normale Grippe Das heißt Ungefährlich ist der Mist nicht Wurde teilweise überreagiert Ja Wurde teilweise zu wenig gemacht Auch ja Und was er sagt Dass Leute dadurch Einkommen verloren haben Oder dass sich die Lebensumstände Zum Schlechteren gewendet haben Ja Ist richtig Kann man Scheiße finden Das ist wie Wohnungen sauber machen Macht euch das wirklich Spaß Aber ihr macht es trotzdem Damit ihr nicht im Dreck leben müsst Ich nicht Ich auch nicht Ne aber Jetzt muss man einmal Wie gesagt Die Aussage dieses Arztes Muss man ja mal im Kontext sehen Und andersrum Was wäre denn die Alternative Richtig Also ich bin froh Das erstmal zu viel gemacht wurde Auch mit diesen Dieser kleinen Tränen im Auge Mit dass dann halt Leute Wirklich ihre Existenzen verloren haben Aber stell dir mal vor Man hätte das jetzt Lascher angegangen Als es sein müsste Laschet angegangen Einfach weglachen Oh den hab ich gar nicht kommen sehen Einfach weglachen Da bin ich auch auf der Linie vom Gremi Da bin ich lieber zu viel als zu wenig Was Maßnahmen angeht Lieber sicherer Ja Aber dafür Ein Punkt muss man dazu sagen Ich glaube da sind wir uns auch einig Auch der Odin Lieber am Anfang Einmal übers Ziel hinausgeschossen Einmal zu sicher Aber sobald man Je mehr Informationen kriegt Dann heißt das eben nicht So wir ziehen das jetzt durch Sondern Wir bewerten jeden Tag Diese Situation neu Jeden Tag kriegt man neue Informationen Jeden Tag weiß man Wie gestaltet sich das Was kommt da wirklich auf uns zu Und nicht dass man sagt So wir machen alles zu Und dann lassen wir das so vor sich hinlaufen Sondern wir gucken jeden Tag aufs Neue Ob das Ganze so schlimm ist Wie wir angenommen haben Und wenn wir sagen Oh So furchtbar ist es gar nicht Okay dann müssen wir aber ein bisschen vernünftiger Wie gesagt jedes Bundesland Jede Ortschaft hat ihr eigenes Ding gemacht Das ist ein großes Problem Ja aber du kannst doch nicht Du kannst doch nicht erwarten Dass da richtig gearbeitet wird Das geht doch gar nicht Das Covid in Thüringen War ganz anders als das in Sachsen In Thüringen gibt es kein Covid Ja Aber Thüringen Thüringen ist das letzte Bollwerk gegen den Bolschewismus Das liegt aber auch an der Geringen Bevölkerungszahl An der Einwohner pro Quadratkilometer Man muss halt Man muss solche Sachen immer Im großen Zusammenhang sehen Und eben rauszoomen Aus dem Ganzen Und nicht nur Jeden kleinen einzelnen Teilpunkt Für sich nehmen Sondern das Ganze nehmen Diese Aussage Die er getroffen hat Wissen wir eigentlich Welche Frage ihm gestellt wurde Und in welchem Kontext Er das gesagt hat Weil er bezieht sich vielleicht Auf Statistiken Auf Wissenschaft Also die meisten Professoren und Doktoren Und Ärzte sagen auch Manche Corona-Maßnahmen Waren absolut scheiße Und in Anbetracht dessen Dass viele Leute Ihre Existenz verloren haben Und dass auch Depressionen Zugenommen haben in Deutschland Waren einige Maßnahmen Absolut scheiße Sie waren Aber manche waren halt auch Notwendig Das heißt man muss sich Dafür das kleinere Übel entscheiden Und da hat man teilweise Fehler gemacht Konsequenz daraus ist Wir sollten vielleicht uns mal Ein Notfallsystem Auf den Plan schaffen Das hat man Zu kalten Kriegszeiten Hat man sowas erarbeitet Und diese Konzepte Schlafen auch heute noch Vielleicht bräuchten wir die mal Dafür müsste aber auch Deutschland Innerhalb der Bundesländer Müsste man mehr zusammenarbeiten Aber diesen Kontext Sehen wir ja gar nicht Weil wenn wir das Wenn wir das mal richtig verstehen wollen Dann klappt sich ein riesiges Buch auf Und dann sehen wir Wir haben groß viel Arbeit zu tun Also jeder Einzelne von uns Das wollen wir nicht Wir wollen eine einfache Aussage haben Der Typ sagt Ist alles scheiße Ja eben Ist alles scheiße Und jetzt kann ich mein Leben Angenehm weiterleben Und brauche mir keine Viertelstunde Mehr Gedanken machen Sondern ich weiß Die da oben sind alle Kacke Und wollen uns betrügen So So hat der Tag Struktur Sagt Volker Pispas schon Richtig Nichtsdestotrotz Ich muss jetzt los Ich muss jetzt in die Werkstatt Alles klar Haust du rein mein Bester Ist dein Panzer schon wieder kaputt Nee nee Ich muss mein Öl wechseln lassen Alles klar Ui Ich wünsche dir viel Spaß Pass auf dich auf Und ein schönes Wochenende Falls du uns nicht mehr sehen Ja dann wünsche ich euch auch Haust du rein Bis denn der Antenne Ciao Kakao Und see you later See you later Allegated See you later Ja aber das ist auch tatsächlich Ganz genau mein Eindruck Dass sich viele Querdenker Sehr sehr bequem machen Mit ihrer Meinung Oder viele Skeptiker Aber generell Der Mensch ist faul Und der neigt dazu Sich das bequem zu machen Eine bequeme Meinung Ist immer eine schönere Meinung Weil Da braucht man sich nicht Viel mit einem Thema beschäftigen Sondern man hat Ah einen Punkt Einen Feind Und fertig Aber es ist eben nicht Ein Feind Oder ein Punkt Oder ein einziges Problem Sondern Es kommt eine riesen Bandbreite auf uns zu Und dann ist man eben Nicht mehr nur In einer kleinen Bubble Sondern man versteht Diesen gesamten Kontext Der eben nicht nur national Oder regional National Sondern auch international ist Was betrifft uns alle Corona hat in Amerika Zugeschlagen Wie eine riesige Faust Weil die das ignoriert haben Die Schweden genauso Schweden am Anfang Alle so Guck mal bei den Schweden Ist noch nix Ihr müsst mal im europäischen Kontext Sehen wo Schweden überhaupt steht Also wie viel Import Export und so weiter Tourismus etc Und auf einmal Flackert Schweden auf Auf der Karte Wie ein verdammtes Waldbrandgebiet Ups Ist was schief gelaufen Komisch Sagt heute kein Querdenker mehr Von wegen Ja guck doch noch Schweden Es ist halt leider Und es kostet Menschenleben Und da gehe ich Selbst wenn mir vielleicht Alle Menschen egal sein könnten Aber Wenn da jetzt Irgendein Schwede gestorben ist Habe ich das gespürt Hat mir das das Herz gebrochen Absolut nicht Aber dieser Schwede Oder diese Schwedin Hat eine Familie So wie ich eine Familie habe Also das kleine bisschen Empathie besitze ich Dass ich sage Jemand der da durch Sorglosigkeit gestorben ist Das ist einer zu viel Hätten sie anders reagieren können Und da müssen wir eben Wenn es um solche Pandemien geht Und die werden mehr werden In den nächsten Jahren Und was wird es noch mehr geben Oder es wird es regelmäßig geben Auch Notsituationen Vielleicht bricht mal ein Krieg aus Wir sind nicht vorbereitet Wir haben keine Notfallsysteme Gar nichts Wir haben ja nicht mal gutes Internet Dass wir unsere scheiß Kinder Zuhause vernünftig unterrichten können Wir haben keinen Ausweichplan Wir sind immer Es gibt nur eine Linie Immer nach oben, oben, oben Wachstum, 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 Wachstum Immer größer werden Immer schneller Immer besser Immer mehr Und wenn da mal ein Stopp reinkommt Dann ist auf einmal Das Klopapier ausverkauft Und die Leute hauen sich Deswegen schon fast tot Wegen Scheiß Hauspapiermann Wenn es wenigstens Was zu fressen gewesen wäre Es gibt gar nichts mehr zu fressen Und die Leute bringen sich deswegen um Das könnte ich irgendwo noch nachvollziehen Aber doch nicht wegen Scheiß Klopapiermann Und dann denkt wieder jeder nur an sich Ich muss meine 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 Speisekammer füllen Ich muss für mich sorgen können Ey Wenn mein Nachbar nichts mehr zu fressen hat Dann kriegt er von mir was ab Weil ich dann vielleicht von ihm Wieder was zu fressen abkriege Wenn es mir mal nicht gut geht Wenn ich nur an mich denke Dann habe ich vielleicht irgendwann niemanden mehr Und bin einsam Ganz alleine auf meiner einsamen Insel Dass ich das für mich als Mensch Als Konzept total toll finde Mit möglichst wenigen Menschen zu tun zu haben Aber selbst ich als Misanthrop Habe diese Gedanken Mann Dass ich anderen helfen muss Dass ich für andere auch verantwortlich bin Leute Dann kriegt ihr das doch wohl auch auf die Kette Oder nicht Bitte euch Also wir müssen solche Aussagen Immer im Kontext sehen Das was er sagt Ist richtig Manche Menschen haben Ihr Leben dadurch verloren Also wirtschaftlich Finanziell Wie auch immer Hätte man anders reagieren müssen Oder zum Beispiel Mit diesen Maßnahmen Okay Kompletter Shutdown Dann müssen wir aber Leute Die davon betroffen sind Und pleite gehen Müssen wir anderweitig auffangen können Weil die Teil unserer Gesellschaft sind Und da muss ich ganz ehrlich sagen Wird mit Selbstständigen in Deutschland Umgegangen Als wenn die Dreck wären Selbstständige zahlen Höchststeuersatz Die arbeiten Viel mehr als normaler Arbeitnehmer Die erwirtschaften Einen nicht gerade unbeträchtlichen Teil Des Wirtschaftsvolumens Deutschlands Die reißen sich den Arsch auf Wenn die krachen gehen Dann soziale Leistungen sind Fast keine vorhanden Sie können dann nicht aufgefangen werden Dann sagt man Ja klar eigenes Risiko Eigene Verantwortung Du kannst auch genauso Kannst du Milliardär werden Und da müsste man dann eben Wie manche linksgerichtete Parteien Dass man gerade besonders reiche Menschen Vielleicht auch Eher in die Gesellschaft reinzieht Dass man sagt Ihr habt mehr Also tragt ihr auch eine gewisse Größere Verantwortung Würde ich persönlich gerecht finden Wenn ich eines Tages So und so viel Millionen Euro mache Ich zahle sowieso einen Höchststeuersatz Und davon gebe ich dann auch freiwillig Noch ein bisschen was ab In gemeinnützige Organisationen Jetzt nicht unbedingt den Staat Aber ich werde von mir aus Projekte wie den Robert Werde ich unterstützen Zum Beispiel Oder werde auch selber sowas machen Selber Leute suchen Mit denen ich sowas machen kann Ja Könnte man als Gesamtkonzept aufziehen Aber wieder Kontext Das ist dieses große Ding YouTube gucken Sie noch mehr Wodag Hinter der Corona-Politik Stecke ein Netz aus dubiosen Wissenschaftlern Behauptet er Also das heißt Da ist was gesponnen worden Ein Netz von Informationen Von Meinung Hat sich entwickelt In diesen Fachkreisen Und die Politik hat sich Kann man auch umdichten Ins Gegenteil Das ist genau das was ich meine Da bin ich dann aktiv geworden Guck was ist das Und dann findet man halt Verschiedene Links Ja da gibt es irgendwie Verschwörungstheoriekreise Genau Aber das kann man Diese Kugel kann man genau Auch in die Gegenrichtung schießen Der sagt Womit er ja auch recht haben wird Manch ein Wissenschaftler Wird sich durch diese Corona-Geschichte Auch besonders haben profilieren können Oder profitieren haben können Wirtschaftlich ja Dass die gesagt haben Oh das ist jetzt unsere Chance Jetzt können wir Gelder Vom Staat abgreifen Indem wir jetzt an der und der Sache forschen Dann kriegen wir Es wurde ja gar nicht mal drauf geachtet Wie viel Sondern das Portemonnaie wurde aufgemacht Die wurden überschüttet Was ja auch okay ist Aber natürlich werden die auch Ein Teil des Geldes In andere Kanäle abgeleitet haben Dass sie an anderen Sachen Weiter forschen können Klar gar keine Frage Das gibt es immer Menschen werden immer versuchen Sich einen Vorteil rauszuschlagen Aber genauso Für unseren langhaarigen Freund Und seine Seine Mausi dazu Auf deren Seite ist das genauso Da wird sich was zusammengedichtet Zusammengereimt Und damit man möglichst gut dasteht Kann man Kann man so akzeptieren Das ist aber nicht ein One-Way-Ticket Sondern das geht in beide Richtungen Die Zeitachse schießt nach links Und nach rechts in dem Fall Ja aber wenn du dich erst für so einen alternativen Weg entschieden hast Dann willst du natürlich ganz viele Informationen sammeln Die deinen eigenen Glaubensweg auch mit bestärken Und das ist das Problem Sobald man sich für eine Richtung komplett entscheidet Dass dieser Extremismus überhand nimmt Dass die Leute eben Nur noch ihren Weg sehen Und den Gegenweg gar nicht sehen Ich sag's immer wieder Für mich als jemand der Ziemlich weit In der Mitte steht Also ich hab Tendenzen In jede Richtung irgendwo Ja Aber für mich der in der Mitte steht Ist das ganz furchtbar Weil ich steh in der Mitte Während sich die beiden Lager mit Scheiße beschmeißen Ich krieg praktisch am meisten ab von dem Mist Weil ich das sehe was da abgeht Während jeder In gewisse Richtungen zu tendieren Ist ja in Ordnung Weil jeder Jedes Jedes Konzept hat irgendwo seine Grundlage Und seine Berechtigung Aber sobald das halt nur in diese eine Richtung geht Ist es falsch Weil die sagen Ja guck mal Der hat das gesagt Dass sich da einige Wissenschaftler Dubiose Wissenschaftler Was ist mit diesen Was ist mit den Leuten Die sich auf YouTube hinstellen Und so ein So ein Atemmessgerät Unter die Maske stecken Und sobald ausgeatmet wird Piep das Ding Überraschung Sauerstoffgehalt ist niedriger Die führen das auf die Maske zurück Nicht dass der Blep da gerade reingeatmet hat In dieses Gerät Da hört es halt bei mir auf Aber auf solche wird gehört Die sind doch genauso dubios Weißt du Deswegen Diese Kugel Die fliegt in beide Richtungen Aber die einen sagen über die anderen Dass es Vollidioten sind So Totaler Totaler Schwurbelmist Deswegen finde ich beide Seiten zum Kotzen Und da fängt man dann an Zu gucken Ah wo kommt denn Wo informiert er sich Was empfiehlt er für Quellen sozusagen Was sind deine Quellen Reinzuarbeiten Eine eigene Meinung zu benutzen Eine eigene Meinung Sie graben sich weiter rein Wenn viele den Drosten Podcast hören Schauen und lesen sie die Thesen von Wolfgang Wodak und Sucharit Bhakti Irgendwann landen sie bei Ken Jebsen Er gilt als Verbreiter von Verschwörungsmythen Inzwischen ist sein Kanal auf YouTube gelöscht Dort inszenierte er sich wirkungsvoll Und die Frage die ich mir selbst schon beantwortet habe Ist ja was ist eigentlich gefährlicher Also Influencer Oder vielleicht die Influencer Die im Netz jetzt überall sagen Hey stay at home Laute Experten Ja da kann er lachen Plötzlich alle aus Mit Virologie Und wie schreck ich Und vor allem das ist Und dass wir uns alle impfen lassen müssen Und ganz schneller Impfstoff Und wenn es dann eben Warum geht Egal Du musst das nehmen Er scheint den Ken Jebsen Wir zu mögen Eins muss man über Ken Jebsen sagen Er versteht sein Handwerk Ken Jebsen ist rhetorisch Absolut On top Er kann reden Das ist auch das Was man immer wieder merkt Wenn Sobald er das Wort hat Kommt kaum jemand anders noch zu Wort Ken Jebsen ist rhetorisch Wie gesagt absolute Spitzenklasse Allerdings Er hat ja auch mit Mit einem Teil der Aussagen recht Dass Wenn man jetzt die Die wirtschaftlichen Probleme Von Familien Von Menschen Damit rein nimmt In den Kontext Hat er ja vollkommen recht Da sitzen jetzt irgendwelche Influencer Die sitzen ja auf dem hohen Ross Ja Die kriegen ihr Geld Dafür dass sie nur zu Hause sitzen Und ein paar Videos machen Denen geht es gut Die meisten Influencer Werden unter Corona Nicht wirklich gelitten Sondern eher so noch profitiert haben Jetzt setzen die sich hin Stay at home By the way Ich hab ein neues Video draußen Schaut mal rein Und ihr könnt gerne meine Produkte kaufen Während andere Leute Arbeitslos werden Oder entlassen werden In dem Kontext Hat er vielleicht recht Trotzdem ist Ken Jebsen Mit dem Was er von sich gibt Bei bestimmten Punkten Sehr gefährlich Ich hab mir Ken Jebsen Auch schon angeschaut Auch was Massengeschmack betrifft Also Massengeschmack TV Die haben sich ja mit ihm Auch schon getroffen Gerade mit solchen Wie Ken Jebsen Sollte man sich hinsetzen Und auch mal sprechen Ähm Auch wenn Wenn es immer heißt Hier Kontakt schon Und so weiter Weil nicht alles Was er sagt Ist scheiße Aber auch bei Ken Jebsen Ist so wie auch bei Carl S Ja Bei solchen Leuten Es ist ein Splitter Wahrheit Ein Anteil Wahrheit Ist vorhanden In den Aussagen Da wird aber gerne Der Bogen Komplett überspannt Zu Sachen Zu Sachen die damit Überhaupt nichts zu tun haben Und dann wird aufgefüllt Mit Scheiße Und da muss man aufpassen Weil auch der Ken Jebsen Äh Macht teilweise Eine wertvolle Arbeit Aber sobald das eben Zu sehr in eine sehr extreme Richtung geht Und sich nicht mehr nachvollziehen Oder beweisen lässt Sondern er sagt Naja Da gibt es Quellen dazu Und äh Überhaupt Und ich hab da Äh Hab ich da ja Eingehend damit befasst Und das ist so Dann wird es gefährlich Dann hat ein Ken Jebsen Definitiv kein Recht mehr Oder nicht recht Das so zu machen Dass Ken Jebsen sich Kritisch mit dem Thema Auseinandersetzt Finde ich wichtig Aber wie er das macht Finde ich problematisch Und dass er eben teilweise Ähm Da Komplett Lügen verbreitet Oder Bullshit Oder eben Sachen miteinander Verschmelzen lässt Die thematisch Oder auch kontextual Überhaupt nicht miteinander In Verbindung zu bringen sind Das kann man nicht machen Oder das darf man nicht machen Wenn man sauber Journalistische Arbeit Machen möchte Wäre schön Baste Wenn das in Zukunft so bleibt Mein Guder Weil ich weiß Ich weiß dich ja wertzuschätzen Aber bitte Äh Keine Sachen Die irgendwie mit Selbstmord Oder die als Anleitung Zum Selbstmord Verstanden werden können In meinen Chat posten Weil das kann bedeuten Dass wir morgen Oder Montag Nicht mehr hier sitzen können Also nochmal Ken Jebsen Ich wertschätze ihn Für seine Arbeit Aber Er hat auch teilweise Sehr viel Scheiße In seinem Zeug drin Da muss man aufpassen Da muss man echt aufpassen Und es gibt viele Leute Die jedes seiner Worte glauben Und das stimmt so nicht Das stimmt einfach so nicht Rhetorisch ist er halt Absolute Koryphäe Auf seinem Gebiet Das muss man ihm lassen Selbst wenn man ihn nicht leiden kann Und ich finde den Mann gefährlich Aber jemand der gefährlich ist Wenn man den richtig einspannt Ins richtige Team Dann kann man mit ihm viel erreichen Ich verstehe es so Big Pharma hat alle Fäden in der Hand Und steuert alles Es gibt einfach Der Mensch hat die Position Oder hat die Eigenschaft Macht Und Gier Und es gibt immer Menschen Die aus irgendetwas Geld herausziehen wollen Das ist richtig Die Aussage an sich ist richtig Beispiel Busunternehmen Richtig Eben Das ist eben Das ist ein zweischneidiges Schwert Das trifft auf euch genauso zu Wenn ihr auf eine Demo fahrt Mit dem Busunternehmer Michael Ballweg Der euch dann auch noch Die gelben Warenwesten gibt Plus die Megafone Ihr kriegt sozusagen Das Demonstrationspaket Zum Sonderpreis Für 39,99 Eine ganze Woche lang Dann unterstützt ihr auch jemanden Der nur an sein eigenes Bestes denkt Und auch an euer Bestes Nämlich euer Geld Und natürlich Es gibt garantiert Wissenschaftler Und die Pharmaindustrie Ist natürlich auch Irgendwo an Gewinn interessiert Na klar Logisch Das wird es immer geben Aber Wie gesagt Der Kontext wieder Es ist halt Inszenierung Das ist alles Das sind schon wieder so Pauschalisierung Also Ihr pauschalisiert doch selber Das hat sie vor 5 Sekunden getan Man Natürlich pauschalisiert man Aber ihr könnt doch nicht Den anderen vorwerfen Dass sie pauschalisieren Und es selber tun Bitte Seid nicht so wie Gott Das ist jetzt gerade für mich Wandelnde Dummheit Leute Das ist für mich Wandelnde Dummheit Wir alle pauschalisieren Aber dann kann ich nicht dem anderen Das pauschalisieren vorwerfen Aber das kannst du denen Auch wieder nicht beibringen Weil die sind ja in ihrer Total Alternativen Blase unterwegs Also ich muss mir nur Die Hütte und die Leute angucken Und dann weiß ich schon noch Was für ein Trip die sind Ich wusste ungefähr Vom Aussehen her Und vom Blick her Und von der Körperhaltung Worauf ich mich einlassen muss Das heißt da griff bei mir Weil man darf das seinem Gegenüber Nicht vorwerfen Wenn man das selber tut Das funktioniert nicht Die sind in der Sicherheit Ihrer eigenen Blase Und denken sie hätten recht Niemand von uns hat das Recht gepachtet Keiner von uns weiß zu 100% Was richtig ist Wer das glaubt Der ist Der ist Psychopath oder Soziopath Der sollte mal über sein eigenes Gedankenkostüm nachdenken Leute So arrogant kann doch kein Mensch sein Dass er der Meinung ist Dass er der einzige ist Der Recht hat Ich lege jeden Tag falsch Mehrmals Aber tatsächlich ist das so Diese Und das schwingt halt bei denen Auch mit dieser halb esoterische Schiene Die mitfahren Ja Dieses nach Wahrheit streben Nach Wahrheit suchen Außerkörperliche Erfahrung EZHPP Aber nur wenn sie mir passt Sich Sich Und die Welt Als eins begreifen Und dann bist du direkt Mega anfällig Für alles Was dir zuspielt Ja In dem Moment Das ist Hauptsache es bestätigt dich In dem Weg den du gehst Ja Solange das Wenn das dagegen knallt Dann ist das der Feind Anstatt man seine eigenen Werte Mal mit anderen Werten kollidieren lässt Und dann mal am Ende nachschaut Wenn sich der Nebel des Krieges lichtet Welches denn wirklich Bestand hatte Aber das macht man nicht Und zack Schon sitzt man bei STRG F Im Interview Beschwert sich Dass alles über einen Kamm geschert wird Und in den nächsten fünf Sekunden Schert man alles über einen Kamm Das geht für mich ja gar nicht Sie hat pauschalisiert Und die Aussage Die Aussage die sie getroffen hat Ist ja vollkommen richtig Aber die Unter dem Aspekt Ist das halt absolut Schwach ohne Ende Charlie ich wünsche dir Ein schönes Wochenende Ja aber Pass auf dich auf Kussi Die Aussagen an denen Die sich hochziehen Sind halt so allgemein Gutiger Scheiß wie Wir müssen was tun Und in manchen Bereichen Wurde zu viel getan Und in manchen Bereichen Wurde etwas Falsches getan Das kann ich über Jeden Wirtschaftsbereich Über jeden soziologischen Bereich Behaupten Und ich habe immer recht Das ist wieder Ken Jebsen Die Aussage an sich ist richtig Aber dann als Konsequenz Zu sagen Alle anderen sind Sind am Lügen und Betrügen Und alle anderen Pauschalisieren Ist Quatsch Ich pauschalisiere auch Mit meinen Aussagen Weil ich aber auch hier In meinem Stream Jetzt nicht auf jeden einzelnen Punkt Eingehen kann Den der da irgendwie Falsch gemacht wurde Ich könnte jetzt Keine Ahnung Bei uns im Ort Das eine Restaurant Hat Abstandsmarkierung Auf dem Boden gemacht Es wurde Hand Sanitizer Also hier Desinfektionsmittel Es war Maskenpflicht Und sonst was Und der andere Laden Macht das halt nicht So die einen werden am Ende Noch bestraft Und die anderen Dürfen freudig weitermachen Oder in anderen Städten Es wurden Restaurants geschlossen Und der Whisky Und Zigarettenladen Daneben darf aufhaben Und da stehen die Kunden Vor einer Schlange Das eine Restaurant Muss zumachen Oder der Döner Ali Dem wird der Laden zugemacht Weil sie haben Ein hohes Kundenaufkommen Hier könnten sich die Leute infizieren Und wirklich Ein Gebäude Also ein Ding Ein Lädchen weiter Ist ein Whisky Und Zigarrenladen Wo die Kerle mit Anzügen reinlaufen Um sich einen Whisky Oder eine Zigarre zu kaufen Da sind auch 10 Mann In dem Laden drin Wo ich dann sag Ey Leute Ihr könnt doch nicht Mit zweierlei Maß so messen Da muss man schon mal drauf schauen Ist doch klar Dass dann der Döner Ali Irgendwann sauer ist Dass er sagt Ey weißt du Ich biete einen Döner für 2,50 an Ich komm grad so über die Runden Und der Typ verkauft Ein Whisky für 80 Euro Plus Zigarren irgendwo aus Kuba Dem würde es nun wirklich Nicht schaden Und der darf seinen Laden Weiterhin aufmachen Dann versteht man die Wut Und dann sind Weiß ich auch Warum solche Leute Vielleicht auch anfällig werden Für so eine Kacke Ich find solche Leute So schwierig Aber man muss sich damit beschäftigen Wenn wir es nicht tun Dann machen die ungeschoren Einfach weiter Und dann können wir die Nicht an die Hand nehmen Und auch vielleicht Mit denen einen vernünftigen Weg In der Mitte finden Da möchte ich ja hin Ich will nicht Nicht komplett weit links oder rechts Sondern in der Mitte Und wir können auch mal den Kurs Ein kleines bisschen ändern Aber nicht so extrem, Alter Man reist nicht auf der Autobahn Das Steuer um 90 Grad Wenn ich mir unsere beiden Schätzelchen Hier angucke Die haben ein schickes Haus Haben schicke Klamotten Denen geht's gut Denen geht's richtig gut Die Wohnung ist sauber Die Wohnung ist hell Das ist bestimmt kein billiges Viertel Wo sie gerade sind Denen ist langweilig Vielleicht, ja Denen ist einfach scheißen langweilig Ich meine, ich gönne ihnen ihren Wohlstand Definitiv Ja, auf jeden Fall Den sollen sie haben Weiß ich, weiß ich Ich will's bloß klarstellen Aber die machen das nicht Aus sozialer Not heraus Nee Die haben Ja, also Vielleicht haben die so eine Art Keine Ahnung So wie Atlas-Syndrom oder so Dass sie der Meinung sind Sie müssen das Gewicht der Welt tragen Kann sein, dass das aus Eigeninteresse stattfindet Oder dass sie wirklich so altruistisch sind Das weiß ich nicht Ich kann ihre Motive jetzt gerade nicht nachvollziehen Das ist aber auch nicht möglich Weil die Aussagen, die sie treffen Überhaupt keinen Kern haben Die sind an sich richtig, ja Aber ich weiß nicht genau Wo sie damit hinwollen Mit diesen Aussagen Also was ihr Mehrwert ist Den sie letzten Endes erreichen wollen Ich würde stark bezweifeln Dass sie sich wirklich zum Beispiel Für mich interessieren würden Mit meinem Wertesystem So, und ich wünsche erstmal Ein wunderschönes Wochenende Hauen sie rein, Mäuschen Konzern oder mehrere Konzerne Die wollen Geld machen Ja, genau Klar In der Pharmaindustrie arbeiten nicht nur Idealisten Sicher wollen die Geld verdienen Aber auch in einer Pandemie In der Millionen sterben Um jeden Preis Was für viele von uns abwegig ist Ist für Leif und Jana denkbar Deswegen gehen sie auch auf die Straße Es folgt ein Sommer im Demo-Modus Auch bei Selina Ich bin in Berlin Und hier sind Massen an Menschen YouTube liefert den passenden Sound Ja, diese Textline, die ich gehört habe Kann ich so definitiv unterstützen Aber wer ist dafür verantwortlich? Das sind die linken, rechten Die schwarzen, die weißen Die jungen und die alten Jeder von uns Hat da seinen Beitrag dran Der eine mehr Oder der andere weniger Sie wird zur Organisatorin Ihre YouTube-Suchen Haben sich bis dahin komplett verändert In Rot die alten Suchbegriffe Vor März 2020 Und in Grün die neuen Querdenken-Coach-Sessel und Masken In dieser Zeit Gibt es für sie fast nur noch Demos Und Querdenken Im Herbst steigt die Zahl der Corona-Toten Auf mehr als 10.000 Am 18. November 2020 Treffe ich Selina auf einer Demo in Berlin Heute ist der Tag, wo Der Bundestag über das Infektionsschutzgesetz Entscheiden möchte In der Abstimmung Um eben Weitere Einschränkungen in der Pandemie Leichter vornehmen zu können Jetzt müsste man den Mann Im weißen Anzug im Hintergrund Fragen, was die Aussage Seines Gekrakels da ist Da steht Virus Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen Oder es sind vielleicht auch nur zwei Fragezeichen Stellt er die Existenz Des Corona-Virus in Frage Oder dass das kein Virus ist Sondern ein Bakterium Oder Worum geht es ihm da? Also was ist die Aussage? Es gibt einen Unterschied Zwischen Kritik an der Corona-Politik Und Corona-Leugnern Richtig Aber diese beiden Lager Die gehen mit Hand in Hand Seit Anfang der Demonstrationen Oder es wird gerne Wird sehr eng teilweise zusammen gekuschelt Oder Ja und dann nimmt man noch Die Extremrechten mit bei Die einfach nur gegen den Staat sind Und schon hat man Oder auch Extremlinke Also ich glaube, dass wirklich Gerade bei dieser Thematik Die Extremrechten und Extremlinken Teilweise sehr wunderschön Im Schulterschluss Miteinander marschieren können Dass die da sich irgendwie mal einig sind Und zusammenfinden Und dann Na klar, es gibt auch Gegen-Demonstrationen natürlich Hab ich auch schon gesehen Von links und auch von rechts Aber dass da komischerweise Die Prinzipien Über den Haufen Geschmissen werden Und dass man da teilweise Einvernehmlich miteinander Durchmarschieren kann Bis man sich das nächste Mal Wenn Corona irgendwann mal Nicht mehr so Thema ist Dass man sich wieder Gegenseitig die Fresse poliert Also Dass es Corona gibt Wer das leugnet Leute Dann müsst Keine Ahnung Dann solltet ihr vielleicht Euch mal eine psychiatrische Behandlung geben Es gibt Corona Das Virus gibt es Wenn ihr Jetzt wäre für mich die Frage Hat er nicht verstanden Was ein Virus ist Oder ob das ein Bakterium ist Oder Worum geht es ihr mit dieser Aussage da Weil Ja, komm Wir gehen auf die 12 Uhr zu Lass mal weiter Und Ina Demonstriert hier Wir treffen Sie gleich Hallo Troll Ja, Bastel, natürlich Merkel wird mit Hitler verglichen Keiner trägt eine Maske Corona scheint es nicht zu geben Stattdessen Sorge um Grundrechte Ich finde es einfach Total beängstigend Dass so viele In so viele Grundrechte eingegriffen werden Die eigentlich gar nichts Mit dem Schutz Vor einer Krankheit zu tun haben Halt, was? Die Polizei Zu welchem Zeitpunkt war das Die Demo letzten Sommer, ne? Mhm Welche Maßnahmen wurden ergriffen? Die Läden Massenpflicht Abstandsregel 4-0 Vielen, vielen Dank Was wird noch ergriffen? 4-0 Ausreiseverbot Teilweise Oder Einreiseverbot Quarantäne nach Einreisen Ausrufezeichen Liebe Dankeschön für deine 5 Euro Was genau daran hilft jetzt nicht Eine Krankheit einzudämmen? Die Den Den Das Argument verstehe ich auch nicht ganz von ihr Was genau Ist jetzt an Eine Maskenpflicht Es ist nachgewiesen Das ist eine Tröpfcheninfektion Mit Corona Über die Luft Du Beim Sprechen Verteilst du immer Ganz, 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 ganz Feinen Nebel Und in diesen Tropfen da Da hängt das Virus Ja Ja 4-0 Vielen, vielen Dank für deine Reset Prime im elften Monat Ausrufezeichen Liebe Auch für den Prime Für den 4-0 Deinen Scheiß Nicht in der Landschaft Verteilt Die Abstandsregel Ist dazu nochmal Für den 4-0 Wenn etwas aus der Maske entweicht Dann zeigen Statistiken Dass sich das noch über Ein Meter durch die Luft Und dann sickert es so langsam ab Das heißt Wenn ihr beide Wenn ihr beide gleich groß seid Und in 1,50 Meter Abstand Hustet jemand rum Dann ist die Chance Gegeben Dass es nach einem Meter Absinkt Ja Wenn du aber näher dran bist Dann hast du wieder Ein Infektionsrisiko Weil dann bist du noch In der Schwebkurve damit drin Weil diese Partikel so fein sind Dass sie sich ewig in der Luft halten Das ist wie mit der Feder Du kommst halt Du kommst halt aber bei diesem Das hatten wir heute schon mal So ähnlich Diesen Punkt Wo so argumentiert wurde Dass wenn es um die Maske geht Dass viele Leute sagen Die Masken bringen nichts Wenn ihr euch Maske an Maske drückt Und dann miteinander sprecht Dann gibt es natürlich Ein erhöhtes Risiko Dass ihr krank werdet Und dass die Masken Nicht 100% verhindern Ist doch logisch Denn eine Maske Die 100% verhindert Dass sie euch ansteckt Ist entweder eine Mit Atemschlauch Und Refiltrierungssystem Oder sowas Oder das ist eine Die nach ungefähr 2 Minuten dafür sorgt Dass ihr tot seid Weil nämlich dann Kein Austausch stattfindet Aber diese Masken Helfen etwas Sehen wir in den asiatischen Ländern Schon seit vielen Jahren Da werden sie häufig getragen Wegen der Luftverschmutzung Aber Grippeerkrankungen Und wenn man das nicht tut Also Leute Also Leute die zum Beispiel Kaugummi kauen Das dann auf die Straße spucken Da wirst du Gerade auch in Tokio Japan Wirst du angesprochen Im Gen Dein Essen verzehren Ist nicht drin Wenn du nicht gesteinigt Also klar Du wirst nicht komplett Kaputt gehauen Aber du wirst angesprochen Oder du wirst angeguckt So nach dem Motto Was ist mit dir los Bah das geht aber gar nicht Weil nur Weil du es eilig hast Weil du deinen Zeitplan Nicht richtig im Griff hast Ist es nicht dein Recht Zu riskieren Dass du wem anders Die Klamotten Und das Vorstellungsgespräch Oder sonst was Fass aus Ja Wenn ihr kollidiert Bam Essen auf seinen Frack Er hat einen wichtigen Termin Kommt da jetzt nicht mehr zu Dann hast du nicht das Recht Darauf Oder dass man eben auch weiß In Japan Oder gerade auch in Tokio Gibt es anscheinend Wenn nur ganz ganz Wenige Mülleimer Auf den Straßen Weil die Leute eben nicht In der Öffentlichkeit Ihre Lebensmittel verzehren Oder sonst was Das Zeug landet sonst Irgendwo hingeschmissen Die nehmen es mit nach Hause Und entsorgen den Müll zu Hause Bei uns in Deutschland Wir haben überall Mülleimer stehen Aber guckt euch mal bitte Am Straßenrand um Ich kann euch nicht Ich würde euch Ich muss euch das Irgendwann mal zeigen Wie teilweise die B111 Hier auf der Insel aussieht Oder andere Landstraßen Wenn die Leute beim McDonalds In Wolgast waren oben Die haben Die Ich finde das sowieso Die Leute kaufen es Die nehmen es irgendwo hin Mit zum Beispiel zum Campen Machen es leer Und schmeißen es dann weg Anstatt es wieder mitzunehmen Weil sie konnten es ja mitnehmen Als es voll war Warum können sie es nicht mitnehmen Als wenn es leer ist McDonalds genau das gleiche Die Leute fressen den Mist Und schmeißen es aus dem Auto raus Obwohl wir überall Mülleimer haben In Deutschland Du musst keine 10 Minuten suchen Und findest eine Mülleimer Außer du bist irgendwo In der hintersten Pampa Wo es wirklich keine Mülleimer gibt Ich sag mal so Wir sind schon um einiges weiter Als Amerika Da bin ich aber beim Besuch In Chicago komplett Aus allen Wolken gefallen Als ich da zum Arbeiten Da liegt der Müll ja teilweise In Säcken auf der Straße einfach Es gibt Also sobald irgendwie Was öffentlicher Bereich ist Und wenn es nur die andere Seite Deines Gartenzauns ist Wird das liegen gelassen Da sind teilweise Mülltüten Die sich in irgendeinem Stacheldraht Verfangen haben Auf dem Betriebsgelände Die verrotten da am Zaun Ja Ey das ist Bäh Es sieht aus Als wäre gestern noch Der Hurricane durchgezogen Und da seht ihr Das ist auch Ein soziales Konzept Wir bräuchten in Deutschland Nicht einen einzigen Mülleimer Wir könnten es wie die Japaner machen Finde ich Mülleimer gut Total Weil wenn ich mal irgendwas habe Und ich verzehre mein Essen Auch mal auf der Straße Ja Und ich bin auch jemand Ich spuck auch ab und zu Auf den Asphalt Ich bin so jemand Ich bin ein bisschen wie so ein Lama Aber auch weil Ihr merkt das Ich habe öfter mal Muss ich mich räuspern Und so weiter Aber Ihr wisst Worauf das hinausgeht Und wenn dann so eine Frau Sich hinstellt Und sagt Die Maßnahmen Jetzt haben wir gerade geklärt Welche gemacht wurden Die Masken Sind nie Können nicht zu 100% Aber zu 99,5 Zu einem Großteil Auf jeden Fall Und da ist es halt Wenn dann solche Leute Sich hinstellen und sagen Naja Wo ist denn die riesen Corona-Welle geblieben Nun Vielleicht haben wir das verhindert Weil wir solche Maßnahmen hatten Dass man teilweise damit Falsch umgegangen ist Und dass man Leute auffangen sollte Die Deren Existenz bedroht war Oder deren Existenz zerstört wurde dadurch Nöme ich dir vollkommen zu Aber einfach zu sagen Es waren extreme Maßnahmen Wo ist denn die Welle geblieben Dicker Wenn ich in meinem Wenn ich Wenn ich merke Dass bei uns eine Biene Im Hausflor rumfliegt Und ich Und ich brenne das Bienennest kaputt Ist übrigens unter Strafe gestellt Dann passiert mir nichts mehr mit Bienen So ist das mit so einem scheiß Virus auch Sobald Lockdown ist Und die Leute können nicht mehr auf Party gehen Dann hast du nicht mehr 500-600 Leute Die aufeinander hocken Und sich anstecken können Und wenn die auch noch alle Maske tragen Und Abstand halten Ja logischerweise kann dann nicht mehr so viel passieren Ist auch klar Dass es dann nicht so krass explodiert Aber hey Für die Leute die sowas behaupten Guck doch mal nach Schweden Guck in die USA Die Amerikaner waren so blöd Dass die lange nicht reagiert haben Mit ihrer Mit ihrer amerikanisch-westlichen Arroganz Diesem Gegenüber Da hieß es nur Die dämlichen scheiß Chinesen Dann haben die das halt Mein Gott Interessiert Oder guck nach Indien Eben Oder guckst du auch nach Afrika Da konnten die teilweise gar nicht reagieren Und Corona schlägt ein Wie eine absolute Bombe Mäht links und rechts die Leute nieder Und da kommen jetzt aus Indien Kommt ja zum Beispiel auch diese Delta Variante Da kann nämlich das Virus sich frei austoben Mutieren Ja und dann stehen hier in Deutschland Leute Die fast gar keine Probleme durch Corona hatten Und sagen Ey diese ganzen Maßnahmen Und das Maske tragen Dicker Alleine wenn diese Wenn diese Möchtegern-Wissenschaftler Dieser Bodo-Schiff Man da ankommt Und Masken töten Dann frag ich dich Warum sind in den letzten 15 Jahren Die Chinesen und Japaner nicht ausgestorben Alter Die vermehren sich freudig weiterhin Die sind wachsend Also gerade die Chinesen Sind eine der größten Volkswirtschaften Der Welt Und die Selbst mit der Ein-Kind-Regel Das mit der Ein-Kind-Regel Ich meine die kippt mittlerweile Weil auch die Chinesen Haben mittlerweile schon ein Problem Mit Überfettung Überraschung Mittelstandsgesellschaft Die holen uns bald ein Was den Wohlstand des Einzelnen angeht Das dauert nicht mehr lange Ja Und wenn Masken wirklich töten würden Und fast 80% der Bevölkerung Tragen dort Maske Wie sind die denn nicht ausgerottet worden Sag mal Das erschließt sich mir nicht Kennst du die Theorie Des Überlebenden-Wir-Spruchs Erzähl Also den Survival-Bias Heißt es im Englischen Und zwar Das hat man festgestellt Als im Zweiten Weltkrieg Geguckt wurde Welche Flugzeuge kommen zurück Ach Und was für Beschädigungen haben die Ja Ja Ich weiß Dann hat man einfach mal Studien gemacht Und nachher hatte man ein Bild Von einem Flugzeug Wo ganz 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 viele rote Punkte waren Und jeder rote Punkt stand Für einen Beschuss Für einen Schaden am Flugzeug Nachdem es wieder gekommen ist Ich zeig's euch Das ist eine ganz logische Sache Das könnte man mit euch eigentlich auch Als Test machen Ich mach's auch mal mit auf Für meinen Stream nebenher Sekunde Das könnte man mit euch als Test machen Ob ihr das versteht Also Der Grevi erklärt's gerade schon Man hat im Zweiten Weltkrieg Hat man geschaut Wenn Flugzeuge wieder kamen Wo die getroffen waren Dieses Experiment macht man noch heute Mit Studenten Jetzt kommt ein Flugzeug zurückgeflogen Und hier sind überall diese roten Punkte Das heißt Das sind die Treffer Also statistisch auch Also nicht jedes Flugzeug kommt so wieder Sondern es wird geschaut Wo sind die Treffer bei den Flugzeugen Die zurückkommen Was sagt euch das? 99% der Leute antworten Wir müssen das Flugzeug Da wo diese Treffer sind Verstärken Quatsch Weil da wurde's ja getroffen Da wurde's ja penetriert Da wurde's beschädigt Genau Ist aber Quatsch Da wo das Flugzeug keine Treffer hat Müsste man's verstärken Weil Aufgrund dessen Weil die Flugzeuge Die nicht zurückgekommen sind Die abgeschossen wurden Wurden nicht da getroffen Wo jetzt die roten Punkte sind Sondern da wo keine Punkte sind Richtig Diese Flugzeuge wurden nämlich Aus dem Flugzeugpool entfernt Die hatten genau da eine Schwachstelle Und wurden rausgenommen Also genau das Da ist nämlich dann der falsche Trugschluss Deswegen muss man aufpassen Bei solchen Sachen im Kontext Nur weil Durch Weil es jetzt Nicht diese krass harte Corona-Welle für uns gab Heißt das nicht Jetzt stellt euch mal nicht vor Wir gucken uns nicht ein Flugzeug an Sondern Deutschland als Karte Und wir haben jetzt Hier nicht Beschütze Die Todeszahlen Die Sondern Nee, pass auf Corona-Maßnahmen Die roten Punkte sind jetzt Corona-Maßnahmen Das sind Maßnahmen Die getroffen wurden So, Corona ist nicht eingetreten Warum? Eben Das ist nicht, weil wir irgendwie An einer anderen Stelle geschwächelt haben Beziehungsweise hier muss man Noch ein bisschen anders umdenken Logik bleibt aber dieselbe Wir haben Maßnahmen getroffen Corona ist nicht gekommen Dann haben die Maßnahmen Dann waren die Maßnahmen noch überflüssig Nein Eben nicht Eben nicht Ja, dadurch haben sie bewiesen Dass sie berechtigt waren So Nur weil wir Weil wir vielleicht im Durchschnitt Bei uns die Rate der Genesenden Viel höher ist Wenn wir mal Woanders hingucken Also wir brauchen Wir können ja sogar in Europa bleiben Oder Türkei Ich glaube Oder Iran 15% Mortalität Von Corona Wir müssen gar nicht so weit gucken Schau allein auf die Grippestatistik Die ist in den Keller gegangen So Unter anderem Das sind Viren mit Mit gleichem bis ähnlichem Verbreitungsweg Ja Und auf einmal ist die Grippewelle Weggeblieben Weil alle Weil unter den Corona-Maßnahmen Das Das hat es doch schon bewiesen Ja Ey Und dann stellen sich solche Leute hin Und behaupten Die Maßnahmen haben nichts gebracht Die Maßnahmen waren überzogen Klar Kann man darüber diskutieren Und die überzogen waren Aber dass sie nichts gebracht haben Richtig Aber da ist wieder dieses Wenn ich auf ein einzelnes Kleines reinzoome Ja Wenn ich auf die Einschusslöcher Des Flugzeugs schaue Und nicht wie das Flugzeug Wenn ich rauszoome Und mir angucke Wo ist Wie sieht das Flugzeug eigentlich aus Dann sehe ich halt nur Man muss sich auf dem Flugzeug Platz stellen Und erstmal realisieren Moment mal Hier sind Das sind zurückgekehrte Die sind ja wiedergekommen Eben Wie viele Flugzeuge waren eigentlich In der Staffel Oh Hier fehlen drei Okay Da kann ich jetzt aber nicht sehen Wo die getroffen wurden Das ist aber doof für die Statistik Man muss sich davon ausgehen Dass die genau da getroffen wurden Wo die anderen eben nicht getroffen wurden Ja Und naja Silbereisen Die, die es bis jetzt Nicht gerafft haben wollen Ist auch in Zukunft nicht Ich gehe in einen anderen Ansatz Du magst Recht haben Aber Ähm Wenn ich so denken würde Dann würde ich wahrscheinlich Auch diese Just Chatting Streams Nicht machen Es kann sein Dass wir heute Einen Damit auch ein bisschen Überzeugen können Oder dass er sagt Ja stimmt Eigentlich ist das Ich müsste vielleicht Ein bisschen umdenken Vielleicht nicht unbedingt viel Aber ein bisschen Dass man wieder Dass man mehr aufeinander zugeht Das Miteinander ist wichtig Und wenn die Leute Nur mitnehmen Dass sie vielleicht doch mal Die können ja ihre Meinung Erstmal behalten Aber Es tut nicht weh Mal einen Schritt zurück zu machen Und zu überlegen Moment Habe ich überhaupt recht Das ist keine Dadurch wird der Mensch Nicht weniger wert Dadurch wachst du nicht Morgen Mit einer anderen Blutgruppe auf Nichts Du bist immer noch Dieselbe Person Und es tut dir nicht weh Wenn du mal einen Schritt zurück machst Und du überlegst Bin ich noch Bin ich überhaupt noch Auf richtigen Kurs Und suche Argumente dafür Und nicht nur Argumente Für deine Position Sondern guck dir auch Die Gegenargumente mal an Richtig Sich den Gegenargumenten öffnen Und dann sieht man Was wie Bestand hat Und dann kann man eben auch Seine Denkweise Ändern und anpassen Wenn jetzt wirklich Sich herausstellen sollte Dass im September Alle sterben an der Impfung Dann gestehe ich ein Okay Ich war auf dem Holzweg Das werdet ihr von mir hören Wenn wir sagen Okay Ich war komplett auf dem Holzweg Sie hatten recht In diesem Fall Auf jeden Fall Wird aber nicht passieren Da wette ich mit euch Da wage ich es So finanziell schlecht Es mir eigentlich geht Wette ich mit euch Die Wette gehe ich ein Das Risiko gehe ich ein Steve Gegenfrage Wie glücklich bist du In deiner Beziehung Mit der Einstellung Aber ich finde sowas kritisch Troll Ich bin noch nicht geimpft Ich werde aber Wahrscheinlich In der nächsten Zeit Werde ich mich mal Für einen Termin anmelden Ist das auch möglich Dass die Grippewelle Ausgeblieben ist Weil alle Corona hatten Nein 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 Du könntest rein Das sind zwei voneinander Unabhängige Viren Du könntest rein theoretisch Beides gleichzeitig haben Wenn du Pech hast Ich spiegel jetzt mal Den Grippevirus Oh Der Mensch da drüben Hat Corona Ja da kann ich nicht mehr landen Genauso hat es nämlich Nicht funktioniert Also es ist Es ist ja auch Quatsch Als wenn niemand Die Grippe bekommen hätte In Deutschland Die Grippe gibt es ja Die Grippe gibt es ja Trotzdem noch Nur es wird jetzt In dieser Zeit jetzt gerade Die Statistiken werden gerade Nicht erhoben Warum Weil die mit diesem ganzen Ding Auf jeden Fall überfordert sind Die können gar nicht genau einordnen Corona Grippe Ist der an oder mit gestorben Zum Beispiel Das ist ja so ein So ein Wortlaut Der ja auch extrem schwer wiegt Wo wir auch schon viel Trickserei gesehen haben Dass Italien Dass Spanien Oder auch Portugal Einfach mehr oder weniger Jeden der gestorben ist Das waren alles Corona Tote Das stimmt ja auch nicht ganz Das kann gut sein Dass der Trucker Wladimir Der auf der Autobahn abgekommen ist Der mit Corona infiziert war Dass der eventuell Durch irgendeine scheiß Schwurbelei Auf einer Statistik Von Corona Toten Aufgetaucht ist Obwohl der durch einen Autounfall Gestorben ist Ganz ganz übertrieben gesagt Ja aber andersrum Lieber man schreibt es so auf Als dass man sagt Oh warte mal Er hatte zwar Corona Aber er hatte auch noch Was anderes Also müssen wir das andere Als Todesursache aufschreiben Wo ich auch wieder sage Ja lieber Da einmal vielleicht Ein bisschen zu viel Aber einmal Heißt nicht in sehr vielen Fällen Und das hat man ja gerade Bei den Italienern Hat man das gesehen Dass da sehr geschlampt wurde Scheinbar Wo man sagen muss Sowas ist ganz gefährlich Für eine vernünftige Statistik Weil mit Statistiken Arbeiten wir Und wenn die die Statistik Nach oben hin verfälschen Dann halten wir vielleicht Bestimmte Maßnahmen Die nicht so wie sie jetzt gerade sind Vielleicht nicht ganz sinnvoll wären Länger aus als es sein muss Und gefährden damit Auch mehr Existenzen Was letzten Endes Für uns auch wieder ein Problem wird Weil wir diese Menschen Auffangen müssen Deswegen ist es ganz wichtig Dass man versucht So sauber wie möglich Zu arbeiten Vernünftige Statistiken Auch zu erstellen Das ist wichtig Sowas findet ja auch Im Kontext dazu statt Dass solche Länder Ja vielleicht auch Ausgleichszahlungen Von der EU bekommen Für ihre Für ihren hohen Deathcount zum Beispiel Oder dass da bestimmte Wie auch immer Das geht ja auch um Geld Diesbezüglich Und da wird gerne getrickst Oder mit diesem Betrug Der Corona-Betten In den Krankenhäusern Dass private Kliniken Irgendwelche Betten Irgendwelche leeren Zimmer Die gar nicht bedient werden können Weil sie gar kein Personal haben Oder weil diese Betten Gar nicht für intensiv sind Einfach gesagt haben Jo das sind Intensivbetten Um Geld abzukassieren Vom Staat Das dürfen wir auch nicht zulassen Warum ging das Weil man teilweise gesagt hat Komm all in Hier wir machen Wir machen die Kassen Und die Tore auf Alle sollen machen Wie sie wollen Oder diese Diese Testtricksereien Dass dieses eine Testzentrum Da über 1000 Tests In der Woche abgerechnet hat Und die haben nicht mal 20 am Tag gemacht Das ist eine Riesenschweinerei Das dürfen wir nicht zulassen Und sowas muss Aufs härteste geahndet werden Weil die Leute Auf Kosten Unseres Geldes Und unserer Gesundheit Und unserer Wie soll ich sagen Fürsorglichkeit Dass sie das ausnutzen Und uns richtig Hart abfacken wollen Gehört geahndet Nur solche Dinge Kriegst du aber auch Erst an die Öffentlichkeit Wenn nicht alle rumheulen Also immer noch Seit anderthalb Jahren rumheulen Ich will keine Maske tragen Und damit sind die Medien voll Der Wendler hat schon wieder geschrieben Ja, ja, ja Die Masken sind tödlich Richtig Und dann ist nämlich Das immer im Fokus Meine Freiheit Meine Würde Wird angegriffen Durchs Maske tragen Steht dann überall in der Bild Und nicht Dass Leute dich abzocken Mit dem ganzen Scheiß Richtig Weil Die andere Schlagzeile Verkauft sich besser Weil ihr immer noch rumheult Wegen Basics Unter anderem auch Da ist dann wieder Das Medienmonopol In der Verantwortung Welche Schlagzeile bringen wir Welche bringt mehr Absatzzahlen So Und das Da sehe ich nämlich eben dann Dass solche wie unser Rothaariges Mädel hier Eben auch wieder eine Gefahr sind Weil die die Zusammenhänge Leider gar nicht so verstehen Ja Oder verstehen wollen Oder sich nicht öffnen Auch für Gegenargumente Weil das was wir gerade besprochen haben Die letzten 10 Minuten Dafür wäre sie definitiv nicht offen Da wette ich mit euch Sonst würde sie nicht da so stehen Und das so reden Wie sie es tut Sehr gefährlich 4Zero Wir machen weiter Ich gebe dir aber deine Kniebeuge Mein Bester Vielen vielen Dank Mann Auch für dich Wenn du überlegst Gifted Subs rauszuhauen Mach es bitte nicht Mach es als Donovan Vielen vielen Dank Ich fordere ich mir nicht so Ich habe die 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 Bei Selina läuft Nebenher der digitale Schulunterricht Die letzte Stunde Vor ihrer Abschlussprüfung Zur Verwaltungsfachwirtin Zwischendurch muss ich mich auch mal absatteln Und dann Unterricht machen Ja Und die Familie und die Kinder Also alles so ein bisschen Handeln Ja Die Mama macht ein bisschen Ein bisschen ihre Stimme laut Auf der Straße Hört mal zu So schaffen wir das nicht Wir müssen eine Linie binden Eine Linie In Richtung Selina will die Leute Zum Vorrücken animieren Wir verlieren sie in der Menge Dann erklärt die Polizei Die Demonstration für aufgelöst Wegen Verstöße gegen Corona-Auflagen Die schlagen durch Lücke Die schlagen richtig rein in die Menschen Selina ist wieder zurück Was ist passiert zu mir? Ich wollte vorne mal schauen Was da los ist Ich dachte die Menschen Geht vielleicht ein bisschen vor Und können ein bisschen gemeinsam So Ja so eine Einheit bilden Gegen die Polizei Aber Das geht nicht Also das Wasser Das tut nicht weh Wenn es auf einen zukommt Aber es ist wahnsinnig kalt Und es erschreckt einen Und die Polizisten Sind einfach gnadenlos Sie gehen gnadenlos Gegen die Demonstranten vor Die armen Demonstranten Viele hier kommen zum ersten Mal In Kontakt mit Wasserwerfern Mit Polizei Und nicht wenige glauben An die große Verschwörung Der Regierung Der Pharmaindustrie So ganz kurz Ich drücke hier zu viel auf Wir haben euch ja schon erzählt Wie begeistert wir vom New York Times Podcast waren Rabbit Hole Und natürlich sind wir losgezogen Und wollten auch so jemanden finden Einen Aussteiger Der uns alle seine Daten gibt Im Fullscreen bin oder was Tatsache Im Fullscreen Will er mich nicht pausieren lassen Wahnsinn Ähm Ich habe gerade noch eine Meldung Bei mir aus dem Chat Mit reinbekommen Hallo ihr zwei Ich finde gut was ihr da macht Ich möchte nur kurz Aus eigener Erfahrung Was berichten Bin im Büro tätig Bei uns gibt es drei Corona Fälle Ich habe mit allen dreien Sehr eng zusammengearbeitet Sogar unter einem Meter Abstand Es gab keine Maskenpflicht Wir haben an einem Tisch Nebeneinander gearbeitet Ich habe bis heute Keine Erkrankung bekommen Ich möchte dies hier nur Wertefrei stehen lassen Grüß an alle Ähm Da ist immer die Frage Dieses Die Corona Fälle Sind die aus dem Urlaub Wiedergekommen Wann Wurden die infiziert Weil so ein Virus Hat auch eine Inkubationszeit Hast du während Mit denen vielleicht Glück Also hast du Glück gehabt Dass du mit denen Während der Inkubationszeit Zusammengearbeitet hast Achso Fiddy ist wieder da Ich bin wieder da Ja sorry Ich war pinkeln Aber ich habe gehört So nach dem Motto Die Polizei geht mit zu viel Gewalt Gegen die Demonstranten vor Sowas Ähm Ja ich lese gerade bei mir Was aus dem Chat vor Erstmal werden wir zwei gegrüßt Hallöchen Ich finde es gut was ihr da macht Ich möchte nur kurz aus eigener Erfahrung Was berichten Bin im Büro tätig Bei uns gab es drei Corona Fälle Ich habe mit allen dreien Sehr eng zusammengearbeitet Sogar unter einem Meter Abstand Es gab keine Maskenpflicht Wir haben an einem Tisch Nebeneinander gearbeitet Ich habe bis heute keine Erkrankung bekommen Ich möchte dies nur wertefrei stehen lassen Gruß an alle Ja das Kann sein Dass das Glück ist Oder dass dein Immunsystem Besonders gut reagiert hat Oder Könnte aber auch sein Du bist dann durch die Inkubationszeit geschlüpft Oder du bist ein Träger Der nicht drauf reagiert Genau Symptomfreier Träger Und letzten Endes Vielleicht Nur vielleicht Eine enorme Gefahr Vielleicht für deine Liebsten bist Könnte gut sein Dass du Vielleicht eine Oma Im Altersheim hast Die Keine Ahnung Ein geschwächtes Immunsystem hat Und du besuchst die Und du In dir tummelt sich Ganz friedlich Das Coronavirus Aber bei dir passiert nichts Das ist wie bei Herpes-Erkrankten Knapp die Hälfte Ich glaube sogar 75% der Weltbevölkerung Haben Herpes Aber nicht jeder Kriegt einen Herpes-Ausbruch Lippenherpes Genitalherpes Was auch immer Aber es haben Es haben sehr viele Das heißt Und da muss man jetzt auch mal differenzieren Zwischen dem Was am Anfang der Pandemie Kommuniziert Und an Maßnahmen ergriffen wurde Das war erstmal zur Eindämmung Bevor Weil man wusste gar nichts Über den Virus Ja Man weiß halt nur Okay ist aus dem Covid Covid-Stamm Ist jetzt aggressiv Unterwegs Hier verbreitet sich erstmal Wie Hulle Wir müssen erstmal was machen So Und dann Desto mehr man über das Virus gelernt hat Desto mehr wusste man Was da passiert Und es wurde auch irgendwann Klar kommuniziert Dass dieses Virus Nicht bei allen Menschen Tödlich verläuft Und dass ein ganz geringer Prozentsatz der Bevölkerung Halt auch keine Symptome zeigt Aber du bist dann immer noch Träger Und du kannst das Zeug Immer noch verbreiten Aber wenn man sich das mal anschaut Dass gerade Corona ist Lass mich kurz Ja ja Ganz kurz Und Da gibt es immer noch Die ganzen Grundregeln Die für die Verbreitung Von Viren gelten Nämlich Wo hast du dich angesteckt Wann hast du dich angesteckt Inkubationszeit Ganz ganz wichtig Und bei Corona Waren es 14 Tage Wenn ich nicht ganz irre Oder 13 12 13 14 Tage Irgendwie sowas ja So und wenn du halt Mit den Leuten zusammengearbeitet hast Während dieser 12 Tage Dann fühlt sich das für dich Erstmal lang an Was ich Der Kollege kommt aus dem Urlaub zurück Aus der Türkei Ihr arbeitet Anderthalb Wochen zusammen Und auf einmal Wird der Kollege Weggesteckt wegen Corona Und du sitzt dann da Moment mal Mir geht es gut Ich habe nichts Dann könnte man Wenn man halt Diese Inkubationszeit Nicht bedenkt Davon ausgehen Und dann ist aber Das ist aber ganz komisch hier Wieso passiert mir nichts mit Corona Wird auch mal gesagt So böse Was ist da los Ja Kann man auch wieder Kann man auch wieder Auf das zurückführen Was ich Was ich immer wieder sage Dieses rauszoomen Oder reinzoomen Du selber bist nicht Krank geworden Es könnte jetzt Rein statistisch Wäre es möglich Oder rein hypothetisch Wir haben einen Betrieb In dem jeder Einzelne Mitarbeiter An Corona erkrankt Wenn man das Im ganz kleinen Maßstab sieht Dann sind das 100% Alle kriegen Corona Und ganz blöd gesagt Alle landen auf der Intensivstation Dann ist Corona Zu 100% Bringt das die Leute Auf die Intensivstation Gibt aber auch Unternehmen Da erkrankt keiner an Covid Ich finde Deswegen finde ich Dieses Argument Immer so lustig Was ich jetzt gehört hatte Ja also Ich habe im Bekanntenkreis Niemand der auf der Intensiven Gelandet ist wegen Corona Wie viele von euch Also die das gesagt haben Haben jemanden In der Familie gehabt Der auf der Intensiven Wegen der Grippe gelandet ist Zum Beispiel Auch keinen Nur weil man Weil man niemanden kennt Oder niemanden kennt Der jemanden kennt Heißt das nicht Dass es das nicht gibt Also Meine Glückwünsche auf jeden Fall An denjenigen Der das geschrieben hat Also vielleicht entweder Super krasses Immunsystem Was ihm zu wünschen ist Ich hoffe das bleibt so Oder sehr viel Glück Was ich auch wünsche Dass es so bleibt Man kann aber nicht Sein eigenes Kleines Sein kleines Umfeld Wirklich als den großen Maßstab nehmen Deswegen bin ich auch Wenn ich so Sachen aus meinem Leben Erzähle oder so Das ist dann halt Meine Erfahrung Basierend auf meinen Werten Das ist nicht allgemeingültig Das muss man sehen Dass die eigene Sichtweise Niemals allgemeingültig sein kann Im Leben nicht Ums Verrecken nicht Das ist nicht möglich Jetzt kam noch mal Eine Rückmeldung Bei mir im Chat Selber Autor Ich kann den Namen Leider nicht aussprechen Sorry Ikjokül Der eine war montags Zur Arbeit gekommen Und meinte Das geht ihm nicht so gut Er macht jetzt einen Test Der war dann positiv Also als er schon erkrankt Falls euch das weiterhilft Grüße Mir hilft das erstmal Nicht weiter Ich bin kein Virologe Das sagt nicht viel aus Eben Einmal das Denn Nur weil es diesen Inkubationszeitraum gibt Das heißt So ein Virus Ist ja nicht wie Wie ein Stromschalter Legt sich an Aus um Und wir kennen auch Die Situation vor Ort nicht Wir kennen auch Den Kollegen nicht Wir kennen erstmal nur das Was du jetzt schreibst Aber so wie du es schreibst Wäre es Nach meinem Wissensstand Und der ist halt Nicht maßgeblich Wäre es im Bereich Des möglichen Dass halt während Der Inkubationszeit Der infizierte Körper Sich immer schlechter anfühlt Also der Patient Hat immer ein schlechteres Wohlbefinden So wenn du dann hingehst Und dich testen lässt Dann hast du schon genug Von diesen Von den Antigenen Weil es wird ja Auf Antigene getestet Nicht auf den Virus Dann hast du schon genug Antigene im Blut Dass der Test anschlägt Ich meine Er sagt ja Dass er das Wertefrei Also ich schätze mal Dass er das Er wird es für sich Wahrscheinlich als Bestätigung nehmen Dass diese Corona-Geschichte Hat er ja aber nicht reingeschrieben Was ich sehr gut finde Weil Wenn man das schon nicht macht Dann hat dieser Mensch Auf jeden Fall erkannt Nur weil es jetzt Kein Problem ist Heißt das nicht Dass es für mich Zum Problem wird Weil es könnte gut sein Dass man jetzt Dann doch irgendwann Aufgrund irgendeines Blöden Zufalls Doch an Corona erkrankt Und vielleicht doch Sogar einen schweren Verlauf hat Und dann müsste man Nämlich wenn man vorher gesagt hat Ach diese ganze Corona-Scheiße Gibt's alles gar nicht Müsste man dann zurückrudern Von daher finde ich Das eigentlich schon Recht intelligent Dass man sagt Wertefrei Nur so Also so ist das Bei mir im Betrieb gewesen Das sind einfach mal Nur die Fakten Auf den Tisch gelegt Ich hatte bisher nichts Aber das heißt nicht Dass es das nicht gibt Oder dass es mich nicht Irgendwann doch tangieren könnte Von daher finde ich Das ist ein guter Beitrag Auf jeden Fall Weil man in Betracht zieht Dass Nur weil das bei dir Im Betrieb so ist Dass das nicht Allgemeingültigkeit hat Das finde ich Ist jemand intelligent rangegangen Auf jeden Fall Da versteht jemand Den Zusammenhang eher Auf jeden Fall Weil man sagt Jupp So ist das Ergebnis bei uns Zumindest bis jetzt gewesen Stand aktuell Könnte sich aber auch ändern Finde ich richtig so Gut jetzt kommt Mir etwas Ich verstehe es mal Als eingeschnappte Antwort Okay Schönen Tag noch Punkt 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 Ja Wünsche ich auch Ja eben Also das Das kann man interpretieren Wie man möchte Also auf jeden Fall Hoffe ich gutes Immunsystem Oder viel Glück gehabt Oder beides Ähm Hoffe das bleibt so Ganz einfach Ich wünsche niemandem Corona Nee Auf keinen Fall Ich meine Ähm Man könnte jetzt auch sagen Äh Unfälle Tödliche Unfälle Wie viele von euch Haben jemanden Im Bekanntenkreis In der Familie Der an einem tödlichen Unfall Gestorben ist Wir haben Im Jahr Um die 20.000 30.000 Todesopfer Im Straßenverkehr vielleicht Äh 6.000 sind es Oh nur 6.000 Okay guck mal Nur noch 6.000 Ich persönlich kenne niemanden Also richtig persönlich Der Äh Durch Also Ja im Bekanntenkreis Ist es passiert Halt 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 Entschuldigung 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 Das war pro Monat Es tut mir leid 6.000 pro Monat Ich hab die Statistik vertauscht Aber jetzt Jetzt nehmen wir jemanden Der Der niemanden kennt Der Also der noch nie irgendwie Von irgendwem Tödlichen Unfall Und so weiter Das erzählt ihr doch alle bloß Tödliche Unfälle Passieren gar nicht Und dem einen Sterben in der Familie Alle weg Durch einen tödlichen Unfall Weißt du Perspektive Man muss raus um Und das ganze große sehen Von daher Toi 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 Für den Menschen Der da im Büro sitzt Dass das hoffentlich Weiterhin so bleibt Also am besten Dass sich niemand mehr Mit Corona infiziert Und dass auch niemand Wenn er sich infiziert Im Krankenhaus landet Fun Facts Andere Statistik Es sterben pro Monat 15.000 Menschen An den Folgen Von Ärzte Fusch Mhm Die ist auch schon Relativ alt Das hat Volker Pispos Schon um 2006 Oder 2008 Schon verwertet Das kann sein Aber die bleibt bestehen Die haben die Quote gehalten Aber sagen wir deswegen Geh bloß nicht zum Arzt Sie bringen dich um Manche machen das Aber ganz ehrlich Ich war schon relativ oft Im Leben beim Arzt Und Ich lebe zum Glück noch Und die meisten von uns auch Ja Bei mir wurde Bei mir wurde Bei mir wurde Zum Glück noch Keine Rolex im Bauch vergessen Obwohl das wahrscheinlich Mein Net Worth Um knapp 60.000 Euro Steigern würde Oh ich würde mich freuen Die würdest du dir selber rausschneiden Mit dem Steak Und das war verdammt schwierig Wir haben mit vielen gesprochen Die einen hatten ihre Daten nicht mehr Die anderen wollten nicht mit uns reden Die dritten wollten mit uns reden Aber nicht vor der Kamera Und die Daten Wollten wir uns natürlich auch nicht geben Und dann haben wir einen gefunden Es war wirklich schwer Offenbach Oh Wir treffen uns auf dem Acker Bauchtasche Maske hab ich auf Alles klar Jogi Alles begann scheinbar harmlos Mit Mythen Und geheimnisvollen Welten Also Angefangen hat Ja eigentlich alles Mit Das kann sein Wandum ja Schaff Treppen ab Dann hab ich hier Denning verschlungen Buch um Buch Er ist halt so ein Skeptiker Der halt Kein Vertrauen drin hat Dass Menschen auch wirklich Das vollbracht haben Was eben halt verbracht wurde Ui Da fängt's an Und hier geht's eben halt Wirklich Los Wo dann eben halt In dem Buch Verschwörungstheorien Verbreitet werden So richtig rutscht Marcel 2014 in die Verschwörungswelt Mit den dramatischen Bildern Aus der Ukraine-Krise Au weh Ich hoffe das geht nicht In die Richtung In die ich befürchte Die es geht Mhm Doch Er ist überzeugt Dass Amerika Die EU Und die NATO Einen Krieg provozieren wollen Facebook zieht ihn in den Bann Dort trifft er Gleichgesinnte Verstrickt sich in Gruppen Wir dürfen seine Daten Einsehen und auswerten 2010 bis 2018 Einfach alles Likes Kommentare Postings Über Da hab ich Da hab ich ne Frage Man hat sich hier In der westlichen Welt Zu 100% Darauf geeinigt Dass die Russen Alleine schuld sind An der Scheiße Und dass Wladimir Putin Eigenhändig die Leute Hingeschickt hat Ne Der Euromaidan Ist nicht passiert Und Ähm Ich glaub Yanukovic hieß ja Ein Yanukovic Hat nie sein Volk Also Die Die sich da Separieren wollten Hat die als Ratten Als Hunde bezeichnet Die man einfach Wegbomben darf Richtig Weiß ich so nicht Da Da gehen Da gehen Sachen ab Äh In der Ukraine Auch heute noch Die Äh Wenn man Wenn man Mal drauf schaut Nicht ganz schlüssig sind Und das Ähm Dass solche Solche militärischen Organisationen Wie das Batallion Azov Dass sich offen Mit Nazi Insignier Schmückt Dass die da Die ukrainische Europäische Freiheit Verteidigen Schmeckt mir ganz komisch Dass der Dass Dass russland Nicht auch Interessen hat Streite ich definitiv Nicht ab Das russische Militär steht Nahe der ukrainischen Grenze Aber dieser Ost-West-Konflikt Oder amerikanisch Europäische Oder später dann Europäische Und sowjetische Oder russische Konflikt Den gibt es Habe ich gestern mal Angesprochen Ähm Kuba-Krise Sagt uns allen Sagt uns allen was Dass die amerikaner Vorher Zum beispiel In der türkei Langstreckenraketen Und kurzstreckenraketen Aufgebaut haben Und einen raketenschirm Aufgebaut haben Sagt niemand was Das heißt Unweit Der russischen Oder damals Sowjetischen Äh Der sowjetischen Landmasse Wurden Raketen Aufgebaut Spricht niemand drüber Auch Atomwaffen Aber dann haben die Russen nach Kuba Ein paar Raketen Gebracht Ein riesen Trara drum gemacht Also das eine Ist in Ordnung Und das andere Nicht Da muss ich sagen Muss man wieder mal Ein bisschen aufpassen Dass man eben Nicht nur die eine Sache sieht Sondern dass man da Generell mal sieht Welches Interesse Haben die amerikaner Welches interesse Haben die russen Welches interesse Hat die eu Was ist da Politisch abgegangen Und ich sag nicht Dass solche wie Givi und Motorola Nicht auch Kriegsverbrecher sind Das sind zwei Separatisten Die mittlerweile auch Tot sind Die haben auch Verbrechen begangen Sicherlich Aber die Ostukrainer Jetzt als Das sind die Komplett nur die Bösen gewesen Das ist auch Einseitig Ganz Ist Gefährlich Hallo Bianca Mir geht's eigentlich Ganz gut Wir sitzen eben Auch in der Westlichen Bubble Eben Prof Jackson Sim Deswegen sag ich Auch mal wieder Für uns sind die Chinesen Immer dieser Keine Ahnung Der Dreck Die Kloake Die sind für uns Die Werkstatt Des Westens Wenn in China Die Natur Ausgebeutet wird Damit wir hier Günstig Fahrräder Und Autos Und keine Ahnung Und hier Smartphones Die kommen fast Alles ist Made in China Oder made in Taiwan Oder sonst Zum asiatischen Raum Ist voll in Ordnung Da ist das In Ordnung Aber ansonsten Sind die Schmutz Für uns Dafür sind die gut Und wenn dann Corona zum Beispiel In China ausbricht Ja die blöden Chinesen Dann rafftet halt Ein paar Asiaten hin So nach dem Motto Nö Das ist auch bei uns Angekommen Tja Und da Wenn wir dieses Thema haben Ukraine Und auch diese Russland-Hetze Die teilweise gemacht wird Das ist auch Brandgefährlich Weil da wieder Ich meine Wir teilen uns Mit den Russen Ein Kontinent Wir müssen nicht Die größten Freunde sein Aber wir sollten uns Die auch nicht unbedingt Zum Feinde machen Und man muss mal Teilweise auch schauen Welche Interessen haben die Welche Interessen haben wir Welchen Interessen haben die Amerikaner Zum Beispiel Nord Stream 2 Das ist bei uns hier an der Insel Also Ein paar Meter weiter weg Am Festland Kommen Nord Stream 1 und 2 ran Die Russen verkaufen uns Für ein günstiges Geld Das hat sogar Der Der Herr Schröder hat das mal Ganz richtig ausgedrückt Also egal wie viele Fehler Er gemacht hat Aber das hat er mal Ganz richtig gesagt Die Russen sind Seit es Verhandlungen Oder seit sie Partner sind Sind sie sehr zuverlässige Partner Die liefern Du zahlst denen dein Geld Du gehst denen nicht auf den Sack Die liefern So ist es auch mit dem Öl Mit dem Gas Die Amerikaner wollen Gar keine Pipeline Die wollen Nord Stream 2 nicht Was haben die Amerikaner gemacht Vor 2, 3 Jahren Die wollten uns Deutschen Diesen Dieses Ja was wie ein Freihandel Mit den Russen verbieten Wollten das unterminieren Warum Die Amerikaner wollen uns Ihr Öl und Erdgas verkaufen Also noch vor 2, 3 Wochen Kam doch hier von Von Biden ein Ultimatum Also natürlich Wo unsere Schiffe Wegscheuchen wollten Das werden sie auch Weiterhin führen Und da ist jetzt nicht Dass der Amerikaner Es so super gut mit uns meint Der möchte auch sein Geld verdienen Und daher finde ich Das gerade in dieser Dokumentation Wenn man so Das Thema vielleicht Aufgreifen möchte Mit so einem Tenor Finde ich das auch wieder gefährlich Weil es wird ein Bild gezeichnet Ein sehr einseitiges In der Ostukraine Es haben nur die Ostukraine Auf die Westukraine geschossen Und die Westukraine Haben sich nur gewehrt Da ist Krieg Mitten in Europa Ist da Krieg Und das haben wir Komplett ignoriert Das ist sehr grausam Was da abgeht Ich hoffe dir geht's gut Oder was wollten sie damit sagen Dass sie Die Bestimmerin Von der Diktatur gewesen ist Und dem waren Alle untergeordnet So war der Blick Da damals drauf Dann hat er aber Politik nicht ganz verstanden Weil Angela Merkel Ist nicht die super große Entscheidungsträgerin Die ist letzten Endes Das Gesicht für eine Für eine Politik Die gemacht wird Frau Merkel selber Hat einen geringen Einfluss Die fährt irgendwo hin Schüttelt Hände Und gibt letzten Endes Vielleicht noch so ein Proforma Okay für irgendwelche Sachen Aber ansonsten Läuft das über ganz andere Kanäle Ja aber das ist Da sind tatsächlich wieder diese Er sagt ja selbst Er kommt aus den Verschwörungskreisen Hast du nicht gesehen Und das sind dann diejenigen Die einerseits Mit so einem halbzwinkenden Auge Sagen Hier von wegen Echsenmensch Und hast du nicht gesehen Sich dann aber wieder An solchen Ladenfronten Aufreiben Wo eigentlich viel Die ganzen wichtigen Sachen Hintergeschehen Ja Einerseits wollen sie Einen riesen Durchblick haben Und andererseits Haben sie keinen Deswegen muss man da Immer vorsichtig sein Dass man eben nicht Zu sehr extrem In eine Richtung geht Sondern sich fragt Was hätte die eine Seite davon Was hat die andere Seite davon Es ist nicht alles Gold Was glänzt Das bedeutet halt Dass man sich auch Verschiedene Quellen angucken muss Yes Und das hat er nämlich Dann wieder nicht getan Sondern hat sich In einer Blase aufgehalten In einer Echo-Kammer In einem Safe Space Und ließ sich nicht angreifen Weil Sobald man eingestehen muss Dass man falsch liegt Ist man angreifbar Und das möchte man ja nicht Keiner von uns möchte falsch liegen Wir wollen immer alle richtig liegen Weil wir alle Die perfekten Richtigen Menschen sind Ich liege jeden Tag falsch Das macht das Das ist auch mega anstrengend Sich andauernd zu hinterfragen Das kickt ja bei mir Auch mit in die Depression Zwischendurch rein Richtig Dass ich mich immer wieder Immer wieder neu auslote Richtig Ja Das zählt da auf jeden Fall mit rein Hat auf jeden Fall ein großes Gewicht Ich hab nämlich damals Wo das in der Ukraine losging Na ist gut Ich hab damals Wo das in der Ukraine losging Hab ich teilweise Heftigste Depressionen geschoben Das sind zwar Menschen Die uns eigentlich überhaupt nicht Also das sind keine Nachbarn Ich kenn die nicht Aber für mich sind das Allein schon wegen der Kultur Sind das Brüder und Schwestern Allein dieses Selber nicht helfen können Und dann sehen Man hat halt so Diesen staatlichen Bewusstsein Mit drin Eigentlich könnte unsere Bundeswehr Jetzt helfen Weil wir helfen ja auch in Afghanistan Warum helfen die jetzt da nicht Was ist da los Was läuft hier falsch Und ich hab halt Die Beiträge von beiden Seiten angeguckt Also weiß Ist da sehr viel rumgefahren Hauptsächlich mit den Mit den Mit den ukrainischen Kräften Und dann siehst du aber auch Die Videos von der Gegenseite Also man sieht Dass da sehr viel Propaganda betrieben wird Von beiden Seiten Aber wenn du teilweise Die gleichen Videos siehst Aus anderen Blickwinkeln Also die einen haben so gefilmt Und die anderen haben so gefilmt Und man sieht sich das mal an Und hat die Schnittmenge davon Dann sieht man wie viel Scheiße Da eigentlich abgeht Und wie viel Müll da erzählt wird Gerade aber leider eben auch Von der westlich Unterstützten ukrainischen Seite Wie gesagt So ein Bataillon Azov Die laufen mit Nazi-Insignien rum Und das unterstützen wir Da schicken wir unter anderem Oder die Amerikaner Schicken Leute hin Um die auszubilden Wie man richtig tötet Da sind Faschisten am Werk Die das Erbe Von der SS Von deutschen Kriegsverbecherern Heute noch tragen Und das auch ideologisch noch tragen Nach draußen Das unterstützen wir heute Da muss ich dann Mein eigenes Wertesystem Oder das Wertesystem Des Landes Oder der Kultur In der ich lebe Muss ich hinterfragen Weil das kommt für mich nicht in Frage Ich kann nicht Solche Leute unterstützen Die sich heute noch Ideologisch Mit sowas Also auch befassen Und das positiv nach außen tragen Und dann so nach dem Motto Die Wir Ukrainer Wir sind zwar auch Slaven Aber wir müssen die anderen Slaven Die jetzt dagegen Die müssen wir ausrotten So nach dem Motto Das geht nicht Das kannst du nicht Das kann ich nicht unterstützen Wenn die das machen Okay ich kann es nicht verhindern Aber unterstützen darf ich es definitiv nicht Ganz furchtbarer Scheiß Der da abgegangen ist Das ist auch so ein Riesenthema Alleine der Ukraine Konflikt Welche Entstehungsgeschichte der hat Und wo das Ganze hinführen könnte Das ist so ein Ding Wo man sich schon ewig mit beschäftigen kann Und da kriege ich auf jeden Fall Magen Und einen flauen Magen Das füttert richtig Depressionen Vor allem weil man machtlos ist Wenn man sich so denkt Allgemein ist es nicht schön Dass sich gerade da unten Leute beschießen Und so weiter Egal welche politische Gesinnung ich habe Aber da sterben Menschen Wegen teilweise auch wirtschaftlichen Interessen Anderer Länder Die da gerade überhaupt nicht sind Sei es russisch Oder sei es amerikanisch-westlich Dafür sterben Menschen Einfach so Und wir nehmen das hin Aber die sind die Bösen Und wir sind immer die Guten Und da wird mir schlecht, Alter Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende, Aurora Hab dich ganz toll lieb Pass auf dich auf, ne? Kussi Aus diesem Strudel von Angst Und gegebenenfalls Terrorismus Dass ich irgendwie draußen bin Bei Marcel waren es am Ende Seine Freunde und seine Familie Die ihn wieder zurückgeholt haben Aber was ist, wenn du das nicht hast? Das soll uns einen menschlicheren Effekt geben Und wie viel ist eigentlich Algorithmus? Wie viel machen YouTube, Facebook und Co. mit dir? Der Silicon Valley hat da immer eine große Rolle gespielt Also Zuckerberg und Co. waren in den letzten Jahren Eigentlich ständig vor dem Kongress deswegen Mr. Zuckerberg, you're familiar with the task platform, aren't you? Senator, we use the task system for Wie viel Macht, wie viel Manipulationen, Möglichkeiten haben eigentlich die großen Tech-Konzerne? Am besten weiß das vermutlich jemand, der mal dort gearbeitet hat Ein Kollege aus Paris trifft für uns den Franzosen Guillaume Chaslot Wegen Corona kann ich nur am Telefon dabei sein Vor einigen Jahren hat Guillaume bei YouTube gearbeitet Direkt am Empfehlungsmechanismus YouTube würde auf den maximalen Gewinn hin optimieren Denn je länger die Videos, je länger man guckt, desto mehr Werbeanzeigen Ja Also ganz ehrlich, das sollte heutzutage jeder von uns begriffen haben Dass wir Content, dass wir in solchen Algorithmen uns befinden Dass uns immer das angezeigt wird, was uns gerade interessiert Ist mit Twitch genauso Wenn ihr viel Apex schaut, dann wird ganz vorne auf der Liste Apex stehen Ganz simpel 2013 ging Guillaume raus bei YouTube Seitdem gab es viel Kritik an der Plattform Und es heißt, YouTube habe den Algorithmus deswegen mittlerweile verändert Das wollen wir prüfen Selina hat uns ja ihre YouTube-Daten auch gegeben So, hier haben wir jetzt hier YouTube-Aktivität im zeitlichen Verlauf von Selina Man sieht hier tatsächlich, dass sie zu Beginn der Pandemie im März, April, Mai viel mehr geguckt hat Und ich habe auch sehr viel geschaut, als das losging Das passt nicht in die Erzählung, dass YouTube uns immer weiter ins Rabbit Hole zieht und uns abhängiger macht Also sie sagt halt, YouTube hat einfach viel gelöscht, das war irgendwie langweilig Da war einfach nicht mehr so viel von dem, was mich interessiert hat Und ich war dann einfach mehr auf Telegram Haben die Veränderungen bei YouTube also wirklich was gebracht? Mit Josef, einem Datenexperten, machen wir ein kleines Experiment Was wird mir vorgeschlagen, wenn ich Verschwörer-Videos gucke? Schickt mich der Algorithmus immer weiter ins Rabbit Hole? Ist schon so, Carlo, ja Ich habe mir die 1000 meistgeteilten YouTube-Videos auf Telegram angeguckt Und habe quasi fiktive Charaktere erstellt, die sich 10 zufällige dieser Videos angucken Dieter, Willi, Herbert Genau, die haben alle vielleicht per Zufall männliche alte Vornamen Aber Dieter, Josef und so weiter werden sich da einfach mal angucken 10 Videos und dann gucken wir, wie sich die Startseite von denen fällt Und los geht es Das brauchen wir eigentlich gar nicht, das weiß doch jeder, oder? Also, okay, es ist wichtig Also, das, was sie jetzt gerade machen, ist eigentlich total wichtig Aber für mich ist es zum Beispiel schon Ich habe das jetzt schon 30 Millionen Mal gesehen Ich meine, es gibt Gründe, warum ich auf meinem Gaming-PC nicht angemeldet bin auf YouTube Weil ich dadurch eine größere Bandbreite habe Weil ich dafür den Stream mehr Content habe Ansonsten, wenn ich mich anmelden würde Dann wäre alles voll mit anderthalbstündigen Arte-Dokus Wisst ihr, wie lange dann ein Stream dauert? Dann sind wir nach zwölf Stunden noch nicht fertig Und die meisten würden sagen, oh, anderthalb Stunden nur Doku ein Thema Dann labert Fidde noch so viel drüber Das interessiert mich heute nicht, da gucke ich nicht zu Vor allem, wenn der Gravy noch mit beisetzt, dann kommen sie ja gar nicht mehr zum Ende Also, jedem von uns Wenn er ein bisschen nachdenkt, sollte das wohl bewusst sein Dass YouTube und auch andere Plattformen, auch TikTok Alle Plattformen arbeiten mit solchen Algorithmen Um uns den Content, um uns das anzubieten, was uns am besten schmeckt Nein, die Plattformen wollen uns auf den Plattformen halten Damit wir mehr Werbung gucken Damit die mehr Einnahmen haben Das wäre mir überhaupt Das ist ja Blödsinn Wahnsinn Das ist ja blöd Aller Quatsch Ich lasse mich nicht beeinflussen Nee Ich merke nur immer wieder Bei mir kommt teilweise zweimal am Abend diese Werbung von wegen Ja, mach doch mal jetzt mal eine TikTok-Pause Du kannst nicht so entscheiden, was ich Weggewischt Ja Henrik, ich lösche das mal raus Weil es könnte sein, dass das ein Passwort von dir ist Lol Du solltest es trotzdem ändern, das Passwort mein Bester, ne? Nur als Tipp Was ist rausgekommen? Wie radikal ist der YouTube-Algorithmus? So radikal, wie er schon mal war, ist er gar nicht mehr Das heißt, von den Sachen, die man jetzt auf so einer Plattform sieht Wenn man jetzt einfach nochmal die Screenshots anguckt Von der Startseite, dann sind da sowohl Verschwörungsideologische Sachen mit dabei Aber auch sehr viele Aber Carlo, es hat ein positives Du hast mich dadurch kennengelernt Wie er so mit Titeln Maus Der ist so nicht mehr gültig Natürlich haben wir auch bei YouTube nachgefragt Der Konzern sagt Im letzten Jahr hätten sie mehr als 30 verschiedene Änderungen gemacht Um Empfehlungen zu schädlichen Inhalten zu reduzieren Was ist es also dann, was die Leute radikalisiert Und gibt es einen Weg, der uns wieder zueinander führen würde? Ja, da muss ich ein bisschen sagen Bin ich ein kleines bisschen empfindlich Weil ich hab euch ja schon mal diese eine Doku Die ganz kurz nachdem Donald Trump nicht mehr im Amt war Rauskam Das ist ein Dreiteiler Wo sehr viel über Donald Trump hergezogen wird Was es so vorher über keinen amerikanischen Präsidenten gab Also ich mein, klar Gab's vorher nicht Dann wird's jetzt mal Zeit dafür Okay Das aber in dieser Doku von jemandem Der extremer militärischer Hardliner ist Das so hingestellt wird Es wurde mal von den Iranern eine Drohne runtergeschossen Und man hat sich binnen Stunden im Pentagon und sonst wo hingesetzt Und hat ausgerechnet Ja, wir müssen jetzt eine Offensive fahren Wie viele Menschen sterben in der ersten Stunde? Und da kam man so drauf Jupp, das würde 500 Menschenleben kosten Das ist eine Drohne Die hat ein paar Millionen Dollar gekostet Ja, aber das ist ein Ein Objekt aus Metall Aus Kupferdrähten Aus Das ist einfach nur wie ein Auto Das heißt, die Iraner haben den Amis ein Auto angezündet Und die Amis haben sich hingesetzt Wir müssen jetzt in den Iran angreifen Müssen uns dafür rächen Das war eine Verletzung unserer Hoheit Und keine Ahnung was Und dafür müssen wir zurückschlagen Mit Drohnenangriffen, Bomben oder sonst was Und da sterben Allein in der ersten Stunde mindestens 500 Menschen Und Donald Trump hat sich breitschlagen Und das hat erst gesagt Jo, jo, da gehen wir drauf ein Und hat dann irgendwann aber Seine Meinung geändert Und gesagt, das machen wir nicht In meinen Augen eine sehr gute Entscheidung Ausnahmsweise Donald Trump mal richtig reagiert Warum auch immer Ich will es gar nicht hinterfragen Sondern es war gut Fertig Wieder das Ding Er ist nur ein Gesicht Und die Hintermänner haben eher mehr oder weniger entschieden Und er hat aber eine Bremse reingezogen Und letzten Endes doch nicht sein Go gegeben Und darüber war dieser Mensch sehr Angesäuert Und das wird in der Dokumentation Haben wir uns auch im Stream angeguckt Und ich sehe in dem Moment Da sitzt jemand Der sich Der Der gar kein Problem damit hätte Innerhalb von einer Stunde Einfach 500 Menschen leben Auszurotten Und kritisiert Dass Donald Trump gesagt hat Ne, machen wir nicht Vielleicht hatte Donald an dem Tag So eine Eingebung Und das war der einzige Tag An dem er Keine Ahnung Mal gerecht war Und ein netter Mensch Und sich gesagt hat Ach komm Heute möchte ich keine 500 Menschen töten Und da sitzt Und in der Doku kommt das so rüber Als wenn das Als wenn das eine schlechte Entscheidung gewesen wäre Also Ganz so neutral Ist das dann aber auch nicht In der Berichterstattung Und ich bin Eher schon Man sollte eigentlich fast alles An solchen YouTube Videos zulassen Damit auch ich unter anderem Die Möglichkeit habe So einen Schwurbler Auseinandernehmen kann Ich sehe aber ein Dass eben nicht jeder So reflektiert denkt Dass er so ein Video schaut Und hinterfragt Ist das Blödsinn Was der erzählt oder nicht Es gibt leider sehr viele Die gucken sich dann So ein Dreckvideo an Von irgendjemandem Der sagt Corona gibt es gar nicht Corona ist erfunden Und das ist so und so Aber auf der einen Seite Sehe ich Wir brauchen das aber Wir brauchen Es ist schwierig Wir brauchen diese Arschlöcher Und diese Idioten Damit wir sie auch Auseinandernehmen können Damit wir ihnen Beweis Oder damit wir sie nehmen können Als Beweis Dass sie lügen Dass sie Scheiße erzählen Nur so kann ich sie angreifen Wenn ich sie verbanne Von dieser Plattform Was passiert automatisch Die suchen sich Ihre eigenen Kanäle Ich nenne das immer so Den Dreck unter den Teppich kehren Du kehrst und kehrst und kehrst Und eines Tages Hast du einen Riesenhaufen Dreck unterm Teppich Den musst du irgendwann wegmachen Oder das Monster im Schrank Dieses Aufräumen Was manche machen Alles in diesen großen Kleiderschrank reinstopfen Und irgendwann Machst du den Schrank auf Und wirst erschlagen Von dieser Masse Der Wendler Der wurde reguliert Der darf auf Facebook nicht mehr Der darf auf Keine Ahnung Twitter und sonst wo nicht mehr Instagram Jetzt ist er auf Telegram Und hat sogar noch mehr Einfluss Als jemals zuvor Und die Leute kommen hinterher Ist Telegram das Problem? Nee Ist Wendler das Problem? Ja Er ist die Ursprungszelle Des Krebsgeschwürs Aber alle die mit drauf anspringen Auf seine Scheiße Und die denen das glauben Die sind für mich das größere Problem Und das sind Menschen Die ich vielleicht noch beeinflussen kann Kann ich aber nicht Weil die sich auf YouTube Nicht mehr rumtreiben Oder vielleicht auch auf Twitch Nicht rumtreiben Ich kann mit solchen Leuten Nicht reden Und sie vielleicht auch überzeugen Von daher sehe ich das Auch kritisch Dass YouTube So teilweise dagegen vorgeht Ich finde es einerseits gut Weil ich sage So ein Scheiß Sollte eigentlich niemand machen dürfen Aber auf der anderen Seite Wenn sie es denen verbieten Dann geben sie ihnen gleichzeitig recht damit Guck mal die regulieren uns Die wollen uns den Mund verbieten Wenn sowas passiert Dann kann man doch nur die Wahrheit sagen So wie die Nazis das gemacht haben Es wurde demonstriert Und die Nazis haben die Leute weggekascht Andersrum Es reicht ja den Leuten Dass du Gegen ihre Demos bist Und schon Oh Diktatur Corona Diktatur Unterdrückung Tyrannei Ja Also dafür dass hier gerade Tyrannei ist Und du komplett unterdrückt wirst Kannst aber ziemlich laut streien auf der Straße Ohne dass dir was passiert Ich wollte gerade sagen Also der Bulle Wir stehen uns gerade auf der Straße gegenüber Und ich möchte mit dir diskutieren Du schreist nur Und du wirst aber nicht vom Bullen niedergeknüppelt Oder ins KZ gesteckt Nee Du wirst dann härter angegangen Wenn du dich in die Polizei reinschmeißt Was in letzter Zeit immer öfter vorgekommen ist Ja Wenn du angreifst Dann wird zurück angekommen Und da habe ich immer das Gefühl Das machen die meisten nur Um dann nachher heulen zu können Jetzt wurde ich aber von der Polizei angegriffen Komisch Dein Video zeigt nicht Dass du da vorher reingesprungen bist Obwohl du es bist Ja Was für eine Wahrheit möchtest du transportieren Und da sehe ich eben das Problem Dass viele Menschen nicht reflektiert sind Und eben nicht bereit sind Auf den anderen zuzugehen Und mit dem zu diskutieren Sondern heute Also Diskussion und Diskurs Gibt es ja gar nicht mehr Es gibt fast nur noch Diese extremen Lager Die gegenseitig die härtesten Geschütze auffahren Und nicht bereit sind Auch nur einen Meter In Richtung des anderen zu gehen Deswegen für mich immer wieder Ich stehe da in der Mitte Und versuche Beide zu verstehen Und teilweise zu vermitteln Und zu sagen Leute Wir könnten Wir könnten ganz gemütlich In der Bahn sitzen Und im Schritttempo vor uns her tingeln Das was wir gerade machen Da stehen wir nur auf einer Stelle Und ich kriege die ganze Scheiße von euch ab Weil ich in der Mitte stehe Und versuche mir das Beste Von beiden Seiten irgendwo rauszunehmen Weil Ein Körnchen Wahrheit ist ja irgendwo Immer mit drin Zu gewissen Anteilen Aber so kann man halt nicht arbeiten Und das stört mich Nur weiß ich halt nicht Ob dieses Regulieren Auf YouTube oder anderen Plattformen Ob das wirklich hilfreich ist Weil es mir Die Arbeit so wie ich sie verstehe So wie ich mein Wertesystem begreife Noch viel schwerer macht Weil ich an diese Leute Gar nicht mehr rankomme Ich würde zum Beispiel Gerne mich mal mit dem Michael Wendler Hinsetzen Ich würde mir gerne mal anhören Was der zu sagen hat Klar Ich würde ihm leider dann Eine Plattform bieten Dass er seinen Scheiß verbreiten kann Aber Ich lebe halt Fast schon in dem Traum Dass jeder von uns So erwachsen ist Und Um damit umzugehen Sowas zu hören Und sowas vielleicht auch mal In Frage zu stellen Vielleicht hat der Michael Wendler Auch recht mit ein paar Sachen Die er sagt Wenn er zum Beispiel sagt Yo Existenzen von Leuten sind gefährdet Das geht gar nicht Manche Maßnahmen sind Bullshit Wo ich sag Hast teilweise recht Manche Maßnahmen waren übertrieben Oder wurden zu sehr durchgesetzt Oder Es wurde nicht einheitlich reagiert Das hat einige Leute eingeschränkt Und andere konnten weitermachen Wie sie wollten Das war kein Für alle Oder miteinander Sondern so Gemache und Geschwurbel Und So eine riesen Spülmaschine Waschmaschine Und alles durcheinander Und die Leute sind überfordert Ja Aber dann wenn er postet Bis September sind alle tot Wo ich sag Hm Das hat es so bisher noch nie gegeben Das hat keine Impfung gezeigt Von daher Ist der Wahrheitsgehalt Deiner Aussage Wahrscheinlich Sehr gering Und du kannst es gar nicht beweisen Und was machst du Dann meine Frage Was machst du Wenn im September Nicht alle sterben Wenn im September Gar keiner stirbt Der wird nicht Auf die Knie gehen Und mehr Kulpas machen Das glaubst du aber wohl Ich will ja gar nicht Dass er vor mir auf die Knie geht Sondern ich würde dann gerne Mit ihm im Discord sitzen Im Call sitzen Und sagen Okay stimmt Ich hab Ich war auf dem falschen Wege Ich hab Scheiße erzählt Muss ich ändern Ich hab einen Fehler gemacht Das wird er wahrscheinlich nicht tun Aber das gibt mir die Möglichkeit Ihn zu entlarven Vor meinen Leuten Vielleicht auch vor anderen Leuten Vielleicht wächst dann meine Community Vielleicht kann ich dann sagen Ey Leute Ich mach nicht alles richtig Ich hab nicht die perfekte Lösung Für euch Aber ich hab einen Lösungsansatz Für euch Und zwar Dass wir uns alle mal in der Mitte treffen sollten Mal miteinander reden Vielleicht bringt es was Dass wir aufhören Uns auf 50 Meter mit Steinen zu beschmeißen Sondern dass wir von Angesicht zu Angesicht reden Wir brauchen uns nicht mal anschreien Wir können diskutieren Wir müssen nicht unbedingt einer Meinung sein Aber wir können Mit Meinung X Meinung Y Wenn wir uns da Versuchen Das Beste rauszupacken Können wir den Weg finden Den wir gemeinsam gehen können Wir müssen nicht Komplett Hand in Hand Aber wir können an einem Strang ziehen Zusammen Den Faden Diesen Strang Den ziehen wir durch das Durch das Nadelöhr Bei dieser Riesenlast Die vor uns liegt Und dann ziehen wir beide In die gleiche Richtung Und fertig Und nicht dass wir Wie Tauziehen machen Gegeneinander Yes yes Von daher ist das ganz ganz schwierig Diese Dieses Regulieren auf Plattformen Auf der einen Seite sage ich Yo Finde ich schön Weil dann können die ihre Scheiße Nicht weiter verbreiten Aber das ist ja nicht wahr Die können ihre Scheiße Weiterhin verbreiten Auf anderen Plattformen Deswegen Telegram ist nicht das Problem Telegram ist eine tolle Plattform Gerade wenn relativ wenig Reguliert wird Weil da ein freier Austausch stattfindet Allerdings Das größte Problem ist Wie die Menschen damit umgehen Wie bewusst sie sich sind Mancher Tatsachen Oder wie kritisch sie mit Aussagen umgehen Ja vor allem auch Weil du da halt In deiner Bubble Direkt drin bist Dann kommst du auch nicht mehr raus Wenn du einmal da drinnen bist Weil dann hast du Weil die Leute eben jetzt Auf Telegram sind Und vielleicht eben nicht Auf Twitch Oder auf anderen Plattformen Können sie vielleicht Mich zum Beispiel gar nicht mehr Oder dich finden Oder irgendwen Der jetzt so wie wir argumentiert Oder sich die Zeit nimmt Das aufzuarbeiten Das heißt Die sind aus unserem Einflussbereich Komplett raus Ich kann nicht im Ansatz Einen positiven Einfluss Auf diese Menschen nehmen Und das finde ich schade Das würde für mich Also wirtschaftlich Für meinen Kanal Wäre das vielleicht positiv Aber generell Der Einfluss Den ich auf Menschen haben kann Wenn der positiv ist Das würde mich mega freuen Ja Wenn es mehr wären Weil dann Hab ich auch abends Den Das Gefühl Dass ich mit meiner Arbeit Die ich Die ich leiste täglich Dass ich damit auch Was Gutes tue Ob ich mich mit Persönlichkeitsentwicklung Beschäftige Ja gut Das mit dem Guten Das ist ja jetzt Dein eigener Standpunkt Dass du jetzt wieder Für dich für den Guten hältst Das ist ja wieder Das zeigt ja nur Wie Gott du In deinen Ansichten bist Ich halte mich nicht Für den Guten Aber wenn ich Positive Ergebnisse bewirken kann Dann tue ich eine gute Arbeit Ob ich jetzt ein guter Mensch bin Ich bin nicht unbedingt Wer sagt denn Dass das positiv ist Wenn weniger Menschen sterben Du sagst gerade Das ist positiv Wenn weniger Menschen sterben Und sich weniger Menschen In Konflikte begeben Sei es auf der Straße Vielleicht hätten diese Menschen Ja gar nicht erst leben sollen Ja Das ist Das ist Das ist immer Dieser Diskussionsverlauf Den man immer so mitkriegt Das ist Das ist Also da ich ja Wie gesagt Selber misantrop bin Gehe ich bei dem Bei der Sache mit Vielleicht sollten gar nicht So viele Menschen leben Ja aber Dann ist die Frage Wo ziehen wir denn die Linie Also wer ist dann Lebensberechtigt und wer nicht Ich hab das Recht Nicht das festzulegen Und ich selber Würde es recht schade finden Wenn jetzt meine ganze Familie Oder ich ausgerottet würden Weißt du Kleiner Hinweis an die da draußen Wenn wir so Überlegungen machen Wie vielleicht sollten gar nicht So viele Menschen leben Heißt das nicht Dass wir was an der aktuellen Zahl Radikal was ändern wollen Sondern Dass wir Überlegungen angehen Zu dem Wieso hat der Mensch Das überhaupt so ausgebreitet Und war das alles so Ja Ist das alles so vereinbar Mit Natur Und hast du nicht gesehen Ich meine Ich nehme ja darauf Bezug Indem ich sage Ich hätte gar nicht das Recht Das irgendwie zu bestimmen Wer lebt und wer nicht Oder welche Bevölkerungsgruppe Oder Also wenn man jetzt sagt Man könnte ja rein theoretisch sagen Es gibt zu viele Menschen auf der Welt Okay Ja Das kann man relativ Wertungsfrei vielleicht sagen Oder dass man in gewissen Gebieten zu viele Menschen hat Das merkt man anhand der Natur Oder was auch immer Oder die Auswirkungen Auf diese Gebiete So Ja Das ist recht wertungsfrei Das heißt ja noch lange nicht Dass man sagt Ja die müssen wir alle weg machen Das Ja Ja Also Plattform regulieren Finde ich Teilweise sage ich Jupp Dadurch muss ich mich mit der Scheiße Nicht beschäftigen Aber Die Scheiße ist ja nicht weg Das heißt Der Dreck ist immer noch da Nur woanders Und nur weil ich den Dreck nicht sehe Heißt das nicht Dass er nicht da ist Schwierig Sehr 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 schwierig Schein Als würden die Gräben immer tiefer Stellt auch Josef fest Das neue YouTube ist nämlich Immerhin zum Glück Nur 400 Euro Und hier passiert es noch absurder Und krasser Eine vierte Corona-Welle Im Herbst Davor warnen Die Haus- und Hofpropheten In Corona-Deutschland Oh Hendrik Oh Hendrik Ich denke Krankheiten sind Für was da Und eigentlich Also in Anführungszeichen Sollte man die machen lassen Damit sich alles wieder Mehr in Richtung Balance bewegt Das Aus einem Vielleicht aus einem Aus einem evolutionären Biologischen Standpunkt Rein nüchtern biologisch betrachtet Ja Ausdünnung Aber sobald wir Ethik mit reinnehmen Nein Ethik und Moral Und dann bist du nämlich sofort raus Weil Da geht man nämlich dann ganz schnell In die Richtung Was Die Geschichte Die wir Deutschen nun mal leider haben Oder auch Die Russen Oder auch die Chinesen Ja Dann kommt man ganz schnell In Gedankenbilder Na klar Also rein biologisch Ganz nüchtern Eiskalt betrachtet Jupp Dann sollte man Grippe Sollte man Corona Sollte man Krebs Und alles andere Einfach machen lassen Aber moralisch Ethisch Lässt sich das Absolut nicht vertreten Und wir werden auch Wenn wir Wenn wir so ein Denken haben Wir werden als Menschheit Uns definitiv nicht weiterentwickeln Wenn wir so ein Denken haben Weil uns dadurch Sehr viel Trotzdem auch wertvoll ist Nur biologisch Den Material auch verloren geht Sag ich jetzt mal Ja Weil diese Ausdöhnung Der Menschheit Wenn du die so betrachtest Wenn du die so betreibst Also für den Planeten Wäre es vielleicht am besten Ja Aber das wird uns Als Spezies Mensch Wird uns das definitiv Nicht weiterbringen Weil unter uns Der Planet kommt auch so klar Ob wir den jetzt retten Oder nicht Der rettet sich selbst Die Erde braucht uns nicht Wir brauchen die Erde Richtig So rum wird ein Schuh draus Die Wälder brauchen uns nicht Nichts braucht uns Wir brauchen bloß in Deutschland Jäger Die regulieren Weil eben So wenig Fläche vorhanden ist Dass die Tiere sich teilweise Übereinander stapeln Also Wölfe Und irgendwelche Rehrudel Aber dort wo man sie teilweise Wo sie Platz haben Ja Wenn man Wenn man die Natur Sich teilweise selbst überlässt Funktioniert das wunderbar Wenn der Raum Vorhanden ist Der gebraucht wird Das heißt Der Mensch braucht den Planeten Erde Oder andere Planeten eventuell Falls wir eines Tages So eine Kategorie X Spezies werden Die den Die den Die nicht nur den eigenen Planeten Bevölkert Sondern andere Aber Wir brauchen Den Lebensraum Nicht der Lebensraum braucht uns Wir sind wie eine Art Krebsgeschwür Das sich unaufhaltsam ausbreitet Wir sind eine Grippe Die der Planeten Eventuell noch abschütteln kann Eventuell ja Vor Jahren Habe ich mal eine schöne Dokumentation Beziehungsweise einen Beitrag gesehen Der erklärt hat Von Von der Theoretischen Entstehung Des Universums Bis Heute Haben die So einen Zeitstrahl gemacht Und der war 5 Meter lang Und dann ist die Zeit Seit der es die Menschheit gibt Zwei Finger breit Auf diesen 5 Meter langen Strahl Das ist ein Fliegenschiss Absoluter Fliegenschiss Und wenn wir Egal wie wir jetzt hier eskalieren Wenn wir alles mit Atombomben platt machen Das schüttelt die Welt weg Die Erde schüttelt das weg Und dann gibt es vielleicht nachher Nicht ganz so viele Bäume Nicht ganz so viele Tiere Aber es gibt nach uns wieder was Das dauert vielleicht dann 35, 70 Millionen Jahre Aber dann ist wieder was da Und der Planet macht weiter Das heißt aber nicht Dass wir jetzt hier den Planeten Komplett wegrocken sollen Weil geht er sowieso weiter Sondern Das ist mehr so ein Ding Von wegen Dass der Mensch Nicht so wichtig ist Wie er sich nimmt Richtig Zumindest nicht für Ökosysteme Oder für Planeten Weil die Sonne Gibt es auch ohne uns Und die wird auch noch Eine ganze Weile So weiter vor sich hin glühen Wie sie das möchte Es braucht nicht uns Menschen Um die Sonne sozusagen Zu sehen und zu sagen Jupp das ist die Sonne Weil der Sonne ist das scheißegal Wenn wir den Planeten retten wollen Dann müssen wir mal langsam kapieren Dass wir das für uns machen Richtig Und nicht für den Planeten Und nicht weil wir die tollen Zebras Weil wir das für die Zebras machen Dass die Zebras sich dann bei uns bedanken Mann Mensch Das ist ja so toll Dass du das gemacht hast Die Viecher Ob sie dann aussterben oder nicht Das wäre ihnen ja eigentlich scheißegal Aber wir sind der Grund dafür Wir sind der Grund Warum der Planet heute So am Arsch ist Wie er ist Klimawandel gab es schon vorher Bin ich ziemlich sicher Aber der Mensch ist wie ein Katalysator Wir haben das mit unseren 3% Schön beschleunigt Wir sind der Turbolader sozusagen Wir haben das ganze Ding In Overdrive geschossen Und das Ding ist Wenn man sich diese Kälte Und Wärmeperioden anguckt Das eiert immer so hin und her Das ist so ein Pendel Klick, klack Aber wir Menschen An dem Punkt Wo es jetzt wärmer wird Da ziehen wir beim Metronom Das Gewicht nach ganz außen Das heißt Das Pendel schwingt sehr lange Und sehr langsam in diese Richtung Oder halt Bleibt sehr lange in dieser Hitze Und vielleicht kippt das auch Irgendwann mal ganz Und bleibt ganz liegen Auf der Seite Wo es immer wärmer wird Und dann haben wir irgendwann Wieder so einen Planeten Der nur noch aus Keine Ahnung Vulkanen und Lava Und sonst was besteht Oder halt Die Atmosphäre wird komplett Weggeballert Und dann sehen wir ja Wie es dem Mars ergangen ist Wie kamen wir jetzt Auf das Thema? Durch Corona? Nee, durch Ausdünnung Der Menschheit Achso, ja, ja, ja Wir brauchen den Planeten Nicht der Planet braucht uns Richtig, richtig Wir brauchen unsere Natur Wir brauchen Umwelt Nicht die uns Die Felder, die bestellt werden Vom Bauer Wilfried Wo der Mais drauf wächst Die brauchen uns nicht Das pendelt sich irgendwann alleine ein Wenn es uns mal nicht mehr gibt Und moin Kobold Einen wunderschönen guten Seien mir gegrüßt Rodenkobold Es ist eine eigene Welt In der scheinbar alles geht Jede noch so obskure Nachricht Jede noch so verrückte Theorie Hat hier Platz Da finde ich Wo wir das gerade Mit den Gehirnen und so weiter Ähm Die Leute Die Die der Regierung und so weiter vorwerfen Die wollen uns über Impfstoffe und sonstiges Ne Und 5G und keine Ahnung was Das sind lustigerweise aber auch die Leute Die Elon Musk feiern Mit seinem Mit seinem gehirn implantierten Chip Hm Würde ich sofort nehmen Finde ich Auf der einen Seite Totale Gedankenkontrolle durch den Staat Möchte ich nicht Aber irgend so ein Ähm So ein Lügner und Betrüger Der schon viele viele Millionen Menschen Um viel Geld gebracht hat Und schon einige Unternehmen Erfolgreich an die Wand gefahren hat Äh Und sich besser darstellt Als er eigentlich ist Dem vertraue ich das an Mir einen Chip ins Hirn zu setzen Ja Ich hab dir ja gestern oder vorgestern Dieses Video geteilt auf TikTok Mit den Ähm Demokraten und Republikanern Ja Ist äh Ja Corona Ja die wollen Die wollen uns äh Mit Ist auch was ganz Schlechtes Ja genau Das sind wie Millionen kleine Sturmgewehre für deinen Körper Moment was Waffen sind toll Ja Überleg mal Warum heißt das denn Shot Ja Du kriegst zwei Shots Im ersten wird eine Mauer gebaut Und der Virus zahlt dafür Weil das ist nämlich seine DNA Oh Ich bin grad so hart So geiles Video Und dann so Naja Wir können die Waffen ja nicht allen Blutkörperchen geben Ne Wir geben die Waffen nur den verantwortungsvollen Den weißen Blutkörperchen Wo kann ich mich impfen lassen Nächste Einblendung 100% Impfabdeckung Ja Geiles Video Geiles Video auf jeden Fall Hallo Trixi Ein Wunder wunderschön Eine Auswertung von Josef zeigt Wie wichtig Telegram wurde Er hat die reichweitenstärksten Kanäle der Szene beobachtet Mit jeder Demonstration werden sie populärer Kanäle mit bis zu 180.000 Followern Eva Herrmann Official Ja Ja Uff Rainer Füllmich Ich sehe auf Telegram Vielleicht eine ganz andere Wade Im Hintergrund sieht es aus Als wenn ein Dachs laufen würde Durch das Licht gerade Wäre die Wade so Wie sie Telegram darstellen würde Hätten wir schon 100.000 Tote durch die Impfung Das ist nicht der Fall Innerhalb von Telegram wird das aber immer noch geteilt Und geteilt Selbst die menschenfeindlichsten Inhalte Bietet Telegram eine Plattform Das machen andere nicht Oder nicht mehr Gehen da eher dagegen vor Die Gefahr die man derzeit bei Telegram hat Ist eben, dass da eine Art Echo-Kammer geschafft wurde Über der man ständig nur noch in verschwörungsideologischen Narrativen berieselt wird Wo ich wieder sagen muss Das ist eigentlich nicht die Plattform das Problem Sondern einmal die Content-Creator, die dort posten Die für mich aber nicht mal das größere Problem sind Die sind Verursacher Aber alle anderen, die damit aufspringen und das weiter befüttern Und eben nicht kritisch damit umgehen Und die Leute nicht mit ihrer Scheiße konfrontieren Die sind für mich das Problem Die Deppen, die alles ungefragt einfach weiter teilen Einfach weiter teilen Einfach diese Scheiße fressen und schlucken Das ist wie Adolf Hitler Hätte vielleicht nie ein Problem sein können Wenn nicht so viele Leute auch auf das angesprungen wären Wenn er nicht nach und nach immer mehr Helfer und Helfershelfer In seinen Bann hätte ziehen können Auch durch seine teilweise brillante Rhetorik Auch durch die Angst der Zeit Depression, Entwertung des Geldes Millionen für einen einzelnen Leib Brot Die Leute hatten Hunger Die Leute haben gefroren Die haben nichts gehabt Und dann kommt einer und verspricht denen etwas Wie die Leute damit umgegangen sind Es hätte auch ein anderer Politiker sein können Der alles vielleicht zum Besseren gewendet hätte Aber die Leute sind empfänglich Und jeder, der dort aufspringt Und jeder, der dort mitmacht Der ist eigentlich für mich das größere Problem Als der eigentliche Initiator Das ist wie bei Corona Das war vielleicht eine einzelne Viruszelle Wenn die in einem Wirt geblieben wäre Und hätte sich nicht verbreiten können Dann wäre es schon rum gewesen Das Viech wäre gestorben, wäre vergammelt Alles gut So verbreitet sich das von Person zu Person Dieses Gedankengut, das dort auf Telegram geteilt wird Und da das so eine Echokammer ist Weil woanders reguliert wurde Und man damit nicht umgeht Und gerade die Konsumenten, die dort sind Die sind das größte Problem auf der Plattform Das ist diese Gefährlichkeit Deswegen bin ich mir nicht ganz sicher Ob dieses super harte Eingreifen, Regulieren Wirklich sinnvoll ist Aber mir ist auch bewusst Dass die meisten Menschen einfach nur strunzdumm sind Und niemals damit wirklich umgehen könnten Oder würden Die brauchen einfache Antworten Die brauchen jemanden, der einen tollen Seitenscheitel hat Und Musik macht, Volksmusik Die sie mögen, mit dem sie sich identifizieren können Der ihnen sagt, was sie zu glauben haben Tatsächlich kannst du es ja noch weiter runterbrechen Weil laut Birkenbiel Es ist ja so, dass Männer und Frauen verschiedene soziologische Ansprüche haben Was ihren Klüngel angeht Ja, ist ja auch faktisch Männer wollen immer zu einer Herde dazugehören Und desto größer die Herde, desto besser Beispiel Fußballstadion Deswegen finden das so viele Leute So geil ins Stadion zu gehen Und damit ihren Verein zu feiern Und ihre Spieler zu feiern Weil das ein Grundbedürfnis mit anspricht Von diesen Leuten In einer möglichst großen Gruppe mit dabei zu nehmen Deswegen ist es auch immer so ein Fangruppe gegen Fangruppe Ding Weil da Herden aufeinander treffen Und du hast jetzt meine Herde angegriffen Jetzt muss ich mich hier vor allem Für die Herde stark machen Zusammengehörigkeitsgefühl Sonst kann ich mich von meiner Herde nicht mehr blicken lassen Ja Und Frauen wollen kleinen Klüngel haben Frauen wollen kleine Kreise haben In der sie Ich bin eine Frau Ja Kommunizieren Aber ja, statistisch gesehen ist es eben häufiger so Pass auf Und Telegram spricht lustigerweise beides an Ja Du hast dieses Gefühl Da sehr intim, sehr nah dran zu sein An der Geschichte Dadurch, dass du halt da jetzt Live mit interagierst Und alles sofort mitlesen kannst Aber wir sind viele Aufgrund der Genau Sind es viele Richtig Wir sind viele, aber wir sind intim Richtig Und dadurch kriegst du halt die Leute Die halt eher Ich Boah, wie nennt man sie am besten? Die Herdentriebgesteuerten Ja Wobei es das halt auch wieder nicht trifft Weil es sind ja zwei verschiedene Soziologische Hintergründe Ja, ja Die ja mit einspielen Aber Aber so wie du es sagst Kann man das stehen lassen Es wird beides bedient Das hatten wir ja anfangs schon In den ersten 20, 30 Sekunden Warum Influencer so wichtig Oder auch so gefährlich sind Die sprechen ihre Leute Persönlich an Die machen Mit einem verwackelten Handybild Macht der Wendler Wenn er gerade auf seinem Balkon sitzt Oder so Ey Leute Ich wollte mich heute nochmal an euch richten Und dann kommt irgendwelche Scheiße Wird geschwurbelt und geschwurbelt Während ein Lauterbach Der vielleicht Jetzt nur hypothetisch Mit den wichtigsten Informationen Der sitzt vor irgendeiner Kamera Ganz steif Und höchst professionell Damit können sich die Leute nicht identifizieren Also weder im Herdentrieb Noch im Individualsinne Während ein Michael Wendler Oder ein Attila Hildmann Der spricht die Leute persönlich an Das ist auf einer ganz anderen Ebene Das ist viel breiter aufgesteckt Deswegen sind soziale Medien Was Aufklärung betrifft Viel wichtiger als die Breitband-Massenmedien Vor allem Hildmann und Kurde bedienen Auch ganz stark dieses Wir gegen die Richtig Und die wollen uns was Böses Wir genau Dieses David gegen Goliath Oder die in die Ecke getriebene Ratte Die sich den Weg frei beißt Und wir sind im Recht Weil wir sind die Erwachten Genau So ein bisschen auch Scientology mäßig Wir sind die einzigen Die in den Himmel kommen Gerade wenn es viele sind Wir sind viele Aber wir sind intim Wir sind viele Und trotzdem dieser Gedanke Wir sind eine kleine Gruppe Und wir kämpfen gegen die anderen Und die anderen haben alle Unrecht Weil das sind zwar so viele Aber die sind blöd Und das was die gemacht haben Das tut uns weh Und alle fühlen sich bestätigt Alle sind in ihrer Echo-Kammer Und müssen ihre Werte Nicht gegen die anderer stellen Und diese Kollision bleibt aus Und dadurch Dass sie nicht hinterfragen müssen Können sie sich automatisch Immer nur bestätigen In ihrem Trott Deswegen auch sehr viele Von diesen Alternativen mit bei Weil das hat auch So ein bisschen was Von diesen 60er Jahre Hippie-Kommunen Ja Mit dem Ey kommst du vorbei Und dann können wir Über den ganzen Kram reden Und hier bist du frei Hier wirst du nicht angeprangert Hier kannst du dich endlich mal aussprechen Und du hast auch sehr viele Leute Die auch deiner Meinung sind Und ach Übrigens Gleich ist auch noch Gruppensex Und dann Kollidierst du Wenn du da in diese Gruppe mit reingehst Und sagst Ey Leute Ich krempel mal die Ärmel hoch Und mach mir die Ärmel schmutzig Und konfrontiere euch Dann ist es eben nicht mehr Du kannst hier einfach mal Dich hinsetzen Und einfach mal dir Frei von der Seele wegreden Sondern Das lassen wir hier nicht zu Blablabla Aber eins sag ich euch Ich mach das ähnlich Ich lass hier auch nicht Irgendwen Das hatten wir Da war auch jemand dabei Der hat irgendwelchen Komischen Mist gepostet Der sich nicht nachvollziehen Lies mit irgendwelchen Internetseiten Die ich so nicht nachprüfen konnte Leute Ich kann nicht im Stream Innerhalb von 20 Minuten So eine intensive Thematik Wie Corona Der hat so Ja Corona Das haben doch die Chinesen Im Labor gezüchtet Und das war Absicht Dass sie das freigelassen haben Und hier sind meine Quellen Leute Ich kann das nicht einfach Im Chat euch posten lassen Und das da stehen lassen Wenn Und das halte ich für sehr unwahrscheinlich Dass das überhaupt Irgendein Wahrheitsgehalt hat Dann müsste ich mich Stundenlang Teilweise wochenlang Damit beschäftigen Privat Um euch das dann zu offerieren Damit ich von mir aus Sagen kann Ich hab nach meinem Wissensstand Ich hab das geprüft Und kann euch das so zeigen Oder eben auch nicht Deswegen muss ich regulieren Weil sowas möchte ich Nicht stehen lassen Ich will euch nicht verbieten Dass ihr teilnehmt am Gespräch Aber bestimmte Sachen Wenn es um Schwurbeleien Und sowas geht Gerade wenn man das nicht Überprüfen kann Das ist schnell gesagt Und dann ist der Schaden da Dann glaubt das irgendwer Auch wenn das Bullshit ist Und den Schaden Hab ich dann zugelassen Und kann ihn nicht Wieder gut machen Möchte ich nicht Yes Also muss auch ich Oder muss auch der Grävern Müssen wir auch teilweise So ein bisschen Diktatorisch sein Dass wir bestimmte Sachen Nicht zulassen Das kann ich nicht zulassen Das ist mir nicht möglich Das müsste man privat machen Und ganz ehrlich Bei manchen Sachen Digga ich bin letzten Endes Auch nur ein ganz einfacher Streamer Der bestimmte Sachverhalte Auch nicht Das hat Mit meinem Kanal Hat das keine Wertigkeit Das aufzuarbeiten Ich kann das im kleinen Maßstab machen Manchmal auch im größeren So wie heute Ich mein wir nehmen uns Sehr viel Zeit dafür Aber Ich Hallo ich bin Content Creator Wenn ich jetzt meinen Kanal Nur darauf ausrichte Dann guckt mir keiner mehr zu Weil das die Leute Vielleicht auch gar nicht interessiert Ist vielleicht eine wichtige Arbeit Aber ich muss trotzdem Auch am Ende des Tages schauen Kommt Content bei rum Ist leider so Natürlich haben wir Telegram Versucht danach zu fragen Aber keine Antwort bekommen Natürlich nicht Selina war ja schon immer viel Auf Instagram Und auch auf Facebook Jetzt hat sie seit Ende Januar Einen eigenen Telegram Kanal Selina Fullert Official Und auf Facebook wurde sie gesperrt Auf YouTube wird so viel gelöscht Und jetzt ist eben wirklich Telegram Alternative Nummer 1 Ja Facial Geil Pink Eye auch im Angebot? Weiß nicht Ist das so ein Wecker? Verteilt natürlich auch Klar Zum Stimmung Finde ich nicht gut Hallo ihr Lieben Ich komme auf dem Cream Pie vorbei Wie meine gute Freundin immer sagt Willkommen aus dem Widerstandsbüro Ach du meine Güte Da sehen wir halt diese kämpferische Mentalität Man sieht sich aus dem Büro des Widerstandes Ich meine Das zieht sich wie ein roter Faden durch Ich meine Das Mädchen Das sich mit Sophie Scholl verglichen hat Jetzt in dieser Corona-Geschichte Das hat schon einen ganz anderen Geschmack Vollart Oder Vollart Vielen, vielen Dank für deinen Follow, mein Bester Wie wäre es denn Wenn wir aufhören Uns alle wie deutsche Soldaten Im Schützengraben aufzufühlen Und uns auch so zu verstehen Auf der Heide Ja, ich könnte mich jetzt Ich könnte mich jetzt Auch als Kämpfer Deklarieren Also kleine Vorwarnung Ich werde heute kein Sportsfilmer machen Weil das Thema Das laugt auch ein bisschen aus Also auch die ganze Zeit drüber quatschen Kostet mega viel Energie Ich könnte mich jetzt als Kämpfer Für irgendwas titulieren Aber nein Ich sehe mich einfach nur als Ich teile euch meine Meinung mit Ich gebe einen Raum Und ich öffne mich der Diskussion Das ist kein Kampf So verstehe ich das jedenfalls Nicht Weil ich keinen Gegner in dem Sinne habe Ich sehe uns alle Als Als Partner Mit ähnlichen Zielen Ähnlichen Wertvorstellungen Wünschen Wie auch immer Ich meine wir sitzen alle auf so einem Durchs Universum Eiernden Ding fest Und wir müssen klarkommen Miteinander Weil Wir können nicht einfach uns Komplett voneinander entfernen Das funktioniert nicht Weil Wir sind auf demselben Wir sitzen auf demselben Stückchen Stein fest Können nicht einfach Irgendwohin Wir müssen miteinander umgehen können Von daher sehe ich das nicht als Kampf Sondern Als Kraftaufwendung Eines Miteinanders Und da sehe ich schon wieder Dass diese Leute Wenn sie sich extremisieren Immer Diesen Fast schon militärischen Sprachduktus bedienen Aus dem Schützengraben Aus dem Büro des Widerstands Schwer Hamburg Ich möchte heute Was zur neuen Corona Verordnung sagen Und Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch Freut ihr euch auch alle auf den Autokorso Ich bin mega aufgeregt Also du bist auf Telegram Das ist sozusagen deine Quell der Inspiration Ja mal so gesagt Und dann führt dich Telegram dann auf andere Seiten Auf welche Seiten gehst du dann Oder wie geht es weiter eigentlich Das Recherchieren Also zum Beispiel so Tägliche Nachrichten Oder so was draußen in der Welt passiert Schaue ich mir dann über Alternative Medienkanäle an Wie Nuwisu Zum Beispiel Schaue ich auch ab und zu Oder Jens Leerich verfolge ich Hamburger Journalist Mit eigenem Nachrichtenkanal RT Deutsch Ist auch so ein Kanal Wo ich Russia Today Deutsch Oder Russia Today Habe ich auch abonniert Äh Das ist das Aber wenn man das Nur diese Kanäle hat Ja Wenn man die Informationen Die man kriegt Nicht gegen hält Gegen andere Dann haben die recht wenig Wert Weil auch Russia Today Hat Oder ist Äh Ist ein russisches Format Das in Deutschland gemacht wird Das heißt es werden natürlich auch Gewisse Dinge im Kontext Äh Natürlich russische Interessen berichtet Das ist mir bewusst Das ist Also das sollte jedem Konsumenten bewusst sein Das ist auch nicht schlimm Nur man muss das Man muss das verstehen Das ist keine Ahnung Ja Ich glaube da braucht man nicht mehr dazu sagen Ihr könnt ihr euch Na klar Guckt euch die an Guckt euch Nuwisu an Die haben auch Tolle Beiträge teilweise Wie gesagt da steckt auch teilweise Sehr viel Wahrheit drin Also die sich auch überprüfen lässt Ja das ist ja das Wichtige Dass da Sachen berichtet werden Die sich überprüfen lassen So auch wie Russia Today Ja das machen halt auch sehr viele Satiresendungen richtig Wenn sie dann sagen Boah guck mal hier Jetzt endlich was Was meine Meinung widerspiegelt Endlich sagt es einer Ich liege also doch richtig Eben natürlich Also da muss man sich dann Da muss man halt auch Der gemeine Tagesschauer Oder der Keine Ahnung In irgendeinem Breiten Medienspektrum Sich da umschaut Also der Massenmedien Der wird genauso indoktriniert Und leidet unter Propaganda Wie die Leute Die nur Russia Today gucken Oder nur Nuwisu Oder nur Ken Jebsen Schaut es euch doch alles an Ich weiß Kostet Zeit Und da muss man sich teilweise hinterfragen Vor allem weil man Widersprüchliche Informationen kriegt Die man dann selber mal gegenrechnen muss Und dann schaut man mal unter den Videos Die da teilweise auf YouTube gepostet sind Wer hat eigentlich eine Quellenangabe Und wenn dann eine Quellenangabe ist Was ist das für eine Quelle Kann ich diese Quelle nach Stichhaltigkeit überprüfen Manchmal nicht Manchmal kann man das Ja Wie vertrauenswürdig sind die Haben die in der Vergangenheit schon Vertrauenswürdige Ergebnisse geliefert Und so weiter Das ist Arbeit Aber Ich bin der Meinung Du hast nicht das Recht Dich einfach hinzusetzen Und dich berieseln zu lassen Und Pauschal zu sagen Das was ich jetzt mache Ist das einzig Richtige Sondern Auch die alternativen Medien Haben ihre Daseinsberechtigung Definitiv Denn die berichten auch eben Das was ich heute schon angesprochen hatte Oder gestern mit Syrien Ja Dass das Videoaufnahmen Dass das was in Syrien passiert sein soll Das waren Videoaufnahmen teilweise aus Afghanistan Oder andersrum Ja Das ist In den Massenmedien Wurde das so Ja und heute waren wieder kämpferische Auseinandersetzungen Da und da Und letzten Endes haben alternative Medien aufgedeckt Diese Bildaufnahmen Die dort verwendet wurden Die kommen gar nicht von da Archivaufnahmen Das waren Archivaufnahmen Von einem ganz anderen Konflikt Der so Da Wie sie das gerade berichtet haben Gar nicht stattgefunden hat Das ist also Das ist Lüge Das ist Manipulation von Medien Oder Wie das Beispiel Dings Vielen, vielen Dank für den Reset Lass mich kurz noch zu Ende Ähm Wie damals als Als das mit 9-11 war Da wurde uns doch Gezeigt Wie die Leute da Da unten Da drüben Da diese Die Wüstenmenschen Da Wie die mit der Kalaschnikow Vor Freude in den Himmel geschossen haben Später stellte sich heraus Dass amerikanische Fernsehsender Die Aufnahmen von einer Hochzeit Und dass sie den Leuten teilweise Geld gegeben haben Damit die in die Luft ballern Und das wurde verwendet Und ist weltweit durch die Medien gegangen Und natürlich Wir waren wütend Wir sagen uns Da sind gerade zwei Flugzeuge In diese Hochhäuser gekracht Die sind zusammengestürzt Da sind Millionen Millionen Da sind tausende Menschen gestorben Und irgendwo anders Da schießen die vor Freude in die Luft Diese Schweine Jetzt kommen wir und rechnen uns an euch Die Macht der Bilder Verfälschung Auch da haben alternative Medien den Einfluss Aber Nicht nur das eine Ihr dürft nicht nur in die eine Richtung Das Recht habt ihr irgendwo gar nicht Ihr müsst immer Das was ihr hört Und eure Werte Müsst ihr auch gegenrechnen Gegen andere Werte Deswegen Sag ich immer Beide Quellen Schaut euch beides an Schaut euch ZDF an Schaut euch ARD an Das ist doch Das ist doch viel zu kompliziert Wo soll ich denn Der Tag hat nicht genug Stunden Um alle Quellen zu überprüfen Was soll ich denn jetzt glauben Ja Es ist Es ist Das stimmt Es ist ein riesen Riesenhaufen Arbeit Und ich finde halt Schade Dass eben Dass die Medien Egal welche Teilweise das Bild so krass verziehen Gerade wenn es um Corona geht Dass man eben gar nicht mehr weiß Wo man steht Das macht es wirklich sehr kompliziert Und es wird tagtäglich komplizierter Das finde ich sehr sehr schade Und auch sehr belastend Da stimme ich auch den Leuten definitiv zu Dings Vielen vielen Dank für deinen Resub Im achten Monat Im Tier 2 Ausrufezeichen Liebe Für die gute Dings Das ist super super lieb von dir Dankeschön Schnuffelmaus Dankeschön Super 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 lieb Kussi Vielen vielen Dank Und ja Wir sitzen immer noch hier Odin Na klar Ist ja ein großes wichtiges Thema Ich mir so Ja das tägliche Geschehen Dann nochmal nachverfolgen YouTube dann Genau Okay Das ist dann wieder YouTube Tatsächlich Ja Okay Verstehe Das heißt also Du bist auf Telegram Und dann kriegst du Tipps Wo du auf YouTube Wieder gucken kannst Genau Die Monate vergehen Diskussionsverhalten zum Beispiel Anpassen oder ändern Weißt du was ich meine Da ist wieder dieses Aufeinander zu gehen Und wenn man vielleicht Eine Meinung hat zu dem Thema Auch vielleicht sagen Argumente Dafür bin ich offen Auch wenn die konträr zu dem sind Was ich glaube Dass das alles so eine Art Große Verschwörung ist Wie siehst du das Ja Da gibt es viele Theorien zu Ich mittlerweile Witzigerweise war gestern gerade Bei der Bank Und habe die Bausparverträge Und die Aktienfonds aufgelöst Einfach weil ich auch sehe Dass die Wirtschaft Ja gegen die Wand schon gefahren ist Wenn man so will Über den Bausparverträge Würde ich sagen Ja Wird wahrscheinlich Einen finanziellen Mehrwert haben Aber die Aktien Mädel Dann weißt du einfach nur Über den Aktienmarkt nicht viel Oder das Da muss man ja keinen Keinen Vorwurf machen Aber Der Aktienmarkt Profitiert gerade dann Wenn woanders Wenn irgendwas zusammenbricht Du musst nur auf der richtigen Seite stehen Dann wirst du Millionär Und das Das zu wissen Okay das ist halt echt Unendlich schwer Also da steigen viele nicht dahinter Definitiv Aber Aktien Ich meine Es gibt nicht umsonst Die diese Gerade im Turbokapitalismus Die Firmen Die spekulieren Und wetten Dass irgendein Unternehmen Krachen geht Und das Ganze dann auch noch Befeuern Und gegen dieses Unternehmen arbeiten Damit sowas gerade passiert Man kann Wenn man schlau ist Also Die Aktien und so weiter Aufzulösen Und die Fonds und so weiter Das würde ich nicht sagen Dass das der richtige Weg ist Also für sie menschlich Ja Also moralisch schon Weil man sich dann auch Nicht mehr an diesem Kapitalismus So Beteiligt Weil Dieser ganze Aktienhandel Und dieses ganze Spekulieren Geht immer Auf Kosten von Menschen Oder Menschenleben Weil das sind Werte Die Digitale Werte hauptsächlich Die da verschoben werden Und sobald da irgendwas Zusammenbricht Kommt das Ganze in die Realität Haben wir mit der Mit der Lehman Krise gesehen Verschuldung von Staaten Das hat uns alle betroffen Aber Wenn es ihr um das Finanzielle ginge Sie hat ja einen ganz anderen Es geht ja nicht um die Menschen Sondern es geht ja eigentlich Um ihr eigenes Ja Dass der Finanzmarkt Und so weiter Am schwanken ist Wenn sie das schlau macht Dann könnte sie reich werden Was war dein erstes Auto Meinst du mich Melancholia Ich hab noch nie eins besessen Im Winter 2021 Werden es mit jedem Monat Mehr Infektionen Und auch politisch Spitzt sich die Lage total zu Diese Zahlen Haben Wissenschaftler Ich bin Fußgänger Und Fahrradfahrer Mein Leben lang Melancholia Noch nie Probleme gehabt Mit Shimadogang-Schaltung Wunderbare Teile Ein Anschlag auf die Demokratie Ein Schock, der auch uns trifft Ende Januar trifft Caroline Live wieder In Kiel vor dem Landtag Mit der Stimmung des Kapitols Habe ich nur ein Wirklich großes Problem Und zwar Dass da Menschen gestorben sind dabei Auch ein Polizist Zu Tode getrampelt Zu Tode geprügelt Mit irgendwelchen Schildern Das ist für mich das größte Problem An der ganzen Geschichte Das Kapitol ist nur ein Gebäude Also wenn das Wenn das Der Schwachpunkt der Demokratie ist Ja Vergewaltigung sag ich mal Des Hoheitsrechts Oder sonst was Das Problem im Kern Liegt aber viel tiefer Und das kriegen wir auch nicht Innerhalb von einem Beitrag Oder so Das wird Jahre dauern Dass man vielleicht auch Gerade in Amerika Politisch da was machen kann Dass sowas nie wieder passiert Aber das einzig Schlimme Daran ist Dass wirklich Menschen gestorben sind Unter anderem auch ein Polizist Himmelhilfe Also Ansonsten ist das nur ein Gebäude Wo halt Leute eingedrungen sind Wir sind hier Eine Initiative Die Ja schon seit April Ja Carlo Ich mache Sport Und fahre Fahrrad Sorgen machen Dass unsere Grundrechte Nicht vollkommen wiederhergestellt werden Es ist der 27. Ausgerechnet Holocaust-Gedenktag Hat er recht Vor allem wenn Hat er recht Also muss ich ihm sagen Hat er definitiv recht Weil man Dann schon wieder die Brücke schlägt Zwischen Holocaust-Opfern Und Ja Grundrechte Einschränkungen Ja Hat er natürlich auch Ein bisschen recht Allerdings Ist dann meine extreme Gegenfrage Was ist denn mit dem Verbrieften Recht auf Leben Also wenn er gegen diese Corona-Maßnahmen Und Damit letzten Endes ja dann Sagt Die paar Menschen Die sterben Dadurch Ist doch nicht mein Problem Also wenn er zumindest anerkennt Dass es Corona gibt Dann Spricht er doch ein paar Leuten Das Recht auf Leben ab Und zwar die Die dann erkranken Und daran sterben Das finde ich Tatsächlich Mit dem Mit dem Mit dem ich gesprochen habe Die haben immer so argumentiert Es ist ja Artikel 2.2 Dass Der Staat Den eine Gesundheit Zu garantieren hat Im Grundgesetz Aber dann heißt es immer Ja Aber davor kommt ja Artikel 1 Die Würde des Menschen Und dann tastet man Meine Würde wird verletzt In dem Moment Wo ihr mir solche Maßnahmen aufzwingt Das ist die Frage Wie man denn seine Würde definiert Deine Würde wird verletzt Dadurch dass du eine Maske tragen musst Ähm Ne Es wird in dem Moment Ein paar der Freiheiten werden eingeschränkt Also meine Ansicht jetzt Ich darf nicht essen gehen Oder in die Disco gehen Und das ist Das schränkt meinen Ja aber du behältst ja immer noch deine Würde Keiner zieht dich auf die Straße Und mal dir über Quer über die Brust mit Lippenstift Irgendwie Corona-Leugner Und hängt dich am Laternenfall Richtig Es ist eher Dass ich die Würde verletzt sehe Wenn es dann eben heißt Die scheiß Querdenker Oder ne Oder wie dieser Videoclip Mit den Nazis Den du auch so gefeiert hast Ich bin doch nur ein Nazi Ja Da sehe ich schon eher Dass die Würde von den Leuten verletzt wird Dass die Menschen Die Angst haben Und die Leute Die unter Corona gelitten haben Und sich jetzt da Auf dieser Gegenseite einfinden Auf dieser Querdenker-Seite Oder auf der Seite Der Kritiker von Corona Sage ich jetzt mal Dass diesen Leuten Sehr oft die Würde genommen wird Und da Da sehe ich ein Problem Ja das sollte man nicht tun Man sollte nicht jeden Der Der Kritik übt An den Maßnahmen Oder An den Umständen An der Situation Sollte man Direkt in einen Topf werfen Und es sind alles Schwurbler Und die gehören alle weg Und keine Ahnung was Das ist ja falsch Wieder das Miteinander Da wird die Würde verletzt Aber nicht durch Maske tragen Oder Oder irgendwas anderes Das ist jetzt nicht Hat nicht glaube ich Viel mit Würde zu tun Ne Gar nicht Nur Und da würde ich dann Letzten Endes So narzisstisch sind da die meisten drauf Ja eben Also da würde ich dann schon sagen Dass selbst wenn es so wäre Dass ein menschliches Leben Über einer Würde erstmal steht Das heißt Wenn es mir Wenn es mir gut geht Dass es mir ein kleines Dass mir ein kleines bisschen Etwas weggenommen wird Damit es jemandem auch so gut gehen kann Dann sage ich ja Deswegen zahle ich ja Meine freiwillige gesetzliche Krankenversicherung Ich zahle Obwohl ich gar nicht krank bin Monatelang Damit es andere Leute Nutzen können Damit andere Leute Eine Gesundheitsversicherung In Anspruch nehmen können Damit andere Leute versorgt werden Und wenn ich dann mal krank bin Dann kann ich da auch drauf zuführen Ich zahle ja eigentlich Nicht nur für mich Sondern das was ich zahle Ey Wenn ich die 200 Euro im Monat spare Könnt ihr auch sagen Wie viel das im Jahr ist Wenn ich einmal im Jahr zum Zahnarzt gehe Könnt ich mir das locker leisten Wenn ich mir dann irgendwann mal die Flosse breche Dann könnte es vielleicht schon eng werden Aber was ist wenn ich eines Tages mal Eine richtig langwierige Behandlung brauche Dann kann ich das so nicht mehr decken Außer ich habe wirklich Vorjahr jahrelang nie was gehabt Von daher Solche sozialen Gedanken sollte man haben Da ist dein Wohl Geht jetzt nicht unbedingt so ausschließlich Oder exklusiv über dem Anderer Klar Gesunder Egoismus Ja Meine Gesundheit ist mir wichtiger Natürlich in erster Linie als anderen Leuten Aber das heißt nicht Dass ich für meine Gesundheit Auf Kosten anderer leben muss Da hört es dann auf Gemeinsam miteinander Ich weiß Sehr sozialistisch Kann aber auch trotzdem kapitalistisch ausgelegt Einerseits verständlich Ich meine Dass das Verlangen nach eigener Sicherheit Ist ja auch irgendwo Absolut Im Stammhirn verwurzelt Ich meine Bestes Beispiel Was ist der gefährlichste Platz im Auto Der gefährlichste Sitzplatz Ich glaube der Beifahrersitz Korrekt Und weißt du auch wieso? Einmal weil der Fahrer Aufgrund seiner Reaktion Der Gefahrensituation ausweicht Das heißt Der Fahrer reagiert Er weicht aus Weicht aus Und der Beifahrer ist wahrscheinlich noch drin Ich meine Die meisten werden wahrscheinlich Das Steuer nach links verziehen Oder so Ja genau das Wenn zwei Autos aufeinander zufahren Und man will der Kollision ausweichen Beide nach links wahrscheinlich In 99,9% der Fälle Reißen beide Fahrer Das Steuer nach links Und die Beifahrerseiten kollidieren Weil man sich selber Aus der Gefahrensituation herausbringt Und in diesen Momenten Wo halt der Instinkt greift Nicht Diese Rundumwahrnehmung hat Nach dem Motto Moment mal Ich habe ja noch andere drumherum Vielleicht sollte ich mal anders weg Wie gesagt So ein gewisser Egoismus Oder dass jeder für sich genommen Erstmal schon an erster Stelle steht Ist richtig Aber man kann das auch übertreiben Aber wenn ich jetzt In einem reißenden Strom bin Und ich bin am Ertrinken Und mein Nebenmann ist am Ertrinken Dann werde ich ihm nicht helfen können Bis wahrscheinlich Aber wenn ich schon am Ufer stehe Und konnte mich schon trocknen Und ich habe ein Seil parat Und kann dem das zuwerfen Mit Schwimmringen und so weiter Und ich tue es nicht Nur damit ich dann Wenn der auch rauskommt Damit der vielleicht auch Mit am Lagerfeuer sitzt Oder dann auch was zu essen haben will Oder sonst was Dann verstehe ich es nicht Dann handelt man sehr egoistisch Und sehr ungerecht Das sollte man nicht tun Richtig Also Holocaust und eine Corona-Demo Das finde ich schon Finde ich schon sehr seltsam Schwierige Signalwirkung auf jeden Fall Es zeichnet ein ganz ganz komisches Bild Und dadurch bringen sich diese Leute Halt wieder in eine sehr extreme Richtung Man hört ihnen dann weniger zu Was sehr schade ist Weil das was sie zu sagen haben Hat vielleicht sehr viel Wert Oder ist sehr wichtig Aber es wird definitiv irgendwo verhallen Weil das was sie tun Halt scheiße ist Also wir stehen hier Weil es im Moment in der Privatwirtschaft möglich ist Geimpfte und Ungeimpfte unterschiedlich zu behandeln Und da muss eben der Gesetzgeber tätig werden Dass da eine Ungleichbehandlung nicht möglich ist Sehe ich nämlich auch an Dass der Gesetzgeber muss tätig werden Ihr wollt doch so Ihr wollt eigentlich doch weniger Gesetze Und weniger Regularien Das würde ja Freiheit bedeuten Je weniger reguliert Und unter Also was heißt unterdrückt wird Aber je weniger Gegängelt und unter Ja doch Fast schon unterdrückt Doch Okay Je weniger gegängelt und reguliert wird Desto freier ist man Das könnte aber auch gleichzeitig bedeuten Dass wenn wir Da kommen dann immer die Extrembeispiele Mit Mord zum Beispiel Wenn ich jemanden umbringe Dass ich dafür nicht in den Knast gehe Weil Wir wollen ja niemanden regulieren Also eigentlich möchten ja die Leute Die da stehen Weniger reguliert und gegängelt werden Vom Staat Sagen dann aber dann Die wollen aber trotzdem ihre Extrawurst Und der Gesetzgeber soll eingreifen Merkt ihr nicht was ihr dann macht Das ist das was ich immer wieder sage Dass wenn wir uns so sehr Auf so eine Diskussion einlassen Und so blindlings So was machen Dass der Gesetzgeber einfach mal Irgendwelche Gesetze ändert Und anpasst In so einer Situation Dann ist es nicht mehr so weit Dass vielleicht wieder eines Tages Ein kleiner Dunkelhaariger Braunäugiger Mann Aus Österreich Im Urlaub hier ist Und seinen Scheiß abzieht Und dann auf einmal Die Macht am Bruder In der Hand hat Und Scheiße baut Also ich kann auf mich nicht hinstellen Eine Demo Die ich angekündigt habe Und frei machen darf Und gegen Gegen den Gesetzgeber Gegen den Staat Argumentieren Und sagen Der Gesetzgeber Sollte einschreiten Hä? Das ist wie Ja die Polizei Ist immer so brutal Und prügelt uns immer weg Die Polizei muss mehr eingreifen Das Problem hier ist einfach nur Dass die Leute Die kompletten Maßnahmen In Frage stellen Und deswegen Weil sie das Recht Auf dieses In Frage stellen haben Auch gleichzeitig behaupten Sie haben dann auch das Recht Ihren Alles zu ändern Von den Regularien Abweichenden Lebensstil Durchzuziehen Das sind die ja der Meinung Das wollen die ja Oder allen aufzuzwingen Sie selber dürfen es ja durchziehen Oder teilweise durchziehen Ja aber nicht überall Aber sie wollen es allen anderen aufzwingen Wenn du nicht genesen Und nicht geimpft bist Darfst du dich nicht öffentlich Ins Restaurant setzen ohne Maske So Das wollen die ändern Ja Die wollen weiterhin ihren Scheiß Wie vor zwei Jahren haben Gehen aber nicht mehr Das ist Wenn ich das richtig gesehen habe Ist das unser Unser Typ von vorhin Im weißen Hemd Und dem schönen Haus Genau Also Weiß nicht Sehr schwierig Aber Naja gut Gucken weiter Leif will sich nicht gegen Ja? Nee, sag Nee Also das ist der Typ Den es verdammt gut geht Und Höchstwahrscheinlich Er sieht jetzt seinen Lebensstandard In Gefahr Will sich aber nicht selber ändern Ja Er will nichts dazu beitragen Er will, dass andere Möglicherweise Beziehungsweise Ah, es ist jetzt schwierig Behaupten Ich will jetzt nicht behaupten Dass Er der Meinung ist Dass es keinerlei Konsequenzen gibt Aber andererseits Vermittelt er das Bild Als Als würde er So dieses Friede, Freude, Eierkuchen Und alles ist toll und schön Alles ist super Alles ist klasse Ja Ja, wenn ihr euch impfen wollt Dann macht doch Aber zwingt mich nicht dazu Aber ich will trotzdem Den selben Freiraum genießen Obwohl es halt Wissenschaftliche Studien dazu gibt Dass jeder ein potenzieller Überträger ist Er sagt dann Ich habe Gegenstudien Und dann wäre aber meine Frage Okay, du hast Du hast einen Gegenbeitrag Dann lass uns die beide mal Miteinander vergleichen Und dann lass uns auch mal Die vergleichen Die das gemacht haben Die diese Studien angefertigt haben Wem man dann letzten Endes Mehr Glauben schenken kann Ja Also ich gehe jetzt mal Augenscheinlich geht es ihm sehr gut Ja, also wir haben Wir haben eine kurze Momentaufnahme gesehen Es scheint ihm und seiner Familie Sehr gut zu gehen Sie scheinen ein Haus zu besitzen Sie scheinen finanziell Sehr, sehr gut dazustehen Weil, wie gesagt Man könnte jetzt auch bei mir In den Stream Man sieht Der hat eine schöne Beleuchtung Und der hat teure Gitarren Und sonst was Das zeichnet nicht unbedingt ein Bild Der Der Des wirtschaftlichen Status Den man gerade hat Aber ihm scheint es Recht gut zu gehen Vermittelt zumindest der erste Corona-Impfung Seine Mission Politiker ansprechen Zur Rede stellen Und als eine Mitdemonstrantin Trotz Attest Nicht in den Landtag reinkommt Will er es auch wissen Geht mit seinem Attest Ins Gebäude Und setzt dort die Maske ab Ich stehe auch ohne Maske da Ich habe keine Befreiung dabei Entschuldigung Werden Befreiungen hier anerkannt Im Landtag Ja, auch wenn das Vielleicht ein demokratisches Prinzip ist Dass er mitreden darf Aber Da ist gerade nicht der Tag Und die Zeit dafür Es ist keine offene Fragerunde Sprechstunde Wie auch immer Er ist in der Beobachterloge Und erst mal Einmal die Schnauze zu halten Immer Einmal das Und zum anderen Vielleicht ist gerade Vielleicht ist gerade Thema Irgendwelche Verkehrsregelungsordnungen Und er ruft dazwischen Beschäftigt euch jetzt mit meinem Problem Dann macht das doch Wenn die Zeit dafür ist Das ist wie Leute Die auf Twitch In den Chat kommen Du hast gerade ein Thema Bis schon seit zwei So wie jetzt Seit zwei Stunden Reden wir über Über dieses Video Und jetzt kommt jemand rein Ey Lass mal diesen Clip gucken Da ist hier Von Family Guide Oder lass uns mal Memes gucken Hier Lass uns das Meme-Video gucken Ich hatte jemanden bei mir Ey Möchtest du mein Video reviewen Ja Ja Sowas Oder generell So komplett aus dem Kontext gerissen Also meine Bitte an den Live Einmal Respektiere Wenn die Hausordnung besagt Dass du trotzdem Maske tragen solltest Außer du bist einer von den Politikern Die das da sollen und dürfen Und dann Richte doch deine Fragen An die Leute Wenn der Zeitpunkt dafür da ist Und wenn dieser Zeitpunkt Nicht eingeräumt wird Dann ist es dein gutes Recht Das auch zu fordern Also dann kann man Petitionen anreichen Oder wie auch immer Also der demokratische Kampf Oder der Kampf den er führt Der ist ja ein wichtiger Es ist ja sein verbriefes Recht Was er dort macht Demonstrieren und so weiter Aber er verstößt jetzt gerade Gegen die Hausordnung Dieses Parlaments Oder Landtags Ihm gefällt die Bühne nicht Die ihm zugewiesen wurde Beziehungsweise die Bühne Die ihm zugestanden wurde Gefällt ihm nicht Und er will eine größere Er rechnet sich ja selber ein Dass er genauso viel Bühne kriegt Wie jeder Politiker Sage ich jetzt mal Was Was Schwachsinn ist Was in dem Verhältnis nicht stimmt Weil dann müsste er sich aufstellen lassen Für eine Partei Müsste sich dann wählen lassen Aber das ist ihm wahrscheinlich Zu auf Zu aufreibend Und zu anstrengend Aber dann würde ich Würde ich ihm sagen Ja klar Also du hast dich da hochgearbeitet Du hast Das in der Demokratie Verbriefte Recht Als Politiker Wenn du Redezeit hast Deine fünf Minuten Dann bitte Feuer frei Dann bist du aber auch offen Dafür zu kritisieren Und dann wirst du auch Im Internet definitiv Zur Zielscheibe Für Leute Die mich zum Beispiel Die deine Rede Dann auch angreifen Oder applaudieren Wie auch immer Aber das was er gerade gemacht hat Ist absolut nicht okay Selbst in Landtagen Gibt es die Möglichkeit Da gibt es Termine Wo Bürger einfach mal hin können Und ein Thema ansprechen Eben Also deswegen soll er das Zu einem Ort Und zu einer Zeit machen Wo dafür Extra der Ort Und die Zeit geschaffen ist Den Ort wissen wir Jetzt medienwirksam Vor der Kamera Macht er das jetzt halt Das ist halt vollkommen Fehl am Platz Und jetzt muss er mal Vormarschieren Um zu zeigen Was so ein toller Demonstrant auch ist Und wie toll er unterdrückt wird Weil jetzt wird er vom Ort Nach rausgeschmissen Er ist der Typ Der bei einer Polizeikontrolle Mit den Bullen diskutiert Warum er jetzt rausgezogen wird Und warum ihm jetzt Die Papiere überprüft werden Und warum er pusten muss Und ihr seid nie da Wenn man euch braucht Hat er vielleicht recht damit Ja Ist der einzelne Bulle dran schuld Nö Wirst du was ändern Du Idiot Nein Definitiv nicht Deswegen such dir den Ort Und die Zeit dafür Den richtigen Ort Und die richtige Zeit Und das ist Wenn man sich wirklich Damit beschäftigt Dann findet man auch raus Wann diese Orte und Zeiten sind 4Zero schreibt Zu dem gefährdet er jetzt Auch jede andere Person In dem Raum Und dem Polizisten Ja Seiner Ansicht nach Ja nicht Weil es ist ja gar nicht Alles so schlimm Und die Maßnahmen Sind ja alle übergriffig Ja Das ist ja nur Das ist ja nur Staatswillkür Aus seiner Perspektive Raus gefährdet er niemanden Und das wirst du auch nie In seinen Kopf reinkriegen Dass er jetzt tatsächlich Gerade in dem Moment Leute gefährdet Na jetzt in dem Moment Ist es ja dann eher so Er wird rausbegleitet Also er wird ja wahrscheinlich Nicht mehr geprügelt Oder sowas Sondern die werden ihn halt nehmen So wie er sich dann halt wehrt Er wird sich schon zur Wehr setzen Richtig Er wird sich zur Wehr setzen Und dementsprechend Wird auch der Polizist Seine körperliche Gewalt Also auch anfassen Ist schon körperliche Gewalt Ja Wird sagen hier raus Und dann wird er ihn vielleicht Auch schubsen Und dann Ja die gehen hier mit Äußerster Brutalität Naja Je nachdem wie hart du dich wehrst Wird auch der Polizist Darauf reagieren Ich meine der Polizist Sieht aus Er wird von der Polizei rausgeschmissen Ja Ich meine es kann auch sein Der Polizist hat keine Waffe Es könnte auch sein Er zieht jetzt eine Knarre Und fängt an Auf den Bullen zu schießen Dann wendet der Bulle Nicht mehr so viel Gewalt an Wie ihm möglich wäre Oder ne Also nicht mehr in Relation Ja Und genauso wäre das jetzt Wenn Bei dem Interview Das sie vorhin bei denen im Haus hatten Wenn die jetzt Eine Talkrunde haben Im Kreis ihrer ihrer engsten Vertrauten Corona Kritiker Und jetzt kommen Grävern und ich Einfach dazu Und die sitzen im Garten Und wir kommen einfach In diesen Garten rein spaziert Ja Also ist ja auch Privatgrundstück Oder es ist halt Es findet eine Hausordnung statt Und wir argumentieren dagegen Dann würden die uns auch rauswerfen Die würden uns nicht In ihrer Mitte Willkommen heißen Wette ich drum Vor allem wenn wir dann noch Denen ins Wort fallen So wie er das da gerade macht Dann würden die wahrscheinlich Sogar noch härter reagieren Als das vielleicht der Polizist macht Also nur Vermutet Also Das ist kein One-Way-Ticket Das was er gerade macht Ist nicht in Ordnung Auch in der Demokratie nicht Seine Stimme Wird gehört Und er hat das Recht Aber dann Richtiger Ort Richtige Zeit Und dann haben aber auch Andere Leute das Recht zu reden Und nicht er alleine Seltsame Menschen Die so denken Und so rangehen Wie er Die sitzen dort ohne Maske Und wir müssen hier mit Maske Die sitzen dort ohne Maske Ich seh jetzt in diesem Bild Hau immer die Trennwände an da Da sind Trennwände und da sitzen immer noch Menschen mit Maske Also vornehmlich Frauen Die ich jetzt gerade sehen kann Ähm Du kennst Du siehst gerade nur einen Zustand Aber du kennst die Hintergründe nicht Deswegen würde ich da ganz gepflegt Den Mund halten an dieser Stelle Da sind Trennwände nach vorne Und zur Seite Das macht einen Unterschied Und ganz kurz an deinen Chat Carlo Wenn du nicht wählst Wählst du auch Eben Deine Stimme fällt irgendwann zu Dann geh wenigstens die Stimme Geh wenigstens hin Und schmier irgendwas Auf den Wahlzettel drauf Dass deine Stimme Nicht irgendwo reinfällt Aber ansonsten Wer nicht wählen geht Der vergeht genauso Begeht genauso ein Verbrechen Weil wer nicht wählen geht Und seine Stimme nicht Einsetzt politisch Und ich weiß Es ist sehr schwer Parteien zu finden Die Mit denen man 100% übereinstimmt Ähm Aber wer nicht wählen geht Das sind Letzten Endes So wie bei den Nazis Die Leute die nichts unternommen haben Sind auch leider Tragen eine Mitschuld Das ist ja unser Unser ethischer Moralischer Kompass So wie er heute aufgestellt ist Die Leute die das damals So hingenommen haben Haben es leider mit unterstützt Jeder der Äh So Demokratie für sich begreift Dass er nicht wählen geht Das Recht hast du natürlich Ähm Aber dann Dann darfst du dich Letzten Endes Hast du nicht die Grundlage Dich wirklich darüber zu beschweren Weil du selber Nicht für einen positiven Wandel bist Denn Wenn du Zumindest hingehst Und deine Stimme ungültig machst Dann zeigst du Ich bin interessiert an der Demokratie Ich möchte ändern Aber ich finde nichts Womit ich etwas ändern kann Wenn du nicht wählen gehst Dann sagst du einfach Mir ist das alles scheißegal Denn was mit deiner Stimme passiert Ist folgendes Du bleibst im Wahlpool mit drin Deine Stimme wird aber dann Der größtmöglichen Partei mit zugeschoben Dann wird deine Stimme hingeschoben Wo es ihnen gerade passt So nach dem Es gibt keine Statistik Nach dem Motto Oh So und so viele Leute Haben ihre Stimme nicht abgegeben Die müssen wir jetzt rausrechnen Nein Du bleibst in diesem Pool mit drin Und du wirst prozentual Angerechnet Richtig Weil Deine Stimme wird einfach Irgendwo hingeschoben Genau Was nämlich passiert ist Du wirst zwar nicht gezählt Im Sinne von Dass du jetzt random Irgendwem zugelost wirst Das passiert quasi nachher Über die Sitze im Tag Ja Weil was ich Es gehen 60% der Bürger wählen Diese 60% Machen dann 100% der Stimmen aus Richtig Du gehörst zu einem Großteil 40% Die ihre Stimme nicht abgegeben haben Aber du kommst in keiner Statistik Du hast keinen Einfluss Auf die Wahl genommen Richtig Du hast dich entschieden Zu sagen Dass die anderen 6 von 4 Von 10 Leuten Dass deren Stimme mehr wiegt Das hast du bewirkt Ja Du hast keinen Wechsel gemacht Du hast keinen Protest gemacht Nichts Du hast einfach nur gesagt Entscheidet ihr für mich mit Und man kann diese Frustration Diese 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 Wut Darüber verstehen Aber wenn ich unzufrieden bin Dass Dass zum Beispiel CDU CSU Und SPD Seit vielen Jahren Zusammen da oben Machen wie sie möchten Dann muss ich aktiv Auch was dagegen tun Vernunft und Verstand Aber Vernunft und Verstand Lässt du eben mehr walten Wenn du wählen gehst Nach dem was Was deine Werte sind Oder eben Sag ich Eher noch den Wahlzettel Ungültig machst Als dass du Als dass du Hingehst Oder nicht hingehst Und sagst Das ist mir alles Ist mir egal Wo ziehen wir jetzt die Grenzen Unten sitzen wieder Viele ohne Maske Atmen aber dieselbe Luft Oben wird vorgeworfen Andere zu gefährden Was machen die da unten Genau das gleiche Moment Bei ihm Weiß ich jetzt zum Beispiel Er hat zwar ein Attest Ist dieses Attest Ist er heute getestet Weil bei den unten Könnte man sagen Jupp die haben sich vorher Alle ein Stäbchen In die Nase rammen lassen Ob das so ist Weiß ich jetzt nicht Zumal die Trennwände Sorgen ja dafür Dass die Luft Nicht direkt von links Nach rechts zirkuliert Sondern sich erstmal Ein Weg drum herum Arbeiten muss Und dann hast du ja Wie gesagt Der Virus wird über Mini mikroskopisch Kleine Tröpfchen In der Luft übertragen Und die sinken Nach Studien Halt nach so und so Gewalt Natürlich Gewalt ist ein brutales Wort Aber das ist Sie müssen Gewalt ausüben Um ihn rauszubringen Das heißt Die Polizisten Begeben sich jetzt gerade Mehr oder weniger In Gefahr Was dort unten Nicht stattfindet Ich meine die Polizisten Will ich jetzt da unten Keine raustragen Du hast recht Wenn man das so betrachtet Ja die sitzen da Ohne Maske Aber da sind Trennwände Manche haben Maske Manche sind wahrscheinlich Schon komplett geimpft Wahrscheinlich haben sich Alle testen lassen müssen Da bei diesen Leuten Können wir Maßstäbe ansetzen Der Überprüfung Er ist einfach Reinspaziert Und sagt Ich hab einen Attest Aber wir wissen alle Dass diese Atteste Auch von irgendwelchen Schwurbelärzten Ausgestellt wurden Einfach so Die kann man sich kaufen Kannst du mittlerweile Runterladen Den Mist Kannst du schon lange Runterladen Und das ist halt Ich verstehe deine Argumentation Aber er letzten Endes Er benimmt sich ja Von seinem Verhalten Wie gesagt Falscher Ort Falsche Zeit Er benimmt sich Nicht richtig dort Das ist Zuschauerloge Dann muss er hingehen Wenn offener Sprechtag ist Zum Thema Corona Und dann muss er das Vielleicht auch selber Mit anleiern Es ist jetzt nicht der Tag Vielleicht wie gesagt Verhandeln die über Was ganz anderes Vielleicht beschließen die Gerade den Etat Für das Bundesland In diesem Jahr Was wann wie wo Für was ausgegeben werden kann Und er redet Blatt von oben rein Ey Corona Ihr sitzt da ohne Masken Das ist so dumm Der begreift die Situation Gar nicht Weißt du wie ich meine Ja Nee Iceman Ist schon klar Du redest davon Dass es das gleiche wäre Was er macht Und was die machen Aber ist es eben nicht Da liegst du falsch Ist es eben nicht Also nicht ganz Ja Weil die dort Die dort unten sitzen Sind vielleicht alle An diesem Tag Noch bevor diese Sitzung Losging Sind vielleicht alle getestet Vielleicht sind auch alle geimpft Und manche sind getestet Und geimpft Und sitzen trotzdem Noch mit Maske da Und haben die Trennwände Und haben sich die Hände Desinfiziert Während er Er hält sich ja zum Beispiel Von diesen Dingen Komplett fern Das heißt Ich gehe jetzt mal davon aus Weil er so anti ist Dass er sich nicht hat testen lassen Dass er Er ist Impfgegner Dass er sich nicht hat impfen lassen Und dass er auch sagt Warum sollte ich mir Die Hände desinfizieren Dreck reinig den Magen Das heißt Die anderen haben das gemacht Er nicht Und dann eben Sein Verhalten Das er dort an den Tag legt Das zeichnet halt Ein Bild Wo ich sagen muss Er hat an diesem Platz An diesem Tag Nichts verloren Ich will ihm sein Demokratisches Recht Auf Demonstration Das nimmt er ja wahr Das darf er wahrnehmen Will ich ihm nicht absprechen Auch nicht An der politischen Diskussion Teilzunehmen Das möchte ich ihm auch nicht absprechen Aber Dafür gibt es einen Rahmen Dafür gibt es einen Zeit Und einen Ort Nicht wann er das unbedingt möchte Sondern dann Wenn die Zeit dafür ist Und wenn dafür keine Zeit Eingeräumt wird Dann hat er das demokratische Recht Das zu verlangen Und wenn er nicht alleine ist Sondern da sind viele Dann wird das auch mal Thema In dem jeweiligen Landtag werden Oder auch im Bundestag Aber da ist wieder die Frage Des Einzelnen Wenn du wählen gehst Kannst du das Kannst du das mehr beeinflussen Als wenn du gar nicht wählen gehst Es ist richtig Du gehst wählen Und wählst eine Partei Und wenn die hinterher Ihre Linie komplett ändern Dann ist halt Ja so Pech gehabt Aber wenn du gar nicht wählen gehst Dann hast du noch weniger Als gar keinen Einfluss Das ist leider so Wir alle aktiv können An der An der heutigen Situation Was ändern Auch an der Demokratie So wie sie jetzt ist Ich finde das ziemlich ungerecht Das ist ein öffentliches Gebäude Ohne eine Maske zu tragen Genau Hallo Ja es ist ein öffentliches Gebäude Und er ist so rumgebrüllt Mein Kind läuft jetzt hier Das Bein des anderen Und der der da so schreit Ist derjenige Der mit dem Messer hinter ihm herläuft So Das muss ich mir irgendwann mal Auf dem PC ziehen Das braucht man so häufig Dieses Bild Wo wir sozusagen TikTok-Buster Lord Ganz viel Nicht in den Körper eingreifen Und der Körper fängt eben da an Wenn ich gezwungen werde Meinen eigenen Atem zu atmen Das ist ein Eingriff Das Staates Ähm Dazu Ja okay Ich kann sein Leiden verstehen Ich versuche ihm aber jetzt zu helfen Ähm Die meisten Leute Unter der Maske riechen Ihren eigenen Mundgeruch Das heißt Vielleicht Mundwasser ändern Oder Durch die Nase Ein- und ausatmen Was er behauptet Ist dass die Maske Den Atem so weit zurückhält Dass er mehr Kohlendioxid Einatmet als sonst Und das wäre deswegen Das schadet Und da Das ist sein Argument gerade Und dieses Argument Braucht man nicht zulassen Das kann man Sofort Wissenschaftlich Widerlegen Das Was eine Pfeife Dass es Probleme gibt Mit der Maske Wie gesagt Ein Teil Wahrheit ist ja drin Ja Man atmet aus Und Feuchtigkeit Maske Das kann so pickeln Äh Akne und so weiter Führen Wunde Haut Wie auch immer Und äh Für manche ist das Wenn sie den ganzen Tag Ihren eigenen Mundgully riechen müssen Ist das halt sehr anstrengend Definitiv Aber ähm Dass ihn das körperlich Schwerstens beeinträchtigen würde Da hört es definitiv auf Das ist Quatsch Äh Buster Es ist ein gesundheitliches Problem Teilweise Mundhygiene Und das heißt nicht Dass ihr Ein dreckiges Also wir alle haben Ein dreckiges Maul Sind wir mal ehrlich Aber ähm Das kann am Zähneputzen liegen Das kann an den Mandeln liegen Also Tonsillensteine Das kann am Magen liegen Magenschlemmautentzündung Speiseröhre Viele Einflüsse Dass das belastend sein kann Ja Dagegen kann man aber trotzdem was tun Dann ist nämlich nicht die Maske das Problem Sondern Dass du deinen eigenen Geruch Auf einmal ertragen musst Ihm ist das ja zu viel Zwang Dass er halt gezwungen ist Ein Teil seines Restatems Wieder mit einzuatmen Das ist ja schon für ihn zu viel Zwang Ähm Der Typ lebt in Deutschland Und wahrscheinlich hat er irgendwann mal Was von meinen Blähungen einatmen müssen Ich hoffe nicht Dass ihn das zu sehr eingeschränkt hat Ich sag seit einer Stunde Dem Typen geht's zu gut Der hat zu wenig Probleme Höchstwahrscheinlich ja Höchstwahrscheinlich ja Ich mein auch so wie er sich Langweilig So wie er sich kleidet Scheint es ihm gut zu gehen Er sieht aus Als wenn er eher so Zur Elite gehören würde Wirtschaftlich Finanziell Weiß ich nicht genau Mindestens die obere Mittelschicht Wahrscheinlich ja Also der Typ hat jedenfalls Definitiv mehr zur Verfügung Als ich Also äh Ja Für mich hat Corona zum Beispiel Leider gar nicht So den positiven Nebeneffekt Gab wie viele so dachten Ja alle hängen dann auf Twitch rum Und du kriegst mehr Geld Nö das ist nicht der Fall gewesen Ne Das Wachstum das ich hatte Kann ich durch andere Sachen Definitiv erklären Das ist wie ich gespielt habe Was ich gespielt habe Welche Season und so weiter Du meinst deinen Glücksspielvertrag Zum Beispiel In die Des eigenen selbst Live geht Ja Odin Und für Caroline und mich ist klar Corona das geht tief Das betrifft viele in ihrem Innersten Wie weit darf der Start gehen Keine ganz dumme Frage Aber die Antwort hat die Gesellschaft entzweit YouTube, Telegram haben Öl ins Feuer gegossen Aber sie haben's Ne Nein, 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 falsch Das ist Das ist ne Das ist Das ist ganz furchtbar schlechter Journalismus Gerade die Aussage YouTube und Telegram haben Öl ins Feuer gegossen Nein Ne YouTube und Telegram sind ein Sprachrohr YouTube und Telegram sind wie eine Zeitung Ein unbedrucktes Blatt Papier Und derjenige der dort schreibt Der ist der Verursacher Klar YouTube und Telegram mit ihrer Mit ihren Algorithmen vielleicht Ja Aber diese Algorithmen greifen auch nur Aufgrund der Interessen von Menschen Von Konsumenten Der Konsument ist das Problem Der, der eine Zeitschrift liest Derjenige, der Hitlers Mein Kampf liest Ist letzten Endes entweder das Problem Oder das Gegenteil von dem Problem Weil man kann das so und so lesen Man kann die Information Informationen vom Wendler und Co Kann man so und so verstehen Man kann sich das angucken Und kann sagen Meine Güte erzählen die viel Scheiße Oder meine Güte Die haben ja recht Oder man kann auch sagen Hm Kern der Aussage ist richtig Umsetzung ist absolut fehlerhaft und scheiße Es sind nicht die Plattformen Ist falsch Da sagt man wieder Die Pistole hat den Menschen umgebracht Ne Der Schütze war's Mithilfe der Pistole Die Pistole ist nur das Werkzeug Ja Und die Waffenproduzenten Reiben sich trotzdem die Finger Während wir darüber diskutieren Richtig Und Mein Kampf ist eines der schlechtesten Bücher Die ich je gelesen habe Kann ich so bestätigen Das ist teilweise grammatikalisch alleine schon Ist das Junge da kriegst du Kopfschmerzen und Depression Was da Was da fabriziert wurde Die Amsel gesellt sich zur Amsel Der Fuchs zum Fuchs Das ist so Uff Und war das wenn der Fuchs Sich abends zu den Hühnern gesellt Der ist ja nicht für ein Quickie Der hat Hunger Das ist was anderes Ja also Solche Aussagen finde ich dann auch sehr kritisch Das ist wie vorhin mit dem Ukraine-Konflikt Es ist nicht YouTube oder Telegram Weil letzten Endes Steuerung F Die senden gerade dieses Format über YouTube YouTube Ist da recht wertungsfrei Aber YouTube möchte Geld verdienen Und arbeitet mit Algorithmen Diese werden gefüttert von den Konsumenten Niemand sonst ist in der Verantwortung Wir Ihr Jeder Einzelne der konsumiert Ist verantwortlich Versuchen wir es mal mit einer klassischen Erklärung Hallo Freut mich sehr Ja stimmt Genau Schon wieder vergessen Genau Hallo Ja Andreas Zick ist Konfliktforscher Sein Spezialgebiet Warum sich Menschen radikalisieren Warum schließen sich Menschen Protestgruppen an Klar Frau Zero Sie wird es anders gemeint haben Aber falsch ausgedrückt Sie verschaffen Zugehörigkeit Diese Corona-Proteste Das ist dann mein Zuhause Sag ich mal wieder Ordin Ich verstehe Da verstehe ich Was Was die Bedrohung Die Komplexität Da kriege ich Ein Verstehen von Weltallem Wir alle wollen da die Welt verstehen Das dritte ist Ich kriege Einfluss und Kontrolle Das was ich sage Das kommt auch irgendwo an Das kriegt einen Widerhalt Selbst wenn in einer Blase ist Und da verstehe ich nicht Warum Warum solche Leute Sich Ähm Gerade Wenn sie so Politikverdrossen sind Warum sie gerade dann Nicht aktiv in die Politik eingreifen Sondern sich lieber in einer Randgruppe organisieren Wo sie zwar schneller eine Bestätigung bekommen Aber gar keinen Einfluss haben Es fühlt sich an wie Einfluss Weil ich schreibe in eine WhatsApp- oder Telegram-Gruppe In einen Kommentar Der kriegt 30 Likes Aber würde ich mich politisch engagieren Würde ich mich mal dafür interessieren Welche Parteien es gibt denn Überraschung Es gibt nicht nur CDU Und SPD Oder Linke Oder FDP Sondern es gibt noch andere Parteien Und vielleicht kann man da Seinem Werte und Gedankenkostüm Entsprechend teilhaben Und positiv verändern Damit hättest du Auf lange Sicht Viel mehr Einfluss Vielleicht regional National International Mehr Einfluss Als wenn du auf irgendeinem Telegram-Kanal Einem hinterher rennst Und dem Alles Abkaufst Was der dir da Hinrotzt Sorry Da sind wir wieder beim Wählen oder Nichtwählen Du hast mehr Einfluss Wenn du wirklich wählen gehst Oder wenn du Zumindest deinen Wahlzettel ungültig machst Ist vielleicht nicht optimal Aber du sendest damit Ein Signal Ich interessiere mich Aber das was mir angeboten wird Ist scheiße Möchte ich so nicht hinnehmen Kann ich nicht wählen Damit kann man wenigstens arbeiten Jemand der nicht wählen geht Ja warum geht denn der nicht wählen War der krank Ist der tot Interessiert den das nicht Wie auch immer Weiß man nicht Beantragt aber wurde nicht genehmigt Ja Das Es ist wichtig Und wenn wir Wenn wir die Demokratie ernst nehmen wollen Dann müssen wir die Demokratie auch leben Also das ist dann auch Wieder fast eine kleine Pflicht Dass man dann wählen geht Dass man das wahrnimmt Und eben nicht nur zu Hause setzt Und 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 meckert Sondern dann Dass man Dieses Meckern Auch Auf den Stimmzettel bringt Ob man nun hinschreibt Donald Duck for President Und damit das Ding ungültig macht Oder ob man dann endlich mal Eine Gegenstimme mehr ist Zu CDU SPD Welche Partei auch immer man zum Beispiel Nicht haben möchte Das ist einer der Gründe Warum die AfD so erfolgreich ist Und warum die Der dritte Weg Dieses Jahr Für Bundestagswahl zugelassen ist Ich hab das neulich schon mal gesagt Auf eine Art und Weise Freut mich das diebisch Dass solche Extremparteien Äh ähm Mittlerweile drinnen sitzen Oder wenn der dritte Weg Dieses Jahr Ein Ergebnis hinlegt Nicht weil Weil ich die toll finde Nicht falsch verstehen Ich hab mega Schiss Vorm dritten Weg Aber es kann sein Dass wir diesen Tritt In die Eier brauchen Um zu begreifen Dass unsere Demokratie Absolut gefährdet ist Wenn solche Leute So viel Macht Auf einmal kriegen können Wenn solche Leute So viel Stimmen kriegen Vielleicht ist das dann Endlich mal Dass dieser Tropfen Der das Fass zum Überlaufen bringt Dass wir endlich begreifen Dass die letzten Jahre Die bereits bestehenden Parteien So schlechte politische Arbeit Gemacht haben Dass solche Extrem weit rechts Tangierenden Parteien So viel Macht kriegen Dass wir uns endlich mal Bewegen müssen Ich seh das wie beim Alkoholiker Die meisten Alkoholiker Kriegen ihr Leben Erst auf den Griff Oder in den Griff Wenn ihnen alles kaputt geht Wenn alles weg ist Dann ist so eine Fifty-Fifty Chance Dass sie entweder Sich tot saufen Oder dass sie einsehen Oh Mann Ich verliere gerade alles Oder es ist alles weg Das Problem bin ich Ich muss was ändern So seh ich das auch Mit unserer Demokratie momentan Wenn wir jetzt nicht anfangen Uns zu bewegen Dann kommen diese Jungs Und Mädels Von extrem links Und von extrem rechts Und die werden immer stärker Und irgendwann gibt es nämlich Dann gar kein politisches Gleichgewicht mehr Oder dann werden meine Oder Stimmen wie meine Vielleicht gar nicht mehr gehört Oder ich muss mich Dann notgedrungen Muss mit den Wölfen heulen Und muss mich den Leuten anpassen Was Ich kenn mich Das fällt mir schwer Also würde ich wahrscheinlich In so einer Zeit Wie der Also Je nachdem Ob mir das dann passt Es könnte auch sein Dass Wenn nochmal so eine Diktatur kommt Dass mir das voll passt Und dass ich da voll reinpasse Oder genau das Gegenteil Wenn es das Gegenteil ist Bedeutet das für mich Vielleicht Arbeitslager Und damit herzlich willkommen Zur Gründungssitzung Der vierte Partei Erster Tag In des Ordnungspunkt Wir müssen einen Vorstand wählen Ja ich bin dafür Dass ich der einzige Vorstand bin Direkt eine diktatorische Partei gründen Tagesordnungspunkt 2 Ich habe hier den Antrag stehen Dass wir den Begriff Vorsitzender in Kaiser ändern sollen Führer Stimmen dafür Und hallo Lupolein Wunderschönen Tribal Wir haben eigentlich immer schwierige Themen Wann haben wir mal nicht schwierige Themen Sonst geht es um Apex Auch schwieriges Thema Ja Definitiv Definitiv Und ob ich die Geschichte von Greenpeace Und der Grünen kenne Ich würde nicht behaupten Dass ich sie Dass ich sie in Gänze kenne Aber Gerade die Grünen Sind mir seit vielen Jahren Ein Dorn im Auge Weil sich solche Leute Wie Claudia Roth Bei denen rumtreiben Claudia Roth Mit ihren antideutschen Ansichten Die ich gar nicht gut finde Vom Konzept her Kann die Kann die Grüne Partei Eine sehr tolle Partei sein Aber man sieht Dass sich gerade die Grünen In den letzten Jahren Und Jahrzehnten Immer mehr zu einer Wohlstandspartei Entwickelt haben Die auch immer fleißig Wenn es um Krieg Und Mandate und so weiter geht Nach außen hin So darstellen Dass sie Dass sie Für Friedenfreiheit Und Gleichheit Und Brüderlichkeit Und sonst was sind Und in Wirklichkeit Aber jedes Mal Ihr Kreuzchen An der Stelle machen Wo es heißt Bomben schmeißen Ja Und da habe ich Ein ganz großes Problem Das kann nicht sein Ich suche nämlich gerade Nach einem Bild Von meinem Lieblingsoppa Bei den Grünen Der mit komplett silberen Haaren Kommt aus Wahlkreis Irgendwo in Niedersachsen Ähm Boah Der hat mal So einen richtig schönen Wahlkampf gemacht Wo er in der Drechselerei stand Und Kann sie so getan Als wären Handwerker Und hast du nicht gesehen Ja Und dann steigt er In seinen Mercedes rein Von wegen Von hier für Europa Mhm Und danach Gab es halt wieder Eine Abstimmung darüber Ob war Panzer an die Türken Verkaufen wollen Und unter anderem Seine Stimme Ja Eben Waffen verkaufen Und da muss ich Da habe ich immer wieder Auch schon das Beispiel gebracht Bei uns in der Nähe In Wolgas In der Pene Werft Wurden Patrouillenboote Für die Küstenwache Der Saudis gebaut Die wurden hier In Deutschland Mit der Lafette Ausgeliefert Also aus Deutschland Mit der Lafette Ausgeliefert Wo die Saudis Dann später Ihre Maschinengewehre Drauf gebaut haben Die sollten aber Nur für die Küstenwache sein Schon mal eine Küstenwache Gesehen die vorne Ein dickes MG drauf hat Die haben die Dinge Halt auch für was anderes Genutzt Und da hat die Linke Irgendwann gesagt Da waren 30 Boote Oder so waren bestellt Oder sowas Und drei wurden schon ausgeliefert Und die Linke hat gesagt So stopp Wir Wir wirken Akt Wir verkaufen Waffen An An Länder Die für uns sozusagen Fast schon zur dritten Welt gehören Zumindest politisch gesehen Wo Politische Minderheiten Wirklich unterdrückt werden Wo ungerechte Sachen abgehen Dafür stehen wir nicht Und dann wurde dazu gemacht Und alle Auch die Grünen Haben gegen argumentiert Aber die Arbeitsplätze Ja Damit Damit der Wolfgang In Deutschland Seinen Arbeitsplatz behalten kann Müssen wir Waffen bauen Damit unten die Saudis Damit friedlich rumballern können Wenn ihnen irgendwer nicht passt Also sorry Arbeitsplätze können wir auch Anders erschaffen Und anders erhalten Das geht Wenn der Wolfgang Wenn der Wolfgang Auf einem Patrouillenboot Für die Saudis Eine Schweißnaht ziehen kann Dann kann er das auch Für ein Flussfahrgastschiff Oder für ein Patrouillenboot Der Norweger Die nämlich keine Maschinengewehr Wäre vorne drauf montiert haben Und die Die skandinavischen Länder Haben in den letzten Jahren Gerne bei uns eingekauft Weil die deutsche Wirtschaft So abgeschwächt ist Aufgrund von Fehlentscheidungen Also gerade im Schiffbau Dass bei uns die Boote So günstig zu haben sind Also für mich Solche Parteien Wie die Grünen Habe ich definitiv Auf dem Merkzettel Wegen solcher Leute Wie Claudia Roth Oder was du eben Gerade angesprochen hast Joschka Fischer Und Jugoslawien Und Joschka Fischer Hat Einige Karriereentscheidungen Hat er später zugegeben Da habe ich riesige Fehler gemacht Und das tut mir heute leid Diese Diese ganze Konfliktgeschichte Auf dem Balkan Hat Joschka Fischer Jahre später gesagt Ich habe mich da Habe mich da zu etwas Hinreißen lassen Ich habe da ganz ganz Furchtbare Verbrechen An der Menschheit Mit unterschrieben Sagt er heute Und das sollten wir Auch mal so bewerten Also ich meine Das ist einmal mutig Von dem Mann Und zum anderen Müssen wir uns mal sagen Was er da eigentlich sagt Weil er alleine War das nicht Da steckten viele mit drin Die das auch unterstützt haben Die auch gesagt haben Jubelnd Mit wehenden Fahnen Auch unsere Jungs Darunter geschickt haben In den Konflikt Der so nicht zu lösen war Den man anders Hätte lösen müssen Stattdessen schickt man Waffen Männer Material Und sagt Naja wenn wir da Lange genug rumballern Dann wird sich das schon klären So ein Blödsinn Machen wir weiter gucken Das vierte Selbstwert Kriegt dort Die Rückmeldung Du bist ein ganz Wichtiges Mitglied Du bist wichtig Dass du hier bist Und das fünfte ist Ich kriege Vertrauen Wenn ich da hingehe Dann kriege ich die Rückmeldung Aber warum es eskaliert Warum es immer weiter geht Dafür gibt es in der Wissenschaft Ein Modell Und zwar für Konflikte Da heißt es Phase 1 Die Menschen diskutieren Sie demonstrieren Friedlich Demokratischer Alltag Sie haben Hoffnung Dass ihr Protest Auf der Straße Etwas bewirkt Das hat mit Diskutieren Gar nicht mal was zu tun Demonstrieren Das ist nochmal was anderes Diskutieren findet für mich Teilweise sogar In einem sehr kleinen Rahmen Statt Während demonstrieren Meistens schon Eine recht einseitige Herangehensweise ist Kann aber auch Als Logische Konsequenz Aus einer Diskussion Und als Fortschritt Zu einer weiteren Diskussion Gesehen werden Auf jeden Fall Ja Wenn so eine Demonstration Auch vernünftig stattfindet Eine Demo kann still Abgehalten werden Kann gebrüllt werden Wie auch immer Ich finde es eigentlich Ganz cool Wenn Gegendemonstranten Auf der Straße Aufeinandertreffen würden Und normal miteinander Diskutieren können Anstatt sich anzuschreien Oder versuchen mit Trillerpfeifen Oder Megafon Er hätte dort So in den Rahmen Wäre In dem Rahmen Wäre alles gut gewesen Hätte er dort gesessen Und hätte sich das angeschaut Hätte sich seine Meinung Dazu gebildet Und hätte vielleicht Auch ein Video gemacht Und hätte das später Auch kritisiert Stattdessen Geht er da rein Während das gar nicht Seine Zeit und sein Ort ist Da irgendwas zu machen Brüllt rum Setzt die Maske ab Und nötigt Mehr oder weniger Die Polizisten dazu Die auf ihn zukommen Und das Hausrecht durchsetzen Handeln zu müssen Hausrecht steht Über Persönlichkeitsrecht Ja definitiv Und da ist halt Es wird hier Gewalt angewendet Von zwei Polizisten Also die müssen Die halt raus begleiten Ja das ist jetzt Keine schlimme Körperliche Gewalt Aber er wird Es wird immer halt Am Pulli gezogen Er wird gedrängelt Und so weiter Aber es ist Letzten Endes ihr Job Und sie müssen Das Hausrecht Müssen sie durchsetzen Weil das nun mal Wenn sie es nicht täten Ja Dann brauchen wir Keine Gesetze mehr Dann macht halt jeder Was er möchte Und das ist Quatsch Er hat das Recht Ich meine er durfte Demonstrieren vor dem Gebäude Mit ein bisschen Abstand Die durften da stehen Dass keiner denen zuhört Das ist eine andere Geschichte Aber das ist auch Demokratie Sie dürfen demonstrieren Ich darf eine Gegendemo machen Ich darf die aber auch Genauso ignorieren Ich darf was sagen Außer wie neulich Mit dem Fall Wo in Berlin Eine Demo von den Querdenkern abgesagt wurde Weil im Vorfeld klar war Dass man sich nicht An das Demonstrationsrecht hält Das Verschärfte aktuell Es gibt ein Demonstrationsrecht Und wenn dieses Jahr Vielleicht auch dann Mit Auflagen Gekommen wird Dass man sagt Ihr müsst aber Masken tragen Oder eben Abstand halten Und wenn man weiß Für diesen Raum Also es sind ja Plätze Und Laufwege Müssen vorher angegeben werden Und man hat zu erwarten Dass so und so viele tausend Leute kommen Dann wird durchgerechnet Quadratmeterzahl Zu viele Leute Für diesen kleinen Platz Ja Die Demonstration an sich Das Demonstrieren an sich Wird nicht verboten Es wird unter gewissen Einschränkungen Darf man demonstrieren Den Leuten wird es ja so vermittelt Dass sie ihre Meinung Nicht kundtun dürften Wieso? Das dürfen sie Wenn sie eine Maske tragen Geimpft sind Oder die Abstände einhalten Und Nicht oder Ja oder und Ja und Also ich weiß jetzt nicht Wie es in dem Fall war Oder dass sie halt geimpft sind Und Maske tragen Aber ihre Meinung Ihre Das ist Beim Demonstrieren geht es ja Nicht nur um die Handlung Oder um irgendwelche Handlungen Sondern eigentlich nur darum Dass man seine Meinung Öffentlich Und tun darf Wenn sie natürlich Jetzt nicht gegen Bestehendes Recht verstößt Wir befinden uns In einer Ausnahmesituation Diese Ausnahmesituation Kann man gerne anzweifeln Dennoch hast du dich dann An Maßnahmen zu halten Die im erster Linie Darauf ausgerichtet sind Der Allgemeinheit zu dienen Richtig Da hast du dann Individuelles Bedürfnis Erstmal zurückzuschrauben Ja Richtig Das ist auch Demokratie Und die haben immer noch das Recht Ich meine Es dürfen Es dürfen Rechte Und Extremlinke Ja Die dürfen auch ihre Demonstrationen machen Wenn die ordentlich angemeldet sind Und da Vernünftig Sich benommen wird Dann dürfen die demonstrieren Dann kriegst du sogar Vom Staat Polizeischutz gestellt So Die prügeln das nachher durch Wenn du angegriffen wirst Wenn deine Gruppe von Demonstranten Angegriffen wird Dann stellen die sich dazwischen Seist du links oder rechts Wenn das abgeklärt ist Dann ist Polizei Zu deinem Schutze da Wenn dich jetzt jemand Von außen angreift Dann gehen die mit Gummiknüppeln Und sonst was Gehen die genau gegen die vor Und dann wird aber Von beiden Seiten immer Wird immer rumgejammert Die Linken melden eine Demonstration Und die Rechten Kommt mit Baseballschlägern Und sonst was Und die Linken Die Polizei Ihr müsst uns helfen Und die Bullen Gehen auf die Rechten los Und die Rechten Ja dieser scheiß Staat Die wollen es doch nur unterdrücken Diese linken Zecken Dürfen frei demonstrieren Und wir Anderer Tag Jetzt gehen die Rechten heute Demonstrieren Haben, haben, haben Keiner möchte mal was geben Und geben wäre Auf den anderen zugehen Und sich vielleicht auch mal Bei einer Diskussion federn lassen Verbal vielleicht Und vielleicht auch Irgendwann einsehen Und so unangenehm es ist Man muss halt auch Mal die Meinung anderer zulassen Richtig Das heißt nicht Dass man sie akzeptieren Und vertreten muss Sondern einfach mal zulassen Tolerare Tolerieren Ertragen Heißt nicht akzeptieren Innehmen Ich bin da ziemlich ungerecht Das ist ein öffentliches Die meisten hier tragen die Maske Die ganze Zeit während der Fahrt Ich finde die Bilder Ziemlich verschrecken Ich wollte die nur mal Nach außen transportieren Die Arbeit hört nicht auf Wir bleiben dran Und das ist eine ganz gefährliche Sieht doof Die Wippe Weil dann kann die Gruppe Sich entscheiden Rauszugehen Aus dem Aushandel Weißt du Was ich da so traurig finde Wo ich fast heulen würde Weißt du Ich als Mensch Der recht wenig Einfluss hat Sitze hier Und mache mir so viel Mühe Auf sowas einzugehen Und ich wäre bereit Mich mit ihr zum Beispiel Hinzusetzen Und zu reden Aber ich bezweifle Dass sie auch nur Ansatzweise bereit wäre Mir wirklich zuzuhören Mit mir zu reden Wenn ich nicht nach ihrer Pfeife tanze Und da habe ich ein ganz Ganz großes Problem Weil da sehe ich einfach Dass Menschen wie die In der Demokratie leben Die Demokratie ausnutzen Aber keine Demokratie Leben wollen Die wollen mir Meine Rechte Zum Beispiel auch Absprechen Oder wollen gar nicht Mit mir zusammenleben Sondern es geht ihnen Nur um sich selber Und da Da habe ich echt Bedenken Weil ich möchte Dass sie Rechte hat Aber ich möchte nicht Dass ihre Rechte Über meinen stehen Oder andersrum Also ich möchte der Frau Ja nichts Böses Also ich will ihr Keine Gewalt androhen Und gar nichts Aber ich würde mir In ihrer Gegenwart Gerne einfach mal In die hohe Hand Furzen und ihr ins Gesicht Drücken Das hat sie sich verdient Mit so einer Aussage Ich würde das so gerne Dass sie Dass man das in einem Rahmen Hätte wo sie gar nicht Fliehen könnte Weißt du ich meine Dass man in einem Das war wie eine Art Talkshow Wie eine Art Keine Ahnung So ein Container Oder was auch immer Und man wird eingesperrt Und man kann sich Gegenseitig so lange Beschießen Wie man möchte Ich will sie ja nicht Zerstören Ich will sie ja nicht Umbringen Ich will Politisch Möchte ich mit ihr Argumentieren Und am Ende des Tages Kommen wir vielleicht Beide Mit besseren Gefühlen Und Gedanken raus Vielleicht muss sie Ihre Gedanken ändern Vielleicht muss ich meine ändern Aber ich würde sie gerne So lange mit dem Konfrontieren Wie ihr Zeug standhält Und vielleicht kommt dann Einer von uns als In Anführungszeichen Sieger hervor Am Ende haben wir doch Aber beide was davon Das hätte ich so gerne Weil diese Leute Flüchten sich so So in ihre Liebeleien Und ihre Gedankenspiele Und keine Ahnung was In ihre Filterblasen In ihre Fantasien Und sonst was Ich möchte diese Leute Mit Realität konfrontieren Mit harten Fakten Und Zahlen Und dann möchte ich sehen Wie sie standhalten Wie so ein Crashress beim Auto Wie der Zwischenstand ist Ayumi Ganz einfach Corona-Leugner bleiben Corona-Leugner Und suhlen sich gern In der Opferrolle Und heulen dann rum Wenn sie aufgrund von Hausrechtern Aus dem Landtag Rausgeschmissen werden Wenn sie ihre Maske Abreißen Sehr, sehr, sehr schade Und die Dame gerade Hat es ja auch gezeigt Alle im Zug Hier tragen die Maske Ich habe noch so viel Arbeit Vor mir Von bestimmten Überzeugungen Und den anderen drohen Drohstrategien Wir reden gar nicht mehr Wir drohen nur noch Darauf kann die letzte Phase folgen Phase 3 Es kommt zum Angriff Zu Gewalt Am späteren Abend Stürmten dann Rechtsextremisten Den Platz vor dem Reistag Auch das hat es gegeben Wir erinnern uns An die Bedrückung Das war wo Attila Da rauf gestiegen ist Auch Wir treffen Leif und Jana Zum letzten Hm Leif und Jana Die haben sich jetzt Auf die Balkaninseln Abgesetzt Leif und Jana Leben so ein Leif Dass sie Katamaran segeln können Zum Beispiel Ja In Trockenkleidung Und so weiter Also Ich sag ja Denen geht's zu gut Ende Mai Vielleicht sind sie genau Am Übergang Aber ich gönne es ihnen Dass es ihnen gut geht Das ist schön Aber das kann ich zum Beispiel nicht Aber Wiederum Ich hab mir schon vor vielen Jahren Einfach selber einen Kajak gekauft Und kann auch regelmäßig raus Wenn ich möchte Aber momentan Geht es mir nicht so gut Dass ich meine Kajaks Auf Segeln zum Beispiel Umbauen kann Aber das kommt Spätestens nach dem Stuhl Mach ich das als nächstes Donogold Ganz einfach Der Diskussionspartner Aus Fittest Ist nicht mehr Doch der ist auch noch da Der Carlo Der ist noch da Ja Was ich auch wertvoll finde Da kann ich für mich Heute schon wieder Auch was Positives rausziehen Elendiger Gutmensch Stuhl Welchen Stuhl Den Herman Miller Mein Donogold Unter der Kamera 4-0 Vorhin auch nochmal Wichsen im Resub Vielen, vielen Dank Für deine 5 Euro Vielen Dank für deinen Resub Auch für dich Gifted Subs Mach das lieber Als Donation Davon hab ich viel mehr Sehr lieb von dir Mann Einfach weil ich Keinen Test verweisen konnte Und keine Maske getragen hab Ja Mädchen Och Mann Ich möcht Ich möcht sie schütteln Aber das wäre jetzt Das wäre doch Aber jetzt Das Problem hätte sie doch Mit einer kleinen Einfachen Maske Übelst leicht beheben können Also wo ist das Problem Hätte sie das jetzt So sehr eingeschränkt Also ich kann das nachvollziehen Wenn sie sagt Das stört mich Okay Aber zwischen stören Und das ist Das ist für mich Unerträglich So was Ja Das ist Da ist doch nochmal Ein Unterschied Zwischen stören Und ich krieg keine Luft mehr Da liegen Welten I can't breathe Ist nochmal eine ganz andere Geschichte Als das Ja Also Mich stört die Maske auch Wenn ich rausgehe Und ich bin Bartträger Und dann wird's da nass Und keine Ahnung Ja Ich bin hypoallergen Ich kann nur durch den Mund atmen Und mich stört's nicht Und mich stört's nicht Beim Atmen Es ist halt Es ist halt nervig Es ist unkommun Man macht das trotzdem Zähne putzen Wir putzen uns die Zähne Auch wenn das Eigentlich ist es ja lästig Oder wer putzt sich super gerne die Zähne Oder Nägel schneiden Gehört halt dazu Ist halt Ist halt doof Aber ist so Und dann Uff Dann setzt du dir halt mal kurz die Maske auf Und dann Wir erinnern uns an die ganzen Ärzte Die 2008 Alle kollektiv tot umgefallen sind Weil die alle unter den Masken In den Operationssälen Nicht mehr atmen konnten Ich werde euch im September Auch nochmal dran erinnern Weit Sarkasmus Und auch im Oktober Werde ich euch dran erinnern Die An die Leute Die dann sterben Im September Alle Alle Wie und wo Gehen Maskengegner eigentlich einkaufen Fragt Ayumi Ja wahrscheinlich auf dem Wochenmarkt Oder auf dem Bauernmarkt Das kann sein Ja Das kann sein Oder sie lassen Den beiden geht es so gut Die lassen sich das Essen kommen Ja Schetsam Parallelwelten Könnte ich jetzt eine Demo vormachen Aber ich kann es auch einfach lassen Und sie in ihrer Welt lassen Und für mich dann sagen Okay es geht einfach jetzt gerade nicht Dann Ess ich da jetzt nicht Sterbe ich ja nicht von Ach 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 Ich meine das ist Das ist endlich mal Eine erwachsene Reaktion Damit umzugehen Wow Die wollen dass ich eine Maske trage Oder dass ich geimpft bin Dann ess ich dort nicht Das ist ein gutes Das ist dein Recht Ja genau Das du wahrnehmen darfst Aber dann hör auf zu meckern Sondern triff für dich die Entscheidung Das ist wie Das Thema mit Twitch Ich hab euch das vorgerechnet Ich find's nicht geil Ich werd aber nicht darüber meckern Sondern ich ändere etwas In meiner Aufstellung Ich ändere etwas in meiner Kanal Appearance Ich erklär euch das Ich rechne euch alles vor Ich beantworte euch die Fragen dazu Ich mach mir sehr viel mehr Arbeit Anstatt ich jetzt sage Das ist alles scheiße Ich geh jetzt nicht auf Twitter Auf Instagram Und poste nur Wie scheiße das ist Sondern ich ändere auch gleichzeitig was Für mich selber Ich akzeptiere den Umstand Es ist vollkommen okay so Aber ich muss für mich was ändern So wie sie für sich gesagt hat Können wir gerade mal festhalten Dass die Maus jetzt endlich mal Gesunden Menschenverstand gezeigt hat Man kann dagegen sein Ja man kann das alles für lächerlich halten Aber dann gehst du da halt nicht hin Und nicht Ich mache irgendwie Plakate Und stell mich vor in den Laden Und demonstriere Und schreie rum Und reiße im Landtag Die Maske vom Kopf Das war bis jetzt Und wir haben jetzt Wir haben von dieser Dokumentation 33 Minuten rum Das war die erste Vernünftige Erwachsene Vernunftbasierte Aussage und Entscheidung Die wir gehört haben Auch gerade von dieser Frau Finde ich richtig Die Entscheidung ist gut Die wollen dass ich Maske trage Dann esse ich da einfach nicht Aber sie zieht sich wahrscheinlich Wie die falsche Konsequenz raus Lass uns mal weiter reden Wahrscheinlich ja Der Supermarkt gibt ja Alternative Schon halt eine alternative Welt aufbauen Haben sie den Eindruck noch Dass es da irgendeine Möglichkeit gibt Wieder in eine gemeinsame Realität zu kommen Ja auf jeden Fall Wenn es Gespräche gäbe Würde das wieder zusammenführen Ach so Die sind also immer noch der Meinung Dass die Gegenseite auf sie zukommen muss Oder was Das ist ein gegenseitiges Miteinander Ihr sagt Wenn es Gespräche gäbe Dann würde man auch wieder Aufeinander zukommen Ihr sucht hier aber kein Gespräch Ihr geht demonstrieren Was euer Recht ist Und dann geht ihr da In den Landtag Und schreit rum Das ist keine Diskussion Das ist kein Aufeinander zukommen Das ist Ich stell mich da oben hin Wo ich Sicherheit habe Und brüll da mal runter Dann warte doch mal Wenn Tag der offenen Tür ist Dann bringst du deine Ansprache Deine Rede Deine Werte Bringst du da vor mehreren Augen Bringst du vor Und machst dich auch angreifbar Und dann wird diskutiert Aber ihr wollt ja nicht diskutieren Ihr wollt schreien Ihr seid so wie so kleine Kinder Tür aufreißen Reinschreien in den Raum Tür zuschlagen Sobald Gegenwehr kommt Sobald ein Gegenargument kommt Das ist nicht Demokratie Diese Leute verstehen Demokratie nicht Diskussion Ich bin offen Ich setze mich mit den beiden hin Und rede Und mir ist auch auf Twitch Das können wir machen Aber dann müssen die beiden bereit sind Auch auf mich einzugehen Wenn ich sage Hier das sind Fakten Zahlen und Daten Ja Dass hier nicht kommt Ach das ist alles falsch Und fake und sonst was Sondern dass wir uns Die Argumente beider Seiten anschauen Und dann schauen Was ist wirklich stichhaltig Was lässt sich beweisen Was ist nachhaltig Irgendwie beschleicht mich aber das Gefühl Dass wir an dem Diskurs im Leben Nicht teilnehmen würden Buster Ich hätte nicht gedacht Dass wir so viel Auf dieses einzelne Video eingehen Aber es sind hier halt sehr Sehr bestimmte Charaktere Wurden uns hier gezeigt In diesem Video Es ist ja gleich rum Ich meine Ich kann damit Streamzeit füllen Buster Das ist mein Beruf Ich meine Du weißt ganz genau Dass ich sonst Sehr kurze Videos habe Oder kürzere Videos Und dass wir normalerweise Drei, vier Videos am Tag schaffen Wir haben heute nicht so viel geschafft Weiß ich selber Aber ist irgendwo auch wichtig Macht mir auch Spaß Bei Jumi schreibt es nochmal gerade Und das fasst auch irgendwie Meine Meinung zusammen Eine Diskussion entsteht ja leider meist nicht Die denken Sie haben die Weisheit mit Löffeln gefressen Und stimmt ihnen nicht zu Ist man der Feind Und das wird sich nicht unterhalten Eben Es findet kein Diskurs Und keine Diskussion statt Sondern es wird die Tür aufgerissen Es wird in den Raum gefurzt Und die Tür wird wieder zugeknallt Und dann sagen sie Ja wenn man miteinander reden würde Würden wir Ja sag ich auch Und ich verbiete denen nicht die Meinung Ich stell mich nicht auf die Straße Und sag die erzählen nur Scheiße Ich Ich arbeite das auf Und kritisiere teilweise ihre Äußerung Oder Ich hab ihnen heute auch schon so viel Recht gegeben Wir sagen Ihr redet Scheiße Weil Weil X Das und das kann man wiederlegen Und nehme Bezug Das und das habt ihr aus dem Zusammenhang gerissen Ich hab den Leuten ja auch schon Recht gegeben Das heißt ich hab ja meinen eigenen Standpunkt Sogar ein kleines bisschen aufgeweicht Und geh auf sie zu Das machen sie leider nicht Gibt es dafür überhaupt noch eine gemeinsame Basis? Als ich auch Selina im Mai dieses Jahr wieder treffe Schrumpft die Querdenkerbewegung Sie ist als Kopf der Hamburger Gruppe zurückgetreten Nachdem bekannt wurde Dass der Verfassungsschutz sie beobachtet Das Ja Dings Das ist durch die Länge Der wird auch noch größer werden Ich lass den jetzt Ich lass jetzt einfach hier alles wachsen Ich Mir macht es nichts aus Und es gibt viele Die wahnsinnig doll Angst haben Und jetzt so querdenken abzulegen War für mich auch eine strategische Entscheidung Zu sagen Gut, dann habt ihr keine Angriffsfläche mehr Dann müsst ihr jetzt ganz viele Menschen beobachten Sie sieht irgendwie sehr alt und krank aus auf einmal, ne? Ja Ich hoffe nicht, dass sie Corona gekriegt hat Oder irgendeinen anderen Schlag hatte Was ist mit den Ordnerwesten? Ne, aber tatsächlich kann das politische Engagement mit dir machen Ja, natürlich Wenn du in so einer Sache so lebst, dann Definitiv Also ich weiß, wie das bei mir damals war Als das im Ukraine-Konflikt losging Und ich, äh Ich wäre ja am liebsten sogar da hingefahren Um mir das anzugucken Das hat mich echt richtig hart belastet Was, ja So, äh Politik kann, äh Menschen auch krank machen Eigentlich noch einmal in Berlin großdemokieren Zusammen mit Gleichgesinnten Doch das ist kurzfristig verboten worden Die Bewegung irgendwie zerschlagen Dann nehmen wir keine Schilder mit Was sieht man als erstes? Schilder Oh, das ist, das ist so schwierig, Alter Fahren sie trotzdem los Na, erstmal mitnehmen, genau Also nächstes zum Einsatz kommen die Schilder Auch ein paar Pflastersteine Man weiß ja nie, ob man braucht, ne? Guck mal, der hätte hinten schon wieder einen rausgerissen Ich hab meinen, äh, Herr Wachtmeister Ich hab meinen Stein extra mit, um den da reinzusetzen Wo er ihn gerade rausgenommen hat Stimmt Er hat seinen ja geschmissen Ich will meinen da reinzusetzen Darf ich das? Eben Irren durch den Tierpark Hier vor der Seegusssäule Wollte sie reden Jetzt Polizei überall Wie radikal machen uns YouTube und Co? Das haben wir uns vor einem Jahr gefragt Die Antwort ist kompliziert Ne, die Antwort ist leicht YouTube und Co. machen uns überhaupt nicht radikal Sondern das Gedankengut anderer Menschen Das wir in unsere Köpfe einsickern lassen Macht uns radikal Und die Echoblasen Wenn du dich in eine Gesellschaft begibst Wo du immer nur dasselbe immer zurückkriegst Und du Alle Scheiße, alle Scheiße Staatsschuld, Staatsschuld, Staatsschuld Und das kriegst du die ganze Zeit so pingpong, pingpong Von den allen Wänden zurück Das radikalisiert Und da sind wir wieder, du Du selber begibst dich in diese Räume Du selber begibst dich dahin Du selber hörst zu Du selber bist dafür verantwortlich Wenn du dir nichts anderes anschaust Keine anderen Kanäle Du selber bist verantwortlich Wenn du nicht mit anderen Leuten diskutierst Die auch mal nicht deiner Meinung sind Oder vielleicht deiner Meinung sind Aber das vielleicht ein bisschen anders rüberbringen Du selber Du, du, du Nicht YouTube Nicht Telegram Nicht WhatsApp Nicht Twitter Nicht Facebook Die arbeiten alle mit Algorithmen Und wollen Geld verdienen Denen ist das scheißegal Die sind ein Werkzeug Die sind ein unbeschriebenes Blatt Das was du drauf schreibst Ist das was drauf steht am Ende Du selber Jesus liebt dick Schle Ein wunderschön Du siehst ja selber auch ein bisschen dick Das ist in Ordnung Da haben wir es Die Black Lives Matter Community Hat uns bewiesen Dass Jesus schwul war Weil er dick liebt Dicks Nein das steht nur Das heißt nur Er steht auf fette Frauen Uff Revi Du sei doch nicht so Und hallo acid Ach Revi Die Netzwerke Sie machen was mit uns Sie sind offenbar Brandbeschleuniger Aber Sie sind nur ein Teil Im großen Ganzen Sie sind ein Werkzeug Was habe ich In den ersten 30 Sekunden Des Videos gesagt Was denn Auf welche Schlussfolgerungen Werden sie kommen Gar keine Dass es nicht an den Netzwerken liegt Sondern an den Leuten da drin Ja Dass die Netzwerke Ein Katalysator sind Haben wir gesagt Es ist Und Oh Wunder Zwei Stunden später Ja Es sollte Das sollte aber jedem bewusst sein Dass Du Ist wichtig Und danach kommt dann das Wir Weißt Du selber kannst auch Einfluss nehmen Vielleicht In so einer Plattform Obwohl ich bezweifle Also dadurch dass das schon so Wie soll ich sagen So destilliert und runtergekocht ist Wie so ein dicker Sirup Sind die Leute dort Alle nur noch eine Meinung Wenn ich da jetzt reingehe Auf Telegram zum Wendler Und da versuche Einen Diskurs anzufangen Meine Fresse Die werden mich zerfetzen Erstmal danke an den Attila Für die Einladung in die Gruppe Ich wollte da mal Ich bin anderer Meinung Klopp Aber wieso bin ich hier schon wieder raus Was soll das Eben Und dann greifen nämlich Genau diese Mechanismen Die Mechanismen Die sie uns Also teilweise den Gegenspielern Obwohl ich ja gar kein Gegenspieler bin Aber solange ich nicht auf ihrer Seite bin Bist du nicht für uns Bist du gegen uns Die sie uns vorwerfen Also Diktatur und so weiter Wir dürfen nicht zu Wort kommen Dass wenn ich jetzt in so eine Gruppe gehe Und sage Du Leute der Attila Erzählt aber ganz schön viel Müll Er hat hier letztens gesagt Oder so der Wendler Der sagt Im September sterben alle Geimpften Ich sage euch jetzt schon Das wird nicht passieren Und wenn ich die Leute im September Jeden Tag daran erinnere Guck mal Keiner gestorben Guck mal Keiner gestorben Guck mal Leben alle noch Leben alle noch 1. Oktober September ist rum Leute Die werden mich rausbannen Oder die werden mich zu Tode Also Zu Tode Canceln Oder wie auch immer Das ist das Schade Sehr sehr schade Hier geht's dir heute Ich bin etwas traurig Weil wir sehen ja auch Was Also ihr habt ja auch gesehen Was im November Hier an Menschen standen Zu dem schlechtesten Wetter Kalt Wasserwerfer Und trotzdem waren die Menschen Ob ich Quellen geben kann Schau Ich weiß Das ist witzig gemeint Aber Quellen Die Impfstatistiken Der letzten Keine Ahnung 100, 150 Jahre Solange man halt schon impft Die könnte ich als Quellen herziehen Aber Das heißt doch nichts Weil es ist ja hier Dieser Bill Gates Impfstoff Mit die Chips drin Du weißt doch Halt gar nicht Ich wollte das alles auf dem Kreislauf machen Ich hab Kartoffel Kartoffelschips sind ganz schlimm Für den Kreislauf Das gebe ich dir Das gebe ich dir Ja Das gebe ich dir den Punkt Ich kann es nicht 100%ig wissen Aber statistisch gesehen Kann ich das runterbrechen Und kann sagen Nun Ich bin sogar so überzeugt davon Dass ich mit dir eine Wette abschließe Und dann treffen wir uns Am 1. Oktober Und dann schauen wir mal Wie viele Weil es heißt ja alle Geimpften Wie viele davon wirklich gestorben sind Also ganz ehrlich Ich kann dir jetzt schon sagen Die Statistiken Alle gefälscht Gut Da wirst du mich nicht vom Gegenteil überzeugen können Dann Weil deine Quellen Erkenne ich nicht an Dann müssen wir uns Auf einen Wert einigen Und ich sage Es müssen Mindestens 50% Aller Geimpften sterben Damit deine Aussage Überhaupt irgendeinen Wahrheitsgehalt hat Mindestens 50% Weil es heißt alle Solange das nicht in Russia Today steht Hast du Unrecht Jetzt mach doch mal Russia Today nicht fertig Die machen schon teilweise Gute Sachen Ja Und dann trifft man sich Wieder am 1. Oktober Und dann müsste man halt ganz Ich würde dann auch nicht sagen Ich hab's dir gesagt Haha Sondern Au Ich hatte halt diesbezüglich recht Vielleicht können wir anfangen Dass wir beide ein bisschen zusammenarbeiten Und eben nicht mehr Dass du jetzt diesen Leuten hinterherläufst Die dir Scheiße erzählt haben Sondern Ich mach mich nicht mal über dich lustig Du lagst halt falsch Na und? Lieg ich auch Oft genug Weiter im Text Brauchst du dich auch nicht entschuldigen Sondern nur Okay Einsehen Hab ich verstanden War ich falsch Boom Boah, wenn's mal so weit kommen würde Dass da einer sagt Es ist eine Utopie Und wenn nur einer sagt Oh ja, lag ich falsch Ey, ich mach nen Fass auf Oder ich würde Das wäre halt schön Aber das würde bedeuten Dass die Menschen selbst reflektiert sind Erwachsen Ja, so wie du das vorhin ja schon sagtest Nachdenken Und eben auch Wenn sie dann wirklich falsch lagen Dass sie das eingestehen Aber ich sag euch eins Sollten wirklich im September Das hab ich schon mal vorhin gesagt Sollten im September Alle oder mindestens 50% der Geimpften sterben Dann werde ich Werde ich direkt Dann, wenn das passiert Werde ich sagen Jupp Leute, ich lag falsch War mein Fehler Tut mir leid Das kostet mich nichts Absolut nichts Das hat auch mit Stolz nichts zu tun Wenn ich falsch liege Kann ich das eingestehen Ja Dann hab ich einen Fehler gemacht Und Weiter geht's Aus Fehlern lernt man Ja und haben gedacht Wir müssen das Infektionsschutzgesetz verhindern Oh, es ist Deine Seele ist nicht verloren, Mann Kaum jemand hier Mehr Polizei als Demonstranten Und ähm Das ist so schade Dass Ja, der Aktionismus Von den Menschen So nachgelassen ist Was ist für dich Die Konsequenz da draus? Ne? Also Wow Das ist halt Meine Güte Merkt sie nicht Wie gefährlich das ist Was sie von sich gibt Also sie zieht auch nicht Die Kausalität Dass Wenn weniger Leute Sich für dieses Thema interessieren Dass vielleicht auch mehr Leute Ähm Vielleicht auch Ne Wahrheit erkannt haben Sondern je weniger es werden Desto mehr fühlt sie sich In ihm bestätigt Was sie tut Mhm Dann würde ich ihr attestieren Dass sie eventuell Psychische Probleme hat Und sonst keinen Sinn In ihrem Leben sieht Was halt schade wäre Weil das wieder so Ein absoluter Stereotyp So weißt du Die alleine erzählende Mutti Die nichts besseres zu tun hat Abends wenn sie Wenn sie alleine ist So nach dem Motto Das wäre halt Das ist halt schade Wenn sie das wirklich bedienen sollte So aber Mädel Wenn eure Bewegung Immer kleiner wird Und immer mehr Menschen Abspringen Ja Das hat auch mit Faulheit Natürlich zu tun Ist richtig Aber Hat es vielleicht auch damit zu tun Dass mehr Menschen Begriffen haben Dass Das ist vielleicht Ja Dass das vielleicht Blödsinn war Was sie Woran sie vorher geglaubt haben Hm Nur so Nee Nur so ne Frage Kann nicht sein Die haben uns einfach alle Nur in den Stich gelassen Oh Ja Wahrscheinlich Ist halt Gerade So aus diesem Dass du sagst So große Demos Irgendwie das funktioniert Was ist deine Konsequenz Was machst du jetzt Für mich bedeutet es In eine andere Art Von politischer Aktivität zu gehen Also sich vielleicht Parteipolitisch Auch zu engagieren Und zu gucken Wir haben jetzt die Bundestagswahlen Vielleicht können wir da noch Das Ruder irgendwie rumreißen Oder zumindest mit Bestimmung Ähm Ermöglichen Im Bundestag Wenn Äh 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 Warum war das nicht von Anfang an Ihr Ihr Begehr Hä Das ist das Was ich vorhin gesagt hab Das ist das Was ich vorhin kritisiert hab Wenn dir das so wichtig ist Warum engagierst du dich nicht politisch Jetzt kommt sie Ja jetzt wo Wo sich immer weniger Leute Für das interessieren Was ich zu sagen habe Jetzt möchte ich mich politisch engagieren Die haben mir meine Orangenkiste weggenommen Jetzt brauch ich eine andere Bühne Das ist aber doof Sie hätte doch vom ersten Tag an Das Das demokratisch verbriefte Recht gehabt Sich politisch zu engagieren Ja Einer Partei beizutreten Oder selbst eine Partei zu gründen Ne Wir haben das letztens erst gesehen Der Dribbelweg ist dieses Jahr zugelassen Die APPD Äh Die APPD nicht Also die hier Allgemeine Allgemeine Pogo-Partei Deutschlands Und warum Weil die APPD zu blöd waren Ihre Formulare Via Post und Fax einzureichen Zu spät und sonstiges Äh Und beschweren sich dann drüber Die Frau hätte Und für den Scheiß Musst du jetzt heute nüchtern bleiben Ja Musst du dich nüchtern bleiben Schönen Tanke auch Und da muss man leider sagen Da waren leider die 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 Arschmaden vom dritten Weg Waren so organisiert Dass sie den Scheiß eingereicht haben Dass sie dieses Jahr Zur Bundestagswahl Gewählt werden dürfen Finde ich das geil Nein Aber die haben Im Rahmen der Demokratie Gehandelt Und das hätte sie auch gekonnt Sie hätte auch hingehen können Oder Sich einer Partei anschließen Wie auch immer Das hätte sie von Anfang an machen können Warum geht sie nur auf die Straße Und brüllt irgendwelchen Hohlen Mist raus Politisches Engagement Wiegt viel mehr Als nur demonstrieren gehen Auf der Straße Natürlich Bevor du demonstrieren Aber eins prophezei ich dir Ja Der 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 Schwung Der Zulauf Ist jetzt so gering Sie wird keine Partei An den Start kriegen Garantiert nicht Anarchistische Pogo-Partei Sie hat den Zeitpunkt verpasst Danke Schoppe Anarchistische Pogo-Partei War natürlich jetzt falsch gesagt Nicht allgemein Sondern eigentlich Siehst du Fehler gemacht Sieht man ein Revidieren Ja Das hätte sie von Anfang an Vom ersten Tag Da hätte sie viel mehr Einfluss nehmen können Stattdessen stellt sich auf die Straße Die sind alle blöd Geht abends nach Hause Legt sich hin Oh hab ich heute schönes Tagewerk vollbracht Okay Dann geh und verrichte vernünftiges Politisches Handwerk Und stell dich dem Diskurs Mach dich angreifbar Auf der Straße demonstrieren Ja dann kommt mal einer vorbeigelaufen Ihr am Holocaust-Tag Ihr Vollidioten Ihr seid doch scheiße Und dann fühlen sie sich bestätigt Ja dann stell dich doch mal Mehreren Politikern Die dir dann vielleicht auch ins Wort fallen Oder dann musst du mal akzeptieren Wenn du dann im Bundestag stehst Dass dann vor dir der Philipp Amthor Seine Vorträge hält Warum Lobbyismus so toll ist Oder dass einer von der AfD Oder sonst wo Seinen Vortrag macht Warum Warum die Corona-Maßnahmen so toll sind Und dann hast du das Recht Fünf Minuten da zu labern Warum Corona-Maßnahmen total doof sind Und dann kommt wieder einer Und sagt Ja ich bin eigentlich nur hier Weil es heute gratis Hackfleisch-Spießchen gab Heute ist Taco-Dienstag Heute ist Taco-Dienstag Da bin ich mal da Ich will auch meine Meine Diätenerhöhung abgreifen Ja aber dann muss sie auch mal Anderen zuhören So unrecht ihr das ist Ist schade ne Ja Also das Das wäre mein erster Weg gewesen Also natürlich Demonstrieren ist ihr gutes Recht Hätte sie machen Also auch weiterhin Natürlich machen können Sollen wie auch immer Aber Dieser Mangel an politischem Engagement Zeigt mir einfach Dass sie sich das von Anfang an Super leicht gemacht hat Super leicht Die wird auch Die wird auch eine von denen gewesen sein Die eben gesagt hat Ich gehe nicht wählen Bestimmt Warte Wenn du nochmal zurückguckst Ne So vor einem halben Jahr Vor allem ja Also Mal platt gefragt Wer oder was ist schuld Erst hab ich gedacht Wirklich der Virus Verdammter blöder Virus Und jetzt denke ich aber Im Großteil doch tatsächlich Die Regierung Okay Meine Frage zeigt das Dilemma Ich wollte wissen Ob Social Media sie verändert hat Aber sie ist natürlich überzeugt Eine falsche Politik Wir reden aneinander vorbei Naja sie hat ja teilweise recht Dass die Politik So wie sie gelaufen ist Nicht unbedingt richtig ist Aber Sich nur drüber beschweren Aber selber keinen Einfluss drauf nehmen Ja äh hä Das ist Das ist so als wenn du jedes Mal Zum Döner Ali gehst Und der Der im guten Glauben Packt dir jedes Mal Halloumi Käse drauf Du magst den Scheiß aber nicht Sagst es ihm aber nicht Sondern frisst jedes Mal Den Döner mit Halloumi Käse Und meckerst dann Boah ey Dieser Aloumi Käse ne Dieser der Ahmed Der macht den Döner so scheiße Oder zu viel Zwiebeln drauf Ich hasse Zwiebeln Wann begreift der Peser das endlich mal Wenn du es ihm nicht sagst Woher soll das wissen Politik ist genau so Dir passt etwas nicht Musst du hingehen Musst du wählen Oder besser gesagt Dann hast du nicht das Recht Dich hinterher zu beschweren Wenn du nicht wählen gehst Und wenn dich was richtig Richtig hart ankratzt Und du sehr viel Zeit Und vor allem auch sehr viel Kraft Und Muse hast Dich damit zu beschäftigen Dann geh dich politisch engagieren Such dir eine Partei Wo es passt Wird sehr schwer Weiß ich Vielleicht auch unmöglich Aber Gar nichts zu tun Um dann zu meckern Die Zustände sind voll Kacke Schön dass du das begriffen hast Was änderst du dagegen Na ich sag das doch Dass das Kacke ist Okay Und was fangen wir jetzt damit an Na ist doch alles Kacke Okay Wie können wir es besser machen Ja weiß ich nicht Aber ist alles Kacke Digga Da ist uns allen mitgeholfen Mann Du hast ja so eine Schwungmasse Gerade in die Unterhaltung gebracht Du hast den ersten Schritt gemacht Und danach ist dir sofort die Luft ausgegangen Uff Nur hole Luft im Kopf Einen Tag später hat sie mir nochmal eine Sprachnachricht geschickt Und ja Weil sie noch so lange über diese letzte Frage nachdenken musste Natürlich über Telekom Moment Danke Svea Hör mal Ich denke auch die ganze Zeit Über deine eine Frage nach Die du mir in Berlin gestellt hast Wer schuld hat Kennst du das Wenn man das Gefühl hat Das ist nicht vollständig Deswegen geht es ihm auch die ganze Zeit nicht aus dem Kopf Weil ich finde Dass wir Also wir als Bevölkerung Die ja die Politiker auch wählen Auch schuld sind Sie bleibt dabei Wir haben es nicht kapiert Und kauen auf der blauen Pille rum Wir sind im Reibet-Hole Nicht sie Uff Demokratie Nicht verstanden Diese Frau Nee Diese Frau hat auch Diskussion Nicht verstanden Die hat noch nie Eine Eine vernünftige Diskussionskultur erlebt Bei ihr Das was sie denkt Das was sie weiß Oder sagt Ist richtig Alle anderen liegen falsch Und das hast du immer wieder Mit extremen Leuten Aus irgendwelchen Extremisten aller Arten Ob religiös Politisch Was auch immer Und da Mit solchen Leuten Kannst du leider keine vernünftige Politik Und auch keine Einen vernünftigen Konsens Für Also das ist Oder es ist sehr schwierig Und mit Und solche Leute Soll Solchen Leuten soll ich Zuhören Ist jetzt meine Frage Also solche Solche Leute sollen halt wirklich Die ist ja so Sie darf alles Aber muss nichts Du bist ja der Der die ganze Zeit sagt Wir müssen mit den Leuten reden Wir müssen mit den Ich sag ne Wir müssen Natürlich müssen wir mit den Leuten reden Weil es anders nicht geht Ach Quark Grävern Du kannst die Leute nicht abholen Mit Keine Ahnung Wie soll die Uniform heute aussehen Und man holt die Leute nicht mit Worten ab Sondern mit Lastern Eben Da ist jetzt meine Frage Grävern Welche Farbe soll denn die Uniform haben Jetzt holen wir die ab Und stecken die in Lager Das kennen wir alles schon Und für sowas möchte ich mich nicht hergeben Du musst mit solchen Leuten reden Aber Da hoffe ich Dass eines Tages Irgendwann auch wieder Die Diskussionskultur Auf einen Punkt kommt Dass man mal reden Und sich auch streiten kann Und trotzdem am Ende des Tages Sich die Hand reichen kann Gut jetzt nach Corona-Regeln Von mir aus Schuhspitze an Schuhspitze Oder wie auch immer Dass man sagen kann Ey Wir müssen nicht zusammen Hand in Hand Aber wir können in die gleiche Richtung gehen Nebenher Ist doch voll in Ordnung Wir müssen uns doch nicht gegenseitig Umbringen Aber für die gibt es ja kein Nebenher Weil sie werden ja benachteiligt In der ganzen Corona-Geschichte Da gibt es Aber gleichzeitig halt Keine Diskussionskultur An den Tag legen Und da sag ich halt Da ist Reden vorbei Da ist es auf jeden Fall Sehr sehr schwierig Vor allem Aber ich sag mal Du kannst solche Leute Wirklich nur durch Logik besiegen Sie bringen ein Argument Ich bringe ein Argument Sie will meins nicht akzeptieren Ich sag Ich gehe auf dein Argument ein Und zwar so und so und so und so Und so Ich messe den Wahrheitsgehalt Ich bringe auch Quellen Fakten und so weiter dazu Und dann Was hast du für mich Ach du hast gar nichts Nun wer von uns beiden Sollte rein nach Logik Und nach messbarer Bildung Intelligenz und was auch immer Recht haben Du bringst nichts in die Unterhaltung ein Ich schon Das ist aber sehr schade Ich gebe dir die Möglichkeit dazu Hast du noch mal ein paar Minuten Darüber nachzudenken Oder wir treffen uns noch mal Ach du hast immer noch nichts Hm Das heißt du sagst nur Dass es so ist Aber du kannst es nicht belegen Ist aber sehr schade Tja Und da geht es dann eben nicht darum Die Leute zu diffamieren Und so Ja ihr seid alles Vollidioten Nee Nein Vielleicht sind es Vollidioten Inhaltlich richtig Aber ist nicht der feine Zug Ich muss Ja also Vielleicht sind die Leute Vollidioten Aber ich muss es ja denen Nicht den ganzen Tag Ins Gesicht reiben Ich kann trotzdem Halbwegs respektvoll Mit den Leuten umgehen Ich muss sie ja nicht Ständig fertig machen Darum geht es ja gar nicht Dann wenn sie Wenn sie bereit sind Vielleicht auch einen Fehler Einzusehen Hey Ist voll in Ordnung Du brauchst dich nicht entschuldigen Sondern nur akzeptieren Besser machen Wie Malte es gerade sagt Manchmal hilft nur noch Ein Exorzismus Wo wir schon wieder Bei der Religion wären Oh man Und was denkt ihr Wer hat Schuld am wachsenden Misstrauen Schreibt uns bitte in die Kommentare Und hört unseren Podcast dazu Wir haben fünf Folgen Das ist länger als 20 Jahre Siebeisen Und wir reden mit denen ja nicht Findet ihr in der Infobox Oder schaut bei meiner Kollegin Andrea vorbei Die hat den Selbstversuch Bei Lieferando für euch gemacht Auch den kennen wir schon Oder bei meinen Kollegen von So Many Tabs Zum Thema Google Wer die Wahrheit nicht wahrhaben will Macht alles nur schlimmer Denk ich mal Ja das Na natürlich Also eine Wahrheit kann auch mal wehtun Wie gesagt Es kann auch bedeuten Dass die Wahrheit für uns Jetzt zum Ende des Jahres Bedeutet Dass Grevi und ich Total auf dem Holzweg sind Und dass im September Alle sterben die geimpft wurden Grevi du bist auch geimpft ne Naja War schön Ein positives hat Es dann werde ich nicht 37 Dann bin ich nicht 37 und fett Das ist auch schon mal War schön dich kennenzulernen Kapper Nein also das Also ich habe Ich habe am Monatsende Von September Geburtstag Und das kam mir ganz gelegen Dann können wir jetzt Und du kommst auch noch um deine Hochzeit drum rum Ja ja Mir wird eine furchtbare Scheidung erspart Kickwee Nein aber Schaut mal Was verliere ich denn Es wäre viel schlimmer Wenn wirklich die Menschen Im September sterben Weil dann alle sterben Ob ich recht hatte oder nicht Ist doch dann scheißegal Ich sage dann Okay es tut mir leid Ich war definitiv im Unrecht Es ist ganz was Schlimmes passiert Und dann geht es weiter Dann gestehe ich halt ein Dass ich im Unrecht war Und Ich lebe danach mein Leben Trotzdem noch genauso weiter Wie vorher Ja Malte Anzweifeln ist eine Sache Nur Direkt alles zu verteufeln Was nicht der eigenen Meinung entspricht Ist immer eine ganz andere Sache Eben Also kritisieren Diskutieren Das gehört zu einer Diskussions- und Gesprächskultur dazu Gerade auch in einer Demokratie Aber Diese Elitäre Extreme Einseitigkeit Nur wir haben recht Wir sind die einzigen Die den Durchblick haben Ist ja gar nicht wahr Wie kann man so arrogant sein Alter Wie kann man so dumm sein Vor allem Er sagt es gerade auch nochmal Ich lasse mich impfen Weil ich es für mich die richtige Weil ich es für mich das Richtige halte Unter Abwägung aller Faktoren Ja Aber würde niemanden sagen Mach das jetzt Weil es ist das Richtige Verstehe ich Interessanterweise hast du auf Seiten der Querdenker Genau diese Geisteshaltung nicht Also wenn die jetzt sagen würden Ich lasse mich Nach Abwägung aller Faktoren Nicht impfen Weil es für mich das Richtige ist Aber ich würde es niemanden vorhalten Wenn er sich impfen lässt Genau diese Aussage Das ist ja auch nicht Du bist ja dann Nullmal getroffen Du bist ja dann Der dumme Impfling Systemling Ich meine das gibt es von der Gegenseite auch Ja Du lässt dich nicht impfen Ja Du dumme Nudel so Kleines bisschen mehr miteinander Uns allen gut tun Schmeckt gut Oder ein bisschen Schlaf Ich gestehe es ja auch jedem zu Der sagt Er möchte sich nicht impfen lassen Weil ist ihm noch zu unsicher Und hast du nicht gesehen Gebe ich zu Die Angst kann man haben Die Angst kann man haben Genau Da sehe ich Faktoren Für dass man Sagen kann Jawohl Kann ich so und so begründen Alles klar Alles tutti Aber Sobald sowas kommt Wie Ja das ist doch sowieso Hier mit Was hat die Die hatten ja schon den Impfstoff Bevor Corona ausgebrochen ist Das stimmt ja so nicht Sobald sowas kommt Da kannst du die Leute In die Tonne kloppen Ja Ich habe dann auch gesagt Alles klar Zahlen Danke Für mich ist der Abend gelaufen Ja warum Warum entziehst du dich Jetzt der Diskussion Weil es nicht meine Aufgabe ist Dir die Welt zu erklären Ganz einfach Ist auch Dass man ab einem Zu einem gewissen Zeitpunkt Auch sagt Ich kann Also jetzt diskutieren Bringt halt auch nichts Also ich diskutiere gerne Um so ein Thema Aber ich würde es auch Nicht jederzeit machen Weil Leute Ich möchte auch mal einfach Meine Ruhe haben Und Leben leben Ich habe zum Beispiel Jetzt wenn wir nachher Dann zu unseren Schwiegerellis gehen Möchte ich diese Diskussion Die wir jetzt gerade geführt haben Nicht nochmal anfangen Wenn dann irgendein So ein Penner ankommt Und Wieso muss ich hier Maske tragen Wenn ich auf Klo gehen will Weil das die Regeln sind Halt dich dran Oder akzeptiere es Und geh hier nicht essen Und hör auf dich darüber zu beschweren Nimm es hin Und fertig Entweder du hältst dich dran Oder du möchtest dich nicht dran halten Dann darfst du hier nicht essen Fertig Punkt Ja Ganz einfach Da möchte ich dann auch nicht diskutieren Es gibt Immer Den Raum Und die Zeit Zum Diskutieren Den Raum und die Zeit Da kann man sich dann verabreden So wann passt es Und so weiter Dann kann man sich treffen Verabreden Und kann das machen Und nicht dass man der Meinung ist Ich habe jetzt das Bedürfnis Mit dir unbedingt darüber zu diskutieren Und du musst jetzt Nö Das funktioniert so nicht Das ist nämlich auch wieder egoistisch Denkt man auch wieder nur an sich Weil Mein Bedürfnis Dass du jetzt mit mir reden musst Ist so groß Ne Ne Wenn ich aber die Diskussion schon anfange Dann verpflichte ich mich auch gleichzeitig In dieser Diskussion zu verbleiben Bis zu einem gewissen Punkt Und fange nicht einfach die Diskussion an Und sage Eben das wäre nämlich dann das Ja also sollten sie alle impfen lassen Punkt Und dann kommt einer rein Naja aber ich habe Ich habe da Bedenken Lass uns doch mal darüber sprechen Nein Das ist Punkt So ist das Und fertig Dann ist es auch keine Diskussion mehr Also tatsächlich Meine Erfahrung Das läuft immer Das spitzt sich immer alles zu Bis zum Totschlagargument Ja aber deine Quellen sind unseriös Und scheiße Und von Von Bill Gates gesteuert Ja zurück Das ist Das ist meine Erfahrung Die ich gemacht habe Das selbe bei dir Deine Quellen werden auch beeinflusst und gesteuert Deine Quellen sind Putin gesteuert Ja Putin ist der Gute Putin ist vielleicht auch nicht unbedingt der Böse Weiß man nicht Muss man sich viele Quellen anschauen Ne habe ich ja nicht behauptet Ne aber ne Also deine Quellen sind auch beeinflusst Sind manipuliert Du hast dir deine Quellen ja auch so zurecht gesucht Dass sie deinem Narrativ passen Während ich sogar häufig versuche Meine eigenen Argumente zu erschüttern Das macht es echt schwierig Alles ist eingefärbt Das macht es echt schwierig Wenn man teilweise Man hat eine Überzeugung Überlegung Und sucht sich dann Gegenargumente raus Um das zu erschüttern Und dann sitzt du halt teilweise da Und pflückst da deine eigenen Deine eigenen Sachen auseinander Deine eigenen Werte und Vorstellungen Und musst dich dann Musst du dann praktisch Dich selber als Feind nehmen Das ist echt anstrengend Aber der Beitrag von Schobbe ist auch gut Mich hat letztens jemand vollgesammelt Dass wir ihn mit unserer Impfung anstecken können Das müsste er mir mal erklären Aber dann kommt bestimmt so ein Argument Wie mit den Impfmücken Dass jetzt die Mücken Im Sommer mit dem Corona-Impfstoff Und dass alle deutschen Zwangs geimpft werden Ei, ei Oh Ach Nee, also tatsächlich Habe ich einmal Eine Diskussion beendet Mit Er hat angefangen mit Ich werde mich nie impfen lassen Im Leben nicht Wieso? Die Champ-Cates Wird doch schon lange durch Was? Ja, hast du das im Radio Nicht gehört? Die Champ-Trails Sind schon lange geflogen Vorgestern war der letzte Überfluch Eben Das habe ich so ein bisschen gefeiert Das sind ja auch Fakten Das mit den Flugzeugen Diese von wegen Kontext dazu streifen Die hauen da hinten Chemie raus Ironie Das ist ein Scherz, Leute Das ist ein Scherz, Leute Das ist ein Scherz, Leute